Hallo zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge. Heute wieder mit einem Gast und zwar ist es der Bastian Krause, der uns viel über Bicleasing-Dienstfahrräder erzählen wird. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Neben mir Dan Miesen. Ich bin Ingo Quendler, wie immer. Ja und das wird jetzt eine lang erwartete Folge, wo wir ausführlich über das Thema Dienstfahrrad sprechen. Wie mache ich das? Was muss ich als Arbeitgeber machen, als Arbeitnehmer? Wie ist das Rad versichert und wie viel Geld spare ich? Was auch immer dazukommt. Und als kleinen Bonus auch, weil wir dich schon länger kennen, auch so ein bisschen die Gründungsgeschichte. Weil du hast ja irgendwann das Unternehmen Bicleasing.de gegründet. Damals hieß es noch Bicleasing Service, glaube ich. Und das wird vielleicht auch ganz spannend. Da freue ich mich eigentlich auch schon richtig drauf. Und haben sich auch viele von unseren Zuhörern und Zuschauern gewünscht, das Thema. Also explizit. Ja, ja. Man kommt endlich mal ein Thema zum Leasing. Genau, genau. Und kleiner Disclaimer natürlich. Wir haben jetzt dich hier vom Bicleasing.de hier, weil wir dich kennen. Persönlich schon seit Jahren. Denn kenn dich schon länger als ich natürlich auch. Und wir bieten natürlich auch Jobrad und, was haben wir denn, Businessbike, Leasebike und Katzenmaier und noch andere Dienste, die wir, glaube ich, hier auch als Firma anbieten. Also wir haben viele, viele Kunden, die auch Dienstfahrräder bei uns schon gekauft haben oder auch immer wieder kaufen. Aber nicht wundern, dass wir jetzt hier jemanden von Bicleasing.de haben. Aber insgesamt seid ihr, glaube ich, auch ganz gut vernetzt untereinander, weil ich habe ja von dir jetzt auch gehört, dass ihr im Bundesverband Zukunft Fahrradmitglied seid oder du da auch mitmachst, wo ihr als Branche euch, glaube ich, auch dann nach außen hin repräsentieren könnt und solche Sachen. Genau. Wir sind halt im Verband organisiert. Also die meisten zumindest, auch von denen, die du gerade angesprochen hast, einfach um dem Dienstrat eine höhere Gewichtung, eine höhere Stimme zu geben in Deutschland. Und wir wollen ja alle zusammen einfach mehr Fahrräder auf die Straße kriegen. Und deswegen organisieren wir uns da zusammen. Ja, ja. Okay. Ja, vor allem. Ja, aber du müsstest aber auch ganz schön anstinken gegen die Autolobby wahrscheinlich. Das ist definitiv so. Aber wir haben einen guten Zulauf auch an Mitgliedern und sind da stetig am Wachsen und kommen da ganz gut mittlerweile voran. Ja, super. Das trifft natürlich im Moment auch den Zeitgas und ist für uns ein bisschen einfacher vielleicht als die einen oder anderen Autothemen. Ja, okay, okay. Naja, bevor wir jetzt anfangen, noch drei Sachen in eigener Sache, weil wir ja noch so einige Sachen hier auch immer noch mit Enjoy Your Bike und mit unserem eigenen Podcast am Laufen haben, die ich jetzt hier zumindest nochmal ankündigen möchte. Einmal am 15.12., weißt du noch gar nicht, habe ich jetzt gerade eben vor einer halben Stunde die Bestätigung bekommen, wir kriegen drei weitere Zwift-Events. Wie kommt denn das? Sind die ganz happy über uns? Naja, weiß ich nicht. Zumindest habe ich da einen guten Kontakt und die sind natürlich auch begeistert. Also ich glaube, dass das ja für alle, also ich habe mit dem ja auch geschrieben, ich glaube, das ist für Zwift super, dass wir Events haben. Wir haben Zwift-Events, du weißt das gar nicht, daneben Teil, jetzt roundabout, also wir haben immer 500 plus Fahrer dabei. Jetzt hatten wir 570 Fahrer, alle gemeinsam auf Zwift. Das heißt, wir haben so ein geschlossenes, so ein geschlossenes Event, wo nur wir auf der Strecke sind als mit diesem Event. 570 Mitfahrer, davon ein Großteil, die auch im Sprachchat mit drin sind. Das heißt, wir quatschen die ganze Zeit da miteinander. Das funktioniert sogar auch mit 500 Leuten, weil natürlich nicht jeder klatscht. Hast du schon mal was von Discord gehört? Hast du schon mal Discord gehört? Nee. Siehste, er kriegt jetzt die Info von unserer Seite. Genau. Discord ist halt so eine App, die normalerweise bei Gamern ganz beliebt ist, um untereinander zu kommunizieren, während man zockt. Okay. Und wir zocken halt auch auf diesem Computerspiel Zwift, nur dass wir halt dabei auch noch treten müssen. Also es ist ja am Ende, es ist ja ein Computerspiel. Und es wird aber dann nicht eng auf dem Sprachkanal bei 570. Doch, beim ersten Mal war das so. Das war ja nicht. Irgendwann wird es ja ein bisschen eng. Ja, es ging auch beim ersten Mal noch ganz gut. Es ist natürlich so, dass jeder sein Mikro stumm schalten muss und nur dann redet, wenn er was zu sagen hat. Viele reden gar nichts. Viele reden ganz viel. Und manchmal kommen auch wirklich erstaunliche Infos raus, wie zum Beispiel, wie man seine Klamotten wäscht. Das war bei einem unserer Events halt wirklich eins der Hauptthema, so von wegen ja Membranen und Gore-Tags. Wie wasche ich die, damit die nicht kaputt gehen? Also super interessant. Man kann mit uns, also für uns ist es super interessant, weil wir ja viel vor der Kamera stehen und erzählen, aber nicht gefragt werden können und nicht zurückhören, was andere zu uns sagen. Das ist für uns halt super, als Veranstalter da auch mal mit Leuten sprechen zu können. Und das geht dann schon. Man muss jetzt immer so eine Taste drücken, reinsprechen und ja, irgendwie funktioniert das ganz gut. Der Zimmer war richtig gut. Ja, also das ist richtig cool. Und ich bin froh, drei weitere Termine zu haben jetzt. Also der 15.12. Dann habe ich gesagt, über die Weihnachtsfeiertage machen wir ein bisschen Pause. Und ich weiß, wer wann wie da ist. Und am 12.1. wäre dann der nächste Termin. Und am 14. Tage drauf, 26. Januar wäre dann der dritte Termin. Also wir haben jetzt wieder drei Events in der Zukunft. Und das am 15.12. könnt ihr euch darauf freuen. Das ist natürlich im Grunde ja unsere Weihnachtsfeier jetzt hier für euch. Also da kann man dann, da möchte ich eigentlich, dass alle ihren, ihren Zwift, ihren Zwift Arbeitsplatz schmücken und uns die Fotos rein senden. Vielleicht muss ich bei Discord da noch mal extra Ordner machen. Du ruderst. Ja, rudern auch und Zwift auch ab und zu. Aber wenn ich da teilnehmen sollte, dann bin ich sicherlich der, der oder einer der wenigen, der nicht redet. Ich bin froh, wenn ich da dann durchkomme. Da möchte ich noch eine Sache sagen, weil wir das ja als Social Ride deklariert haben. Und letztes Mal, wo wir gefahren sind, das waren 70 Kilometer. Das ist schon auf Indoor nicht leicht. Das waren drei Runden in London. Und ich möchte das noch mal für alle sagen. Ingo und ich, wir waren, auch wenn wir schon im Ziel waren, noch bis der letzte Teilnehmer ins Ziel gefahren sind in einem Discord-Channel drin. Und also fühlt euch da nicht irgendwie disqualifiziert, dass ihr sagt, ich kann da nicht vorne mithalten. Ist doch aber gar kein Social Ride. Doch, es ist ein Social Ride, weil wir eben bei Discord drin sind und auch wirklich, also ich nehme mir das nächstes Mal wieder vor, warte, bis der letzte im Ziel ist. Zwischendurch muss man vielleicht mal kurz duschen, damit man nicht friert oder so, falls man vom Rad absteigt oder man fährt weiter. Aber wir haben es jetzt. Aber ich finde das völlig okay, wenn da vorne Leute richtig Gas geben und ins Ziel kommen. ein Pack in der Mitte ist, aber wenn dann noch so ein bisschen auf die hinten als letztes Ziel kommen, wie im echten Leben auch. Da freut man sich ja, wenn auch noch jemand da ist. Kann dann für euch ein langer Tag werden, wenn ich mitfahre. Ja, ach, ich glaube du. Alles gut, ich wünsche dir noch was. Naja, viele sagen auch, Mensch, 20 Uhr ist ja immer ein bisschen spät und dann muss ich ja bis 10 oder 11 fahren. Wir kriegen es halt vorher nicht hin. Also mit Job und sonst wie, dann ist das mit Vorbereitung, dass man ja alles noch vorbereiten muss. So im Hype geht man ja dann auch schon mal rein in den Discord und so weiter. Deswegen das, selbst 19 Uhr wäre dann schon eng. Müssen wir mal gucken, ob das mal eine Ausnahme wird, dass wir mal um 19 Uhr sind. Aber in der Regel schaffe ich das auch nicht früher, hier aus der Firma rauszukommen. Also das ist auch eine häufig gestellte Frage. Warum beginnt es erst um 20 Uhr? Weil es vorher nicht geht. Irgendwann gibt es ja mal so ein Season-Finale vielleicht, wo wir mal am Sonntag fahren. Das war ja noch meine Idee, die ich im Hinterkopf habe. Ne, freue ich mich drauf, dass das jetzt weiterklappt mit den Events. Und wie gesagt, das wird jetzt die Weihnachtsfeier, also muss man mindestens eine kleine Weihnachtskugel vorne auf seinem Zwift-Tisch haben. Sonst darf man nicht mitfahren. Und du bist auch da. Ich gebe mir Mühe. 20 Uhr musst du freundlich machen. 15.12. haben wir extra für dich auf 20 Uhr gelegt, damit du pünktlich feierabend hast. Okay, dann schaffe ich es. Dann, was den Podcast angeht. Wir haben ja irgendwann schon angekündigt, ich weiß gar nicht, ob wir es hier im Podcast schon angekündigt haben, dass wir einen Live-Podcast machen werden. Das ist sozusagen der letzte Podcast des Jahres am 22.12., wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da fangen wir dann schon um 18 Uhr an. Und ja, der letzte Podcast des Jahres, letztes Jahr, der war ja nicht so lang, ne? Der war kurz. Der ist leicht aus dem Ruder gelaufen, Mastian. Der war doch irgendwie vier Stunden oder so. Hatten wir irgendwie fünf Stunden hinterher auf dem Tacho. Ja, und da sind wir wirklich gespannt. Wir werden hier mit dem ganzen Team sitzen. Also wird einer da sein, der sich darum kümmert, dass hoffentlich der Livestream hält. Wir müssen hier oben ins Studio jetzt erst auch nochmal so WLAN-Kabel legen, hätte ich fast gesagt. WLAN-Kabel kann nur von Ingo sein. Habt ihr hier auch? Haben wir in Usla auch. Ihr habt auch WLAN-Kabel, ne? In der ganzen Firma. Dass wir sehen, dass wir hier irgendwie ein gutes Netz haben und mit Kameras und sonst wie. Dann werden wir noch zwei Leute haben, die die Telefonannahme machen. Also wir hoffen, dass wir mit euch telefonieren können. Wahrscheinlich wird es so laufen, ihr könnt uns anrufen. Wir versuchen so viele Leitungen wie möglich offen zu haben, damit wir dann auch und wir rufen euch dann zurück und kriegen das hier irgendwie auf dem Bildschirm gescreent, dass wir einfach Fragen beantworten können oder mit euch direkt quatschen können. Das ist so die Idee. Im Chat natürlich. Ihr könnt auch gerne vorab schon Fragen schicken, die ihr beantwortet haben wollt. Dann könnten wir die zumindest vielleicht auch schon mal ein paar sammeln, falls gerade keiner anruft. Aber ja, wird ein spannendes Ding. Auch so eine Art Weihnachtsfeier. Da müssen wir denn hier wahrscheinlich schicken. Und wenn ihr eine Frage stellt und wir dürfen euch vom Podcast dann live auch anrufen, dann, wenn ihr die Frage per E-Mail schickt an podcast.enjoyyourbike.com, dann schreibt auch eure Telefonnummer rein. Wer weiß, vielleicht rufen wir an und ihr dürft die Frage erstellen. Ja, also mal gucken, wie das wird. Das wird ein spannendes Thema, spannendes Ding. Und im Grunde sind alle Fragen erlaubt. Ob wir die beantworten, ist ja immer noch eine andere Frage. Das sagen wir irgendwo alle. Nein, es sind nicht alle Fragen erlaubt. Naja, aber es kann ja auch mal ein Thema, also vielleicht auch was, was jetzt nichts mit Fahrrad ist, also was auch immer euch interessiert. Na gut. Ganz oft wird ja auch gefragt, welche Schuhe wir tragen. Ja, das stimmt. Hast du extra besondere Schuhe angezogen heute? Nee, ne? Nee, ich habe wieder ins Regal gefasst und das Erste genommen, was da ist. Ja, auch nicht so wählerisch. Gibt da immer Gäste, die dann hinterher noch gefragt werden, welche Schuhe hatte der denn an? Nein, ganz lustig. Dann noch eine dritte Sache in eigener Sache, ein bisschen in eigener Sache, obwohl es ja gar nicht unser Buch ist, aber trotzdem muss ich das vor allem jetzt in der Vorweihnachtszeit hier mal in die Kamera halten, weil das ja jetzt relativ frisch, druckfrisch hier erschienen ist von Nils Lengner, das Buch vom Orbit 360, heißt auch Orbit 360. Gibt es jetzt auch bei uns im Shop und da kann ich ja nur sagen, boah, was für ein cooles Buch. Ihr seht hier auch tatsächlich zum Glück gerade jetzt auch in der Slideshow so ein paar Bilder im Hintergrund, die aus dem Buch sind. Es hat eine wunderschöne Haptik und das gehört ja auch irgendwie ein bisschen mit dazu, so ein bisschen so ein etwas matteres Papier. Ja, ist ganz schick. Schön, schön eingeschlagen und da finde ich, ich glaube, 40 Euro ist der Preis. Und dafür finde ich 40 Euro eigentlich schon fast günstig, muss ich sagen und auch schöne Geschichten drin und was auch cool ist, sind hier so hier am Ende so Sachen, welches Equipment brauche ich für zwei Tage, was habe ich so mitgenommen, also auch viele Tipps dabei mit, ja tatsächlich hier mit einer richtig Auflistung, was hier drin ist, Multitool, die sehen so und so, tubeless Wurst, Taschenmesser, alles dabei. Um was geht es denn in dem Buch? Die Orbit-Serie sagt dir gar nichts. Nee. Das ist super. Die Orbit-Serie ist eine Serie von vorbereiteten Strecken, irgendjemand scoutet eine Strecke. Okay. Davon gibt es jetzt, ich glaube 18 oder 19 waren das im Jahr 2021, gibt es halt jemanden, der in Bayern eine Orbit-Serie gestautet oder in Mecklenburg-Vorpommern oder jetzt hier in Niedersachsen, ich jetzt vom Deister, wäre in Hamburg. Und die scouten eine Gravel-Serie, klassischerweise Gravel und stellen die zur Verfügung zum Nachfahren. Du kannst dir jetzt sagen, okay, das ist ja nichts Besonderes, aber es gibt so ein Wertungssystem dahinter. Das heißt, jetzt nehmen wir mal eine Strecke im Harz, du bekommst jetzt aus dem Harz, dann kannst du sagen, pass auf, das waren glaube ich 150 Kilometer Gravel, die hat also jemand vorbereitet. Okay, nächsten Sonntag fahre ich die Strecke. Dann fährst du diese Gravel-Strecke und kannst die zum Spaß fahren, einfach weil du sagst, cool, da hat jemand eine tolle Strecke im Harz geplant, die fahre ich einfach. Und Ende aus, Mickey Maus, da hast du viel Spaß gehabt mit einer vorbereiteten Strecke, brauchst du nicht planen, lädst du auf deinen Tacho. Du könntest aber auch sagen, naja, mein Name ist Bastian, ich habe es drauf, ich gucke mal, wie schnell ich die fahren kann. Und dann sagen wir mal ein Beispiel, du fährst einen 15er Schnitt, so viel Mathe kriege ich noch hin, dann fährst du 10 Stunden. Okay, dann kannst du ja mal gucken, da gibt es Leute, die fahren die in 8 Stunden, da gibt es Leute, die fahren die in 12 Stunden. Dann hast du ein Gefühl, wo du dich befindest, so im Leistungssektor mit den anderen. Wann die Strecke gefahren wird, ist egal, ob morgens, nachts, mittags, ob am Montag oder am Sonntag, also du fährst die einfach, wann du möchtest. Es ist halt nicht eine abgesperrte Strecke, aber die Strecke ist halt bekannt gegeben. Und der Raphael, der Gründer von dieser Orbit-Serie, Orbit 360 CC, der hat gesagt, wir vergeben ein Punktesystem. Um irgendwann mal auch so eine Art Siegerehrung zu haben. Wer war denn jetzt auf welchen Platzierungen? Und wenn du die dann zum Beispiel als Schnellster gefahren bist, jetzt nehmen wir mal den Harz-Orbit, dann kriegst du so und so viele Punkte, weil du der Schnellste warst, der die Runde gemacht hat. Dann geht das runter bis, glaube ich, Platz 30 war das, dass die Punkte vergeben werden. Und letztendlich hättest du ja fast sagen können, wie so eine Weltrangliste beim Tennis oder beim Golf, gibt es halt Punkte und dann landest du irgendwo in dieser Liste. Und am Ende von diesen 18 Orbits wird dann halt derjenige, der es am besten gefahren ist oder auch diejenige, also getrennt nach Geschlechtern logischerweise, wird dann gekürt, wer war die schnellste Fahrerin, wer war der schnellste Fahrer. Und in dem Buch sind die Strecken beschrieben und Fotos dazu. Genau, das ist jetzt eine Erinnerung. Aber muss ich immer reinziehen, dass ja Nils auf jeder Strecke mindestens einmal gewesen sein muss. Ich glaube, er ist ja nicht alle ganz durchgefahren, viele ist ja ganz durchgefahren. Dann mal mit Rafa, mal mit Marius dabei gewesen. Man sieht dann auch verschiedene Leute auf dem Foto. Du hast ja auch ein bisschen hier im Deister ein bisschen mitgescoutet, wo schöne Punkte sind, um ein Foto zu machen. Da sind sie ja bei richtig schlechten Wetter hier unterwegs gewesen. Aber schöne Fotos. Ja, ja, je schlechter das Wetter, desto cooler sind ja oft die Fotos, weil du eine schöne Nebelstimmung hast und sowas. Aber die Idee ist ja eigentlich eine perfekte Pandemie-Idee. Das heißt, du hast ja eigentlich kein Event, aber dann wiederum, verstehst du den Witz, trotzdem ein Event. Du hast eine Strecke, die ist da, fahr, wann du willst und entweder fährst du so nur, weil du Lust hast, mal eine schöne Strecke zu fahren. Und wir beide sind zum Beispiel Lüneburg gefahren, als Beispiel Inge und ich. Und wir waren vorher noch gar nicht in der Lüneburger Heide Gravel fahren. Das ist natürlich total cool, weil ich mich darauf verlassen kann, dass der Scout von der Lüneburger Heide ja weiß, was er tut und sicherlich die schönsten Streckenabschnitte der Lüneburger Heide geplant hat. Und so war es auch, wir sind gefahren. Die schönsten Autofreiheit, man setzt sich ins gemachte Nest und sagt, naja. Man setzt sich ins gemachte Nest, ist eigentlich so. Keine Sackgasse, keine Autobahn. Ja, und ein bisschen dazu, dass das ja Tankstellen und Kram auch irgendwo, das wird ja sogar an der Infrastruktur vorbeigemacht, dass man zumindest weiß, da und da kriegst du ein bisschen Wasser oder irgendwie was zu essen. Und die Idee ist eigentlich klasse, ne? Ja, das ist wirklich cool. Wenn du bist beruflich vielleicht mal in Bayern und sagst, Mensch, auch die Serie ist ja vorbei, deswegen kannst du ja trotzdem bei Komoot nehmen und sagen, ich habe jetzt mit der Serie gar nichts zu tun, aber ich brauche jetzt irgendwie eine coole Strecke. Geh doch einfach da hin, lad die runter und dann hast du halt eine vorbereitete Strecke, auf die du dich verlassen kannst. Okay. Ne, zumindest das Buch ist es definitiv wert und das, ja, also wenn ihr keinen habt, den ihr mal das schenken könnt, dann kauft es euch selber. Und auch wenn ihr da mit dem Orbit nichts zu tun habt, kauft euch das einfach. Spätestens nächstes Jahr nach diesem Buch fahrt ihr da mit. Also das ist ja auch inspirierend wieder, wo man sagt, okay, das nehme ich jetzt mal mit und dann das Buch und dann, das ist ja vielleicht manchmal der Startpunkt, wo man sagt, geil. Ich weiß ja, du schauchen können, Bastian, dann kannst du jetzt mal starten mit dem Harz-Orbit. Du kannst schon mal Strecken nachfahren, sehr gut. Genau, 150, glaube ich, war der Harz-Orbit. Und ich meine, in den Regeln steht auch nichts drin, dass das Rad darf auch ein Releases sein, ne? Das ist gut und kann ich das auch über mehrere Tage verteilen? Nein. Okay. Doch, du kannst einen Overnighter machen, aber die Zeit läuft weiter. Ja, gut. Doch, doch, genau. Das ist aber grundsätzlich so, ganz, ganz, ganz viele fahren die Orbits an zwei, drei Tagen. Und dann ist es für die vielleicht dabei sein, aber eben nicht in der Wertung die erste Geige spielen. Aber ich meine, es zählt trotzdem als gefinisht, oder? Weiß ich gar nicht. Nur halt mit ein paar Stunden mehr. Genau, es gab jetzt beim DICE da, Orbit, glaube ich, zwei Leute, die über 30 Stunden gebraucht haben und dann zwischendurch auch geschlafen haben. Ja, das macht ja Sinn bei 30 Stunden. Du, der DICE-Orbit ist auch einer der leichtesten. Und du schätzt den DICE, du kommst zwar aus dem Harz, aber der DICE da hat was zu bieten. Das ist so. Viele kurze, knackige Anstiege, so kurz sind sie dann auch nicht. Wie viele Höhenmeter habt ihr da am Stück, das Längste? Ja, also Höhenmeter, also es gibt keinen höheren Punkt als 400 Meter, also 406 oder 410 ist, glaube ich, der höchste Punkt. Und Basinghausen, jetzt wo ich wohne, liegt so auf knapp 60, 70 Höhenmeter. Also du machst eigentlich so 300, 400 Höhenmeter maximal, aber mach das zehnmal, hast du dann 4.000 Höhenmeter. Der DICE-Orbit sind exakt 200 Kilometer mit 4.300 Höhenmeter. Okay, mache ich eine Woche raus. Und der Harz, also ich müsste jetzt nochmal gucken, weil Harz wegen dir jetzt, glaube ich, waren 150 Kilometer, auch knapp 3.000 Höhenmeter. Ist also auch ganz gut. Ich nehme das mal mit zur Arbeit, wir haben ja auch eine sportive Gruppe, die da immer radeln geht. Wir waren ja jetzt im Sommer auch in den Alpen. Ach, wir schicken dir gleich noch so ein Buch und nächstes Jahr fährst du unsere Zwift-Events alle mit und nächstes Jahr frisch trainiert fährst du die Dinger mit. Dann brauche ich noch ein bisschen Personalersatz bei uns auf der Arbeit. Na gut, also dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema, beziehungsweise jetzt erstmal zur Gründungsgeschichte von dir. Ich kenne dich und zwar zur Zeit, wo ich Enjoy Your Bike oder wir hier Enjoy Your Bike gestartet haben. Warst du, glaube ich, schon bei Bike Leasing Service, hast das schon gegründet, aber ich habe dich davor am Rande mal kennengelernt über den und so ein paar Ecken. Ich weiß aber nicht mehr genau, bei welcher Firma du warst. Du warst auch im Bike-Geschäft tätig, ich glaube als Angestellter, noch nicht selbstständig. Ja, ich habe mittlerweile vor, ich glaube vor 15 Jahren in der Bike-Branche angefangen im Vertrieb, bin über ein paar Stationen bei Coratec, Grofer und zum Schluss Derby Cycle. Dann nachher in die Selbstständigkeit gegangen, war zum Schluss, daher kennen wir uns dann auch, habe den Vertrieb bei Cervelo gemacht in Deutschland mit dem K100 Mark zusammen. Da waren wir immer unterwegs und das ist auch so die Zeit vor, ich würde sagen sieben bis acht Jahren, wo dieses Thema Dienstrad aufgekommen ist, weil es seit 2012 ja steuerlich dann möglich war. Und dann habe ich das natürlich immer wieder im Fahrradhandel, in den Medien und so verfolgt und keiner hat das so richtig angegriffen, dieses Thema. Und auch der Fachhandel hat das nicht richtig ernst genommen. Und jetzt komme ich ja aus einer Unternehmerfamilie mit einem elterlichen Betrieb und irgendwie hast du dann doch immer so ein bisschen Unternehmerblut in dir. Was haben die gemacht? Wir haben einen Fliesenbetrieb, also Fliesenfachbetrieb. Ich bin ja auch Fliesenleger und Meister ausgebildet. Ich musste dann mal umswitchen oder mir wurde nahegelegt umzuswitchen, weil ich bei einem Snowboardunfall mir mal beide Hände abgebrochen habe, kann man fast sagen, hingen so 90 Grad nach unten. Und dann hat der Arzt mir nahegelegt, es wäre vielleicht ganz gut, wenn ich ein bisschen was mehr mit Kopf mache und weniger mit Hand. Okay. Und da habe ich ja damals dann in den Vertriebsbereich gewechselt. Und so mit dem Hintergedanken, wenn du irgendwie so selbstständig aufwächst, dann willst du dann doch irgendwie mal was Selbstständiges machen, bin ich dann vor sieben Jahren mittlerweile, glaube ich, hergegangen und habe damals ein Unternehmen gegründet, mit dem wir alles gemacht haben. Also nicht nur so wie heute Dienstleister und Leasing und Versicherung, sondern wir haben auch die Hardware, also auch die Fahrräder geliefert. Das heißt, ich habe mir damals über die Kontakte, die ich hatte, die ganze Garage bis und das Dach vollgestopft mit Fahrrädern. Also dann war die ganze Garage voll und habe einen Freund von mir gefragt, der eben eine kleine Leasinggesellschaft hat, ob er für mich das Leasing abbilden kann. Und er hat gesagt, klar, machst du dein Büro hier oben rein. Ich mache ja Autos jeden Tag, die zwei, drei Fahrräder, die schiebe ich da schon noch mit durch. Ja, ja. Das ist kein Problem. Und so fing das dann an. Und dann habe ich da im Büro gesessen, dann habe ich bei, die erste Zielgruppe war eigentlich, dass wir uns fokussiert haben auf Pflegedienste mit dem damaligen Unternehmen und haben Pflegediensten die Fahrräder angeboten, weil die einen bestimmten Bedarf hatten, hatten Personalbedarf, viele Leute ohne Führerschein im Nahbereich, die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt. Und da passte das halt, dann haben wir eben Fahrräder komplett Packages angeboten. Also das Fahrrad mit Beschriftung, mit Leasing, mit Versicherung, mit Wartungsservice, mit allem drum und dran. Und dann kam irgendwann die Situation, dass mich Kunden angerufen hatten, die dann schon Fahrräder hätten. Ja, meine Sattelstütze rutscht runter. Ja, dann habe ich gesagt, dann nimmst du den Imbusschlüssel, drehst die Sattelstütze wieder auf die Höhe und machst die wieder fest. Ja, das kann ich nicht, da müssen sie kommen. Ich sage, das sind jetzt 400 Kilometer für eine Imbusschraube, das macht jetzt nicht so richtig Sinn. Wenn sie es gar nicht hinkriegen, dann fahren sie doch zum Fachhändler und schicken mir die Rechnung, dann bezahle ich die. Dann hat sie wieder angerufen und hat gesagt, der Fachhändler würde das nicht machen, weil das Fahrrad nicht von ihm ist. Okay. Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, irgendwie kommen wir hier nicht weiter. Ich habe das Unternehmen dann auch noch weiterlaufen lassen. Wir haben natürlich die Kunden noch bis zum Ende betreut, habe aber ein neues Unternehmen gegründet. Komplett neu, das war damals dann der Bike Leasing Service, wo ich gesagt habe, ich weiß, wie das jetzt funktioniert im Hintergrund. Was haben wir für steuerliche Aspekte, was müssen wir beachten, was haben wir in der Abwicklung zu beachten. Aber wir brauchen eben die, und da schwören wir heute noch drauf, eben die Fachkräfte vor Ort, die Fachhändler in Deutschland vor Ort, die sich mit der Materie Top auskennen, die eine Top-Infrastruktur haben, die die Ware da haben und haben die dann alle mit eingebunden. Okay. Und sind dann im Grunde ganz neu gestartet. Ziemlich schnell gewachsen, muss man auch sagen. Also dann ging das sehr schnell voran, weil der Händler natürlich gemerkt hat, Mensch, ich habe hier Leute, die mir das abnehmen, was ich eigentlich nicht kann. Ich kann jetzt nicht die Firmen beraten zum Thema Leasing und was macht man da mit Versicherungen und was ist da, wenn was ausläuft und muss ich da Verträge abschließen, wie auch immer. Und da habe ich jemanden, der das übernimmt, weil ich habe vielleicht eine Firma, die ich kenne. Und für mich als Händler bringt das den großen Benefit, ich kriege neue Kunden, vielleicht mit höheren Durchschnittspreisen und so. Und so haben wir relativ schnell mit Händlern zusammengearbeitet, sind ziemlich schnell auch gewachsen. So schnell gewachsen, dass irgendwann die Leasing-Gesellschaft zu uns gesagt hat, oh, das können wir gar nicht mehr vom Volumen. Der Autohändler vorher, der Autoleaser. Genau, wo es vorher noch hieß, das bisschen Volumen machen wir mit. Einfach, dass es zu viel, dass die gar nicht so viel Geld flüssig hatten, um die Räder zu bezahlen oder wie? Genau, also bei Leasing-Gesellschaften ist immer das Thema, die werden ja immer refinanziert. Das heißt, es ist ja nicht so, dass die an die Schublade gehen und da liegt Bargeld drin, sondern die haben unterschiedliche Systeme. Das heißt, entweder sie verkaufen die Forderungen an Banken raus oder sie leihen sich ganz klassisch Geld bei Banken, was sie dann dafür eben einsetzen. Du verkaufst ein bisschen teurer an uns als Leasingnehmer weiter. Genau, so ist das Geschäftsmodell. Aber das ist dann teilweise auch limitiert, weil sie einfach das große Volumen nicht stemmen können, weil Eigenkapitalquoten eingehalten werden müssen. Und da kommen halt mehrere Faktoren zusammen, die dann dazu geführt haben, dass die erste Leasing-Gesellschaft zu uns gesagt hat, das können wir nicht mehr machen. Aber eine Leasing-Gesellschaft, die Autos macht, was ist denn da der Anteil an Fahrrad? Ein Auto kostet, keine Ahnung, 50, 60, 70.000 Euro und ein Fahrrad vielleicht 1.000 bis 2.000. Und wenn 10, 4, 5, 6 Fahrräder sind, dann ein Auto, ne? Genau. Und die Quote ging so schnell so hoch. Und wenn du dann eben am Tag zwei Autos machst und 40 Fahrräder, bist du auf einmal da, dass einfach das Gewicht schon anders ist, ne? Und dann sind wir aus dem da rausgegangen, haben zwei neue Leasing-Gesellschaften gesucht und gefunden, mit denen wir heute auch noch zusammenarbeiten. Die Hofmann-Leasing und die DML mittlerweile damals noch wenig Leasing. Die sieht aber, wir als Kunde sehen die nicht, ne? Als Händler siehst du die nicht. Du siehst die auch eigentlich nicht als Nutzer, als Fahrradfahrer, aber als Arbeitgeber siehst du die. Weil die Leasing-Gesellschaften bei dir die Raten einziehen. Stimmt, ja, ja. Also da siehst du dann schon und da haben wir heute zwei Leasing-Gesellschaften, da haben wir uns dann auch ganz bewusst für entschieden, damit wir eben, ja, damit wir eben nicht das Problem haben, wenn mal wieder einer weggeht, dass wir dann keinen Partner mehr haben, ne? Sondern, dass wir immer noch eine zweite als Backup haben. Und mittlerweile ist ja so, dass wir mit der Hofmann-Leasing so eng zusammengewachsen sind in den letzten Jahren, dass wir die übernommen haben. Jetzt vor einem Jahr. Das heißt, die gehört jetzt komplett bei uns in die Konzerngruppe. Also, wenn du heute bei uns Kunde wirst als Arbeitgeber, dann hast du eben nicht ein zweigleisiges Modell, wo du auf der einen Seite einen Dienstleister hast und dann eine andere Leasing-Gesellschaft, externer Partner, sondern bei uns bekommst du die gesamte Leistung dann im Grunde aus einer Hand. Schon ein wesentlicher Unterschied, der auch Vorteile mit sich bringt, weil du ja einfach die Sicherheit hast, dass du im Grunde einen Vertragspartner hast. Und dann sind wir dann gewechselt, sind wir bei der Hofmann-Leasing und eben bei heute Digital Mobility-Leasing gelandet. Und arbeiten mit denen nach wie vor sehr erfolgreich zusammen. Wir haben jetzt vor kurzem den 30.000. Kunden bei uns angelegt. Das heißt, wir haben jetzt, ich glaube, aktueller Stand so 31.000 Unternehmen, die wir betreuen im Moment. Unternehmenskunden, okay. Da geht es nicht um die einzelnen Fahrräder. Genau, da geht es nicht um einzelne Fahrräder. Da ist der Selbstständige dabei mit einem Fahrrad. Da ist aber auch ein Konzern mit 20.000, 30.000 oder 40.000 Mitarbeitern da drin. In Summe, jetzt habe ich die Zahlen nicht ganz im Kopf, ich glaube, aktuell betreuen wir ungefähr zwei Millionen Mitarbeiter, die in diesen Unternehmen arbeiten. Also zwei Millionen Fahrräder sind sozusagen auf der Straße, mindestens. Ah, es könnte ja ein Mitarbeiter auch zwei Räder geliefert haben. Genau, also wir haben, zwei Millionen Mitarbeiter haben Zugriff auf das Dienstratenmodell mit uns. Ach so, ja, Zugriff. Auf das Beideast. Ob sie es jetzt gekauft haben, ist noch eine andere Frage. Ob sie eins bekommen haben oder nicht oder zwei haben oder nicht, das hat jetzt damit nichts zu tun. Okay, okay. Unsere Zahlen sind ja auch nicht geheim, also wir veröffentlichen ja auch alles. Das heißt, wir haben im letzten Jahr ungefähr 68.000 Räder, meine ich, auf die Straße gebracht. Dieses Jahr haben wir nochmal eine deutliche Steigerung. Die wäre um einiges höher, wenn wir nicht die Verknappung im Fahrradhandel haben. Aber das ist natürlich im Moment für uns auch ein großes Problem. Dass es einfach keine Räder gibt. Der Vorteil, den wir haben, ist, dass der Kunde, der jetzt heute keins bekommt, der kriegt es ja auch nirgends anders. Das ist manchmal ein bisschen anders als aus der Händlerbrille. Wenn ein Kunde reinkommt und will ein bestimmtes Modell haben und der Händler hat es nicht da, dann kriegt er vielleicht woanders was. Bei uns ist es ja so, wenn unser Nutzer das Fahrrad nicht bekommt, dann wird er es auch nicht woanders kaufen, weil er bekommt es halt gar nicht. Und wenn er es irgendwo bekommt, dann liest er es natürlich. Deswegen ist für uns das Geschäft so ein bisschen aufgeschoben. Aber trotzdem ist es natürlich ärgerlich, weil wir dieses Jahr sicherlich 20 Prozent mehr Stückzahl, mehr Umsatz hätten machen können. Und wir natürlich auch viel, viel Anfragen von Mitarbeitern haben. Wo kriege ich denn auch Räder? Wer hat denn eine gute Verfügbarkeit? Und wir an vielen Stellen einfach da nicht helfen können. Verrückte Welt. Ja, das ist einfach so. Und es wird uns ja auch noch ein bisschen beschäftigen, die Verfügbarkeit. Lief das denn alles immer so, jetzt bis auf die Leasing-Geschichte, die du schon erzählt hast, immer so alles so easy growing, sozusagen immer Wachstum, Wachstum, Wachstum? Oder war es auch mal so, wo du gesagt hast, okay, hier ist jetzt auch mal ein Worst-Case passiert, hoffentlich überleben wir den? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also wir haben ein Worst-Case-Szenario gehabt, das hat die ganze Branche betroffen. Das ist der Zeitpunkt gewesen, als die Finanzbehörden angegeben haben, dass Fahrräder nach 36 Monaten mit 40 Prozent vom UVP bewertet werden. Das ist der Auslauf eines klassischen Leasings nach 36 Monaten. Genau, nach 36 Monaten. Wir haben alles, waren ja mehrere Dienstleister schon am Markt. Und wir haben eigentlich alle mit dem gleichen System gearbeitet. Wir haben 36 Monate Leasing gehabt. Wir haben am Ende der Zeit natürlich als Leasing-Gesellschaft oder Dienstleister die Möglichkeit, mit dem Rad zu machen, was wir wollen. Aber häufig haben wir es eben dann auch den Mitarbeitern angeboten und haben gesagt, wenn du es dann haben möchtest, dann kannst du es eben für 10 Prozent kaufen. Für 10 Prozent. Und das waren 10 Prozent. Das ist ja das super Attraktive, dass ich nach drei Jahren, dass das Rad dann mir gehört auch. Genau. Und das wollten natürlich dann auch viele nutzen. Und jetzt kam aber das Problem, dass die Finanzbehörde gesagt hat, ja, wenn der Mitarbeiter aber ein Fahrrad kriegt für 10 Prozent, das ist ja viel günstiger als das, was es eigentlich am Markt wert ist. Was aber nicht immer so stimmt eigentlich, ne? Ja, in den meisten Fällen ist das schon so. Und dann sagt die Finanzbehörde, ja, aber warum kriegt denn der das? Der kriegt das ja nur, weil der vorher bei seinem Arbeitgeber gearbeitet hat. Also ist das ja ein geldwerter Vorteil, weil er sonst als Privatperson nie auf diesen Preis zugreifen könnte. Und das hat zur Folge gehabt, dass diese Differenz zwischen dem Kaufpreis, nämlich den 10 Prozent, die er bezahlt, und dem pauschalen Marktwert, was die Finanzbehörden angegeben haben, nämlich die 40 Prozent. Also diese Differenz von 30 Prozent, müssen versteuert werden als geldwerter Vorteil. Und wenn du auf 30 Prozent, ein ganz einfaches Beispiel, Fahrrad kostet 3000 Euro, 10 Prozent, 300 Euro konnte er es kaufen. Der Wert ist aber 1200, nämlich 40 Prozent, müssen 900 versteuert werden. Ja, 400 Euro weg. Wer soll die versteuern? Und wir haben ja, wir arbeiten ja im kleinen Prozentbereich, was unsere Margen angeht. Und wenn du dann eben das Problem hast, du sollst auf einmal für einen Mitarbeiter 400 Euro Steuern bezahlen, das ist nicht möglich. Also so viel habt ihr denn nicht Gewinn gemacht? Aber wir haben vorher das Versprechen gegeben, dass wir diese Fahrräder für 10 Prozent den Mitarbeitern geben. Und deswegen haben wir uns damals dazu entschieden, wir tragen diese Steuerlast, diese hohe, für alle Räder, die schon auf der Straße waren. Wir halten unser Versprechen, dass wir das für 10 Prozent den Mitarbeitern geben und müssen dieses große Investment, was wir damals getätigt haben, aus zukünftigen Erträgen einfach abfangen. Das heißt, ihr müsstet euch auch Geld leihen? Wir haben dann und wir haben dann alles, was wir in Zukunft in den nächsten Monaten oder Jahren danach verdient haben, dafür genutzt, die Steuerlast aus dem alten Modell bei den Mitarbeitern zu tragen. Das hat viel, viel Geld gekostet, also da reden wir über einen Millionenbetrag, nicht jetzt irgendwie über ein paar tausend Euro. Aber es hat auch dafür gesorgt, dass die Unternehmen uns vertrauen. Oder sie wissen, wenn wir heute, weil es ist immer ein Vertrauensgeschäft und wenn wir heute sagen, das machen wir so, dann machen wir das auch so. Und das haben wir damals gemacht und das hat uns viele Neukunden gebracht. Das hat uns aber auch Sicherheit bei den Bestandskunden gebracht. Und wir müssen natürlich sagen, es ist zu einer Zeit, wo wir noch nicht so viele Räder auf der Straße hatten, so dass wir das mit dem großen Wachstum der folgenden Jahre, konnten wir das, dieses große Problem für uns dann schon... Konnte getilgt werden, ja. Und wahrscheinlich sogar vielleicht mit dem Benefit, dass ihr vielleicht mehr Kunden gewonnen habt als ohne diese Aktion. Genau. Und heute ist es anders. Heute arbeiten alle Dienstleister im Bike-Leasing- oder Dienstratenmodell eigentlich, ja, gleich. Heute ist es so, dass alle Dienstleister bei den Leasing-Gesellschaften die Fahrräder rauskaufen für immer noch diese 10 Prozent, wie früher auch. Aber sie verkaufen sie an den Nutzer nicht für 10 Prozent, sondern für 17 oder 18 Prozent. Und mit dieser Marge, die sie dort generieren, nämlich diese 7 Prozent oder 8 Prozent, zahlen sie für den Arbeitnehmer die Steuerlast, die daraus entsteht. Das wurde mit den Finanzämtern, glaube ich, auch so dann ausgetentert. Das war dann doch am runden Tisch gesessen und das ist die Lösung. Genau. Die Lücke wird natürlich kleiner, weil die Lücke ist auf einmal nur noch von 18 zu 40 Prozent. Das sind nur noch 22 Prozent, die versteuert werden müssen. Darauf zahlen wir ungefähr ein Drittel, 33,75 Prozent. Und dafür nutzen wir diese Marge, die wir bei dem Ankauf für 10 Prozent und dem Verkauf mit 18 Prozent generieren, nutzen wir, um das zu schließen. Und so ist das steuerkonform, so ist das sauber, passt das für alle. Die Einsprung beim Mitarbeiter ist immer noch sehr, sehr hoch, weil in den letzten Jahren auch die Bemessungsgrundlage kleiner geworden ist, nämlich von 1 Prozent auf 0,25, sodass wir immer noch Einsparungen im Bereich von 30, 35 Prozent haben und so wird das immer noch für alle attraktiv. Und der Mitarbeiter kriegt gar nicht mit, dass er Steuern gezahlt hat. Richtig. Genau, das machen wir. Aber interessant, dass die erste Zahl, die wir jetzt den Zuhörern mitgeben können, ist, wenn man dann nach diesen 36 Monaten sein Fahrrad kaufen möchte und behalten möchte, dass es auch dann sein Eigentum ist, bis zu dem Zeitpunkt ist es ja nicht sein Eigentum, 17, 18 Prozent höre ich jetzt raus. Bei fast allen Leasinggesellschaften ist das so eine Summe, die bei all den Mitbewerbern, also wenn du es mal neutral sagen könntest, für auch deine Mitbewerber, das ist der Preis. Genau, das ist, und warum ist das der Preis? Weil das ausgehend von einem 10-prozentigen Restwert im Leasing genau der Wert ist, wo es für die Dienstleister plus minus 0 ist. In dem Moment, wo ich für 18 Prozent verkaufe, ist es für mich genau plus minus 0. Genau das, was ich einnehme, brauche ich, um die Steuerlast beim Arbeitnehmer zu lösen. Wenn jemand hingeht und 15 Prozent anbietet, dann legt er an dieser Stelle etwas Geld drauf. Das kann durchaus sein, der hat vielleicht vorher eine höhere Leasingrate, ein bisschen andere Systeme, da sind die Raten vorher höher, ist der Übernahmepreis nachher kleiner. Okay, aber raum gebaut. Genau, im Kern bleibt das immer so, ja. Und euer Verdienst ist letztendlich an den Leasingraten, ne? Das heißt, da habt ihr einen Zinssatz, so wie eigentlich wie jede andere Bank auch, wo ihr sagt, na gut, wir leihen ja demjenigen das Geld jetzt schon mal für drei Jahre und das ist dann sozusagen, davon lebt ihr als Firma. Genau. Davon leben jetzt, wie viele Mitarbeiter bei dir mittlerweile? Mittlerweile sind wir jetzt bei 165. Krass. Wir haben ja auch ein sportives Wachstum. Wir haben im letzten Jahr, wie gesagt, die Leasinggesellschaft noch integriert mit rund 40 Mitarbeitern. Wir haben auch den eigenen Versicherungsmakler im Haus. Das ist auch nochmal so ein kleiner Unterschied. Also das Versicherungspaket, was wir haben, ist auch unser Paket, sodass wir bei uns wirklich im Konzern sagen können, wir haben alles unter einem Dach von Versicherung, Dienstleistung, Leasing, außer eben die Fahrräder. Dafür haben wir unsere Fachhändler in Deutschland. Und du redest nicht mehr von Unternehmen, sondern von Konzern. Ja, tatsächlich sind wir jetzt offiziell Konzern und müssen auch Konzernabschluss machen. Deswegen ist das bei uns. Ach, das wusste ich ja als Unternehmer gar nicht. Also man wird irgendwann ab einer gewissen Größe, da muss man sich Konzern nennen. Ja, hängt dann auch mit den Gesellschaften, die da drin sind, mit dem Gesamtvolumen zusammen, da musst du das halt machen. Und Konzern stellt man sich ja immer so vor, dass man dann ja auch mit Anzug, Krawatte und sonst wie, das wird ja dann auch alles. Ja, wie bei uns, habe ich heute im Büro gelassen, habe heute das Freizeitoutfit angezogen. Nee, also bei uns ist es sehr sportiv. Wir haben natürlich den großen Vorteil, dass wir im Büro auch Dienstler sind und kaum Kundenverkehr haben. Das heißt, bei uns dürfen alle so rumlaufen, wie es ihnen gerne gefällt oder wie es ihnen gut gefällt, solange es keinen anderen stört. Also gewisse Regularien haben wir dann auch, ja. Ist da schon mal was vorgekommen? Hört sich so an? Ich kann mich nicht erinnern. Okay. Das ist ja interessant. Und dann müsst ihr auch anders veröffentlichen und solche Sachen, okay, andere Regeln beachten. Ist das vom, weißt du das jetzt so aus dem Kopf, ist das dann vom Staat so gedacht oder vom Gesetzgeber so gedacht, dass ein Konzern dann einfach mehr geschützt werden muss oder damit nicht eben mal schnell 100 Leute auf die Straße gesetzt werden oder wie muss ich mir das vorstellen? Naja, es sind einfach mehr Regularien. Da kommt ja bei uns noch dazu, dass wir auch eine BaFin-Lizenz haben. Dafür, dass wir eben die Leasing-Gesellschaft integriert haben, sind wir auch BaFin-lizenziert und hast du natürlich noch mal andere aufsichtsrechtliche Regularien in dem ganzen Konstrukt. Dann geht es da um große Geldsummen. Also da ist natürlich schon eine sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit drin und die Abschließung ist schon alles. Das nächste war ja gerade sonst, ne? Genau. Das kann ich mir ja fast schon im Taschenrechner reintippen oder fast im Kopf, wenn du sagst 70.000 Räder und ich könnte jetzt mal raten, was denn wohl ein Durchschnittspreis eines Rades ist. Gerade wo E-Bikes da sind, würde ich den Durchschnittspreis mindestens bei 2.000 Euro setzen. Das ist bei uns kein Geheimnis, unser Durchschnittspreis. Ich weiß es nicht, ich habe geraten. Was würdest du denn raten? Mehr. Mehr. Weil ich glaube, das Leasing ist ja insbesondere attraktiv, weil man ja einfach ein teureres Rad kaufen kann, als man sich so bar bezahlen würde. Sag es uns. Entscheidend ist ja schon mal erstmal der Ansatz, wie hoch der Anteil an Pedelecs im Vergleich zum Fahrrad ist. Deswegen denke ich 3.000 bis 4.000 auf jeden Fall, weil ganz viele E-Bikes, glaube ich. Also wir haben mittlerweile einen Anteil, der liegt bei rund 85%. Pedelec? Ja. Hätte ich nicht gedacht. Also das ist einfach... Ja, ja, wie mit unseren Gravelbikes sind die Ausnahmen, glaube ich. Ist ja schon gut, aber 85%. Jetzt im Hintergrund, warum ihr mein Open und mein S5 hier seht, das sind übrigens meine Bike-Leasing-Räder. Das sind deine... Und das ist, glaube ich, noch drin, das S5. Deswegen habe ich mal... Weil ich keine Fotos hatte, habe ich gedacht... Da sieht man übrigens auch gleich ganz gut, das muss kein Schutzblech haben unbedingt. Also und man kann damit auch durchaus privat fahren. Die Frage haben wir hier. Weil die Fragen, genau, das sind die gleichen Fragen, die immer wieder mal kommen. Und das ist jetzt... Was ist jetzt der Durchschnittspreis? Also der Durchschnittspreis ist in diesem Jahr nochmal hochgegangen. Wir liegen also im Jahr zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Das ist ja krass. Na gut, aber dann kann ich mir ja die Mathematikrechnung hier einfach machen. 70.000 Räder, 3.000 bis 4.000 Euro. Da muss man schon mal ein bisschen atmen, wie viel Geld da fließt. Genau, das sind halt hohe dreistellige Millionenbeträge, die da jedes Jahr über den Tisch gehen. Und dann tageweise ist das halt so, dass du dann mal 2 oder 3 Millionen Euro Tagesumsatz hast. Also da sind schon hohe Umsätze natürlich. Und klar, dann brauchst du eine vernünftige Regulatorik, die im Hintergrund funktioniert. Für uns auch intern als auch mit den Leasinggesellschaften. So stehen einfach mal 2 Milliarden, die irgendwo in Dubai gelandet sind oder so. Das wollen wir natürlich verhindern. Ja, da kommt schon was zusammen, was dann eben auch das Thema mit der Refinanzierung mit sich bringt. Ja, klar. Also es ist ja nicht immer nur, es ist einfach nicht so, dass du heute als Leasinggesellschaft sagen kannst, ach, ich gehe mal zu meiner Kreisparkasse, ich brauche mal wieder 100 Millionen Euro, weil wir ein paar Fahrräder einkaufen wollen. Und kriegt ihr dann, Entschuldigung, dass ich mal dazwischenrede, kriegt ihr dann auch so eine Art Ranking, dass ihr vertrauenswürdig seid? Weil letztendlich will ja keiner, jetzt spreche ich unsere Zuhörer an, einen Partner haben, wo man sagt, oh, wenn der mal pleite geht, dann ist mein Fahrrad weg. Denn es gehört mir ja noch gar nicht. Also ich frage das so plump, ich frage das jetzt hier mal so. Ist ja auch so. Also bei uns ist es so, wir haben einen Investmentgrade, das heißt, wir sind geprüft und es ist so, dass bei uns sogar instituelle, soziale Anleger, Lebensversicherungen, wie auch immer, bei uns Geld anlegen dürfen. So sicher ist unser Unternehmen mittlerweile. Und das hilft natürlich nicht nur uns bei der Beschaffung der liquiden Mittel, die wir einfach brauchen, um die Räder vorzufinanzieren, sondern das bringt uns natürlich auch total voran, einfach genau, was du gerade sagst, in dem Kundengespräch, wo du einfach sagst, jetzt habe ich zwei Jahre mein Rad abgezahlt, jetzt ist der Krause da mit seiner Firma, der ist jetzt bleibend, mein Fahrrad ist auch weg. Naja, eine berechtigte Frage, oder? Ist so. Und die Frage kommt immer wieder, genau wie wir das haben, wie wir die Bonität von unseren Kunden prüfen, haben wir das häufig, dass große Kunden auch unsere Bonität prüfen. Und das gehört einfach dann natürlich dazu, wenn du mit einem Unternehmen zusammenarbeitest und die haben vielleicht mal mehr Mitarbeiter und wir reden da über tausend Fahrräder, die die in der Flotte haben, dann reden wir ganz schnell mal über drei, vier, fünf Millionen Euro. Und genau wie du sagst. Für Fahrräder. Für Fahrräder. Wenn wir morgen in die Insolvenz gehen würden, dann wäre das natürlich ein großes Problem. Und deswegen ist das auch ganz, ganz wichtig. Wir haben mittlerweile eine Historie von sechs Jahren. Wir haben auch diese ganzen Zyklen durchlebt, mit 36 Monaten die Räder schon mal ausgelöst, weitergehen und das auch schon mehrmals gemacht. Weil auch da kommen natürlich Prozesse, Prozesskosten auf einen zu. Und das muss man als Dienstleister eben wissen und auch als Leasinggesellschaft. Und das ist bei uns alles jetzt geprüft worden. und deswegen haben wir auch die großen Investments auch von der Merck, jetzt der Münchner Rück und der Ergo, die eben bei uns Geld parken, anlegen, damit wir da Fahrräder mit ins Leasing bringen können. Das heißt, wir kriegen das gar nicht immer von Banken, sondern von Versicherungen, wo auch immer, Fonds, die dann einfach dann sagen, ja, ihr dürft damit was machen. Genau. Okay, interessant. Ganz wichtiger Punkt noch, da weiß ich gar nicht, ob das nicht euch auch noch geholfen hat, ja, beim Erfolg. Ich weiß noch, wie das immer dieser Zungenbrecher damals war, als wir auch Kunden angesprochen haben. Ihr könnt ja mal bei bikeleasing-service.de reingucken und euch mal ausrechnen, wie viel Geld ihr spart und was euch das kostet. Irgendwann kam ja die Domain bikeleasing.de. Witzigerweise habe ich es aber erst, obwohl wir ja nun mit euch zusammenarbeiten, aber ich bin ja in der täglichen Arbeit ja mich nicht so involviert, was die Verträge, die wir mit euch da machen, angeht. Da habe ich gedacht, bikeleasing.de, das ist ja krass, eine schlaue Domain und habe dann da drauf geguckt, das sieht ja fast so aus wie der Dienstleister, den wir sonst immer benutzt haben. Aber das ist ja auch jetzt wirklich mit bikeleasing.de. Witzigerweise ist es bei mir so, ich glaube Dienstfahrrad ist der offizielle Ausdruck, das, was ihr anbietet. Für mich ist es aber immer so, das ist schon fast im Sprachgebrauch reingegangen, dass ich es bikeleasing nenne. Das ist wie Tesafilm. Ja, ja. Das scheint ja auch nochmal ein wichtiger Punkt geworden zu sein, wo ihr auch wirklich eine Marke geschaffen habt, glaube ich, jetzt, die da noch ein bisschen prägnanter geworden ist. Genau, und das ist auch so. Also wir sind ja als bikeleasing-service gestartet. Warum? Weil ich von Marketing und so überhaupt keine Ahnung hatte und ganz alleine war. Und die Leasinggesellschaft, mit der ich das gemacht habe, hieß autoleasing-service. Und da habe ich gedacht, mach einfach bikeleasing-service. Das war für mich jetzt irgendwie das Einfachste. Dass wir dann in der Folge häufig damit zu kämpfen hatten, dass der Name zu lang war, die Domain zu lang, E-Mail-Adressen, buchstabieren, b.krause at bikeleasing-service.de mit den ganzen Fehlern, die dann resultieren, nicht angekommen, mit Bindestrich und ohne, haben wir irgendwann die Gelegenheit gehabt, bikeleasing.de eben von einem Fahrradhändler, der das reserviert hatte im Süden, mit dem wir heute auch noch gut zusammenarbeiten, zu übernehmen, der die Adresse damals zwar reserviert hatte, aber im Grunde auch keine richtige Verwendung dafür hatte, weil für den Händler passt die Domain natürlich dann auch nicht. Das bringt jetzt nichts, irgendwie als Händler so eine Domain zu haben und dann da irgendwie auf die Leasing-Dienstleister, mit denen man zusammenarbeitet, da weiterzuleiten. Und da sind wir da auch ganz happy, dass wir die bekommen haben, weil uns das natürlich an vielen Stellen hilft, genau wie wir jetzt in Österreich zum Beispiel bikeleasing.at dann natürlich haben und auch wir umgangssprachlich, muss man auch sagen, wir gehen jetzt schon mehr auf das bikeleasing.de, weil wir haben, kann man schon sagen, diesen Begriff Bikeleasing etabliert am Markt, aber er ist natürlich nicht geschützt und wird von vielen Wettbewerbern auch genutzt. Was nun mal so ist, hat aber häufig auch zur Folge, dass wenn jemand uns sucht im Netz, dass er dann natürlich auch woanders landet, das passiert halt. Aber umgekehrt, wenn einer bikeleasing sucht, ist ja die Domain, ist ja immer das, wo man denkt, ah, okay, das könnte ja das Original sein, in Anführungszeichen. Und deswegen wirst du auch in Zukunft immer mehr sehen, wenn du von uns Werbung siehst, Prospekt oder so, dann steht halt immer bikeleasing.de. Das ist jetzt immer, im Claim ist also immer jetzt bikeleasing.de drin, dass man das auch wirklich findet, wonach man sucht später. Aber das war schon gut, dass wir die Seite bekommen haben. Und wir hatten ja im Intro, hatte ich ja schon mal gesagt, so wie ich das verstanden habe, ist das jetzt, ist das Hauen und Stechen da im Wettbewerb oder seid ihr da, geht ihr da alle fair miteinander um? Ihr seid ja jetzt sicherlich auch, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht Marktführer, aber ihr seid wahrscheinlich einer der Größeren, oder? Genau, wir sind unter den Top 3 definitiv am Markt. Das ist schon ein Wettbewerb, das muss man ganz klar sagen. Also wir stehen draußen im Wettbewerb, aber es ist so, dass wir eigentlich mit fast allen Dienstleistern auf professioneller Ebene zusammenarbeiten, eben auch durch Verbandsarbeit zum Beispiel, wo wir uns austauschen für das Thema Dienstrad, um das nach vorne zu bringen. Im Alltagsgeschäft ist natürlich jeder für sein Unternehmen verantwortlich. Ich will natürlich für mein Unternehmen den größten möglichen Marktanteil und tue alles dafür, dass wir da gut und besser werden, jeden Tag. Aber das soll schon fair bleiben auf allen Ebenen und ich glaube, das klappt schon ganz gut im Markt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, weil wir im Moment ein sehr starkes Wachstum noch haben insgesamt im Markt. Es sind ganz viele Bereiche, die für uns ist das irgendwie gar nicht vorstellbar, weil wir jeden Tag nur über das Thema Bike Leasing sprechen, weil wir das seit sechs Jahren nichts anderes machen. Aber es kommen eben jeden Tag so viele Unternehmen und wenn man irgendwo sitzt und spricht, mit wie vielen man spricht, die sagen, das habe ich ja noch nie gehört, das geht auch. Und dann merkt man einfach, was das noch für ein riesengroßer Markt ist, der da insgesamt erstmal noch beackert werden kann, bis wir irgendwann mal dahin kommen, dass wir dann, weil das haben wir noch gar nicht, dass wir Situationen haben, wo wir Unternehmen von einem zum anderen Dienstleister hin und her schieben. Also wer eigentlich bei einem Dienstleister ist, der ist zu 98 Prozent da auch zufrieden und wird da im Moment auch bleiben, sofern sich nichts Dramatisches da tut. Und wir hatten ja auch gesprochen mit dem Thema Bike Leasing oder das Dienstfahrrad zu leasen. Wir machen das ja hier auch relativ neutral und wirklich möchte das unserer Zuhörerschaft noch geben. Wir sind befreundet, daher kam das jetzt. Und das meiste, was wir hier abhandeln, ist sowieso allgemeingültig, oder? Genau, das ist auch so. Und das passt auch. Und wie gesagt, wir sind da im Verband, im guten Austausch, wir arbeiten da zusammen. Wir wollen in Deutschland einfach alle mehr Fahrräder auf die Straße bekommen, damit wir auch der Verkehrswende, dass wir die ein bisschen unterstützen können, dass wir unsere Städte wieder lebens- und liebenswerter machen. Und das klappt, glaube ich, ganz gut mit dem Modell. Da haben wir, glaube ich, schon viel zu beigetragen. Und von daher sind wir da im sportlichen Wettbewerb, muss man es vielleicht nennen. Gibt es da denn Zahlen, ob diese Dienstfahrradregelung insgesamt? Also gefühlt habe ich schon das Gefühl, dass Leute sich ein Rad kaufen, die es vielleicht sonst gar nicht gemacht hätten. Insbesondere natürlich vielleicht auch in der Preisklasse, die sie sonst nicht gemacht hätten. Oder ich glaube aber auch, dass überhaupt einen Prozentsatz mehr an Rädern tatsächlich über dieses Modell auf die Straße kommen. Also ich glaube, dass das schon signifikant ist. Also auch mit unserer Kundschaft hier sind, glaube ich, auch einige dabei. Die würden es nicht machen, wenn der Arbeitgeber das nicht anbieten würde. Ja, und gleich zu Sebastian zu kommen, aber ganz entscheidend ist der Preispunkt, wo Leute sagen, ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich mal so ein Fahrrad besitzen darf. Also ich kann das so sagen, weil das sind Gespräche, die werden genau so geführt, dass ich so ein Fahrrad besitzen darf. Weil das hätte ich mir selber nicht gegönnt. Und dann durch das Leasing geht das. Das höre ich ganz oft. Genau, das ist häufig auch so. Und das ist ja auch unsere Erfahrung. Und was wir leider im Moment einfach, ja, situationsbedingt nicht so häufig haben, sind diese großen Demo-Days, die wir einfach in Unternehmen sonst immer durchgeführt haben, wo wir bei größeren Unternehmen auf dem Hof waren, haben zwei, drei Fahrradhändler mitgenommen, haben einfach den Mitarbeitern Fahrrädern zur Verfügung gestellt zum Probefahren, mit denen mal gerechnet, was heißt denn das überhaupt in unserer Unternehmenskonstellation hier. Und das, was ja eigentlich spannend ist und was eigentlich auch Spaß macht. Ich meine, das ist schön, wenn jemand, der sich ein neues Fahrrad kaufen will, jetzt 20 oder 30 Prozent einspart. Das ist toll. Aber das bringt natürlich für die Allgemeinheit noch keinen großen Mehrwert. Mehrwert bringt es, wenn wir auf einmal jemanden aus der Buchhaltung aufgrund unserer Aktion in den Hof locken und der fährt doch zum ersten Mal mit einem Pedelec und kommt wieder mit einem Grinsen und sagt, das hätte ich nie gedacht, dass das so einen Spaß macht. Und diese Erfahrung haben wir jeden Tag. Und da kriegen wir Mitarbeiter aufs Fahrrad, zum Fahrradpendeln, überhaupt wieder in die Bewegung, die gar nicht die Berührung mehr mit einem Fahrrad hatten. Die sagen alle, ich kann ja Fahrrad fahren. Wir kennen das im Alltag im Fahrradgeschäft. Ich brauche noch kein E-Bike. Die sagen ja, ja, brauchen sie nicht, wissen wir. Brauche ich auch nicht. Aber was passiert denn in der Praxis? Sie fahren ja nicht mit dem, was rumsteht. Und wenn dann ein richtig schickes E-Bike da steht, wo die Fahrt zum Bäcker auf einmal Spaß macht, schwuppdiwupp wird die ein oder andere Autofahrt ersetzt. Und das ist ja das, was nachher Spaß macht. Und da haben wir ganz, ganz viele Erlebnisse, wo wirklich viele Kunden uns dann auch noch anschreiben und sagen, Mensch, ohne Bike-Leasing wäre ich gar nicht wieder aufs Fahrrad gekommen. Und ich habe ein Lastenrad und pendle jeden Tag und fahre mit dem Hund in den Wald und was weiß ich. Also das macht schon Spaß. Ja, das kann ich nachvollziehen. Und wir kriegen es auch mit, dass ja der ein oder andere dann auch sagt, also auch beim Lastenfahrrad, wir haben ja auch Lastenfahrräder, das ist ja das einzige E-Bike, was wir verkaufen, mehr oder weniger ist das Lastenfahrrad, dass vielleicht auch das ein oder andere Auto weniger angeschafft wird für die Familie. Das haben wir auch schon oft erlebt. Auch bei den, auch beim Open-Rädern, die dann gesagt haben, ja, ich pendle jetzt nur noch mit meinem Open. Und wenn dann auch ein Open oder auch andere Räder, die wir verkaufen, das ist natürlich eine hochwertige Schiene, wo man aber vielleicht auch mit Freude jeden Tag drauf sitzt und jeden Tag stolz drauf ist, dass man so ein Rad fährt und das vielleicht auch mehr benutzt, als hätte man jetzt irgendwo von einer Stange eins irgendwo aus dem Regal billig genommen. Jetzt mal, ohne das zu despektierlich zu meinen. Genau, das ist so. Und das ist auch der große Arbeitgebervorteil. Weil wenn du einem Mitarbeiter 50 Euro mehr Gehalt gibst, dann hat er das in zwei Monaten vergessen. Dann ist das Standard. Wenn du einen Tankgutschein mal gibst für 100 Euro, dann hat er das nach dem Tanken vergessen. Wenn du aber ein gutes Fahrrad nicht nur ermöglichst, die meisten ermöglichen das ja nur, aber vielleicht auch noch bezuschusst oder sogar die Kosten übernimmst, dann kommt da ein Mitarbeiter, der steigt jeden Morgen auf das Fahrrad, freut sich jeden Morgen und kommt jeden Morgen mit einem grinsenden Gesicht zur Arbeit. Es sei denn, es regnet. Es sei denn, es regnet, ist der Chef schuld. Jetzt bin ich auch noch nass geworden, weil der mir ein Fahrrad gekauft hat. Stimmt. Aber da hast du halt unheimlich lange und unheimlich viel Freude. Das ist schon nochmal was anderes. Ja, ich kenne das. Ich kenne das auch jetzt unabhängig von unseren Kunden. Ich kenne das auch im Bekanntenkreis oder auch mein Bruder, der fährt, für den ist das ganz wichtig. Also der arbeitet, das ist schöne Grüße, der arbeitet jetzt in einer Firma, die das noch nicht eingeführt haben. Dem habe ich schon versprochen, dass wir hier einen schönen Podcast machen, den er seinen Chefs vorspielen soll, damit das in Zukunft funktioniert, weil er hat auch auf einmal Spaß am Radfahren gehabt. Er hat dann auch mehrere Räder sich da dann über die Jahre jetzt schon angeschafft und die dann auch behalten. Und das ist, glaube ich, auch wirklich was, wie du sagst, wo vielleicht Leute auf die Idee kommen, mal wieder aufs Rad zu steigen, die es vorher gar nicht gemacht haben. Das ist so. Ja. Dann fangen wir jetzt mal an. Ich habe das so ein bisschen so strukturiert, dass wir so anfangen. Ja, erst mal die Fahrradhändler, was müssen, zu welchen Händlern kann ich gehen, was müssen die so machen? Dann danach der Arbeitgeber, was kann der machen? Dann die Mitarbeiter selber. Wie funktioniert das? Den Selbstständigen nicht zu vergessen. Dann den Ablauf. Der taucht hier manchmal auch hinten schon mal auf, wie das überhaupt abläuft, so im Einzelnen. Das können wir kurz anwenden. Und dann am Ende geht es auch noch mal ums Fahrrad selber. Was ist denn, wenn das kaputt geht und solche Sachen? Würde ich gerne besprechen. Und dann habe ich hier auch noch so ein paar Fragen, die über die Kommentare über die letzten Wochen schon reingekommen sind. Also würde ich jetzt tatsächlich mal anfangen hier mit dem Fahrradhändler. Also das sind ja wir. Auch was müssen wir denn machen, um Dienstfahrräder anbieten zu können überhaupt? Und müssen wir ein großer Händler sein oder kann man auch ein kleiner Händler sein? Dann müssen wir wahrscheinlich auch Bonität nachweisen. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Und ja, was muss ein Fahrradhändler machen, damit er vertrauenswürdig genug ist, mit euch zusammenzuarbeiten oder überhaupt mit jedem Dienstleister? Wie ihr wisst, habe ich ja schon gesagt, wir haben ja so fünf Dienstleister an Bord oder sechs oder sieben. Und jeder, meistens kommt dann irgendeiner mit noch einem Dienstleister und dann nehmen wir den auch noch mit auf, wenn es geht. Das ist so, wenn der Arbeitgeber bei einem Dienstleister ist, dann was willst du da als Händler machen? Dann nimmst du natürlich den Umsatz mit. Das macht ja auch total Sinn. Also bei uns ist das so, dass unsere Hauptkriterien sind eigentlich in erster Linie, wir brauchen ein Vor-Ort-Geschäft auch, wo du einfach hingehen kannst und wo du auch, wenn du irgendwas am Fahrrad hast, irgendwas ist kaputt, auch mit dem Fahrrad wieder hingehen kannst, ohne das aufwendig hin und her zu schicken. Deswegen sind wir schon sehr stationär aufgestellt. Also weniger online. Genau, wir legen schon großen Fokus darauf, dass wir stationären Fachhandel haben. Das bedeutet aber trotzdem, dass wenn du mal irgendwo doch ein Rad bestellst, weil du das vielleicht irgendwo anders nicht kriegst, dass in der Regel aber alle unsere angeschlossenen Händler natürlich Räder aus unserem System auch reparieren und warten. Weil es ist ja auch so, du ziehst vielleicht mal um mit deinem Dienstfahrrad aus Hamburg nach München oder umgekehrt und dann willst du natürlich da auch einen vernünftigen Service bekommen. Dann sind die Auflagen der Händler, also die bei uns ganz da drin sind, die müssen die Fahrräder natürlich ordnungsgemäß, aufgebaut, verkehrssicher ausliefern. Das heißt, du brauchst eine Einweisung. Das ist für den Arbeitgeber ganz, ganz wichtig, denn es ist und bleibt ein Dienstfahrrad. Und es ist so, dass der Mitarbeiter eine Einweisung kriegen muss und er muss einfach auf dem Fahrrad sitzen und muss sagen, jawohl, das passt, das funktioniert alles und dann kann er damit losfahren. Also das heißt, wir brauchen schon Händler, die auch wissen, was sie da machen, vernünftige Fahrräder und Marken ausliefern und dann ist das aber auch schon okay. Also größer sind die Anforderungen jetzt nicht, denn wir wollen ja eigentlich, dass jeder Mitarbeiter auch wieder zu seinem Lieblingshändler gehen kann und wir haben mittlerweile, ich würde sagen, eigentlich jeden Händler, der in Deutschland Neuradumsatz macht, bei uns im System mit drin. Ich glaube, wir haben knapp unter 5000 Händler mittlerweile, die mit Vereinbarungen mit uns registriert, bei uns registriert sind, so dass eigentlich jeder Mitarbeiter seinen Händler da wieder im System wiederfindet. Okay. Und kann denn der Arbeitgeber festlegen, zu welchem Händler man gehen soll oder muss oder ist das wurscht? Hauptsache er macht Bike Leasing in Anführungsstrichen. Oder ist es so, dass der Arbeitgeber sagt, ja Bike Leasing, Jobrad, was auch immer, Business Bike, wir bieten entweder nur einen an, vielleicht auch mehrere, ich weiß gar nicht, ob das auch geht, dass Arbeitgeber verschiedene Service-Dienstleister anbieten und dass es dann egal, freie Händlerwahl ist? Also grundsätzlich ist das so, dass eigentlich Arbeitgeber nur mit einem Dienstleister zusammenarbeiten. Weil ein zweiter Dienstleister bringt jetzt nicht einen wirklichen Vorteil. Du kannst wieder zu dem gleichen Händler gehen, hast dann unterschiedliche Prozesse, unterschiedliche Abrechnungen, Plattformen und so weiter. Deswegen arbeiten sie in der Regel nur mit einem Dienstleister zusammen. Und dann ist es so, dass der Arbeitgeber kann eigentlich über das gesamte Modell komplett entscheiden und auch flexibel und auch individuell. Wenn der Arbeitgeber sagt, ich möchte nur, dass meine Mitarbeiter Fahrräder bekommen, weil ich will gar keine, ich will gar nicht, dass die Pedelecs fahren. Warum auch immer, weil der keine Batterien mag. Was kann er denen? Dann kann er bei uns im System wählen. Bei uns gibt es nur Fahrräder und es gibt vielleicht auch nur Fahrräder bis 5000 Euro. Und er könnte sogar sagen, meine Mitarbeiter dürfen nur zu den drei Händlern fahren, weil ich die drei Händler gut finde und die anderen nicht mag. Macht aber im Normalfall überhaupt keinen Sinn. Also das, was die Arbeitgeber eigentlich machen, ist, dass sie sagen, geh zu deinem Lieblingshändler, hol dir dein Lieblingsrad, Lieblingsrad deiner Marke, das, was du haben willst, weil du ja auch mit deiner Bruttoumwandlung dafür bezahlst. Und dann such dir das Fahrrad aus, was dir am besten gefällt und auch, wo du den Service gut findest, wo du eben gut mit zurechtkommst. Es macht eigentlich keinen Sinn, das einzuschränken. Was manchmal passiert ist, dass Arbeitgeber das Eurovolumen einschränken. Dass sie sagen, ich möchte, dass maximal 6000 Euro zum Beispiel umgewandelt werden und dafür kann er sich zwei Fahrräder aussuchen oder aber auch eins nur. Also das kann er schon machen. Und der Arbeitgeber kann natürlich auch individuell mit Zuschuss arbeiten. Wenn er sagt, ich möchte gar nicht 100% Entgeltumwandlung machen, sondern ich gebe zu jedem Fahrrad 10 Euro dazu oder 10% oder 20 Euro. Freie Wahl. Dann kann er das ganz individuell. Das kann er bei euch schon hinterlegen? Genau. Das hinterlegt er bei uns. Und ich als Händler sehe dann sofort, aha, das kriegt gar nicht mit als Händler. Eigentlich kann es dir als Händler egal sein, aber als Mitarbeiter siehst du es. Weil wenn du jetzt zum Beispiel bei uns in die App gehst und machst mit deinem Arbeitgeber-Code den Rechner auf und dein Arbeitgeber zahlt dir zum Beispiel 20 Euro dazu, dann rechnet unser System diese 20 Euro gleich mit ein. Okay. Denn du willst ja wissen, was kostet dich das Fahrrad in 36 Monaten oder was kostet sich Monat? 20 Euro ist gar nicht so wenig, wie man gerade denkt. Nee. Bei einer Leasingrate, wenn das 50 Euro Leasingrate hat, sind 20 Euro schon. Und was wir auch häufig haben und das ist eigentlich auch immer so unser Ansatz. Wir haben ja viele Unternehmen, die auch im Niedriglohnsektor arbeiten zum Beispiel, wo manchmal gar keine Entgeltumwandlung geht, die aber gerne das Modell einführen wollen. Und dann versuchen wir natürlich immer, das ist ja klar, unser Vertriebsansatz ist natürlich, je mehr Zuschuss der Arbeitgeber gibt, umso mehr Mitarbeiter nutzen auch das Fahrrad. Und umso mehr kriegen wir aufs Fahrrad. Und unser Ansatz ist eigentlich immer, ermögliche doch zumindest allen Mitarbeitern ein Fahrrad. Und das kriegst du eigentlich mit 30 Euro hin. Okay. Wenn du 30 Euro Zuschuss gibst, für die 30 Euro kann sich ein Mitarbeiter ein vernünftiges Fahrrad holen. Das ist versichert. Damit wird der mobil, kommt zur Arbeit, kann das Auto stehen lassen, wenn er überhaupt eins hat. Und wenn du dann aber als Mitarbeiter sagst, ich will aber eins für 5.000 Euro haben oder ich will mir jetzt mal das Open leisten, weil ich da schon seit 20 Jahren von träume, so lange gibt es ja das noch nicht. Wir haben auch andere tolle Marken. Genau. Aber ich kenne es ja nun mal. Dann zahlst du im Grunde die gesamte Rate aus deinem Brutto abzüglich der 30 Euro, die jeder Mitarbeiter im Unternehmen kriegt. Und das ist eigentlich immer eine schöne Sache. Dann kriegst du viele Leute aufs Fahrrad. Du kannst zumindest allen die Mobilität anbieten. Und wer bereit ist, mehr auszugeben, der wandelt dann halt einen Teil um. Sagt denn der Gesetzgeber, wo das Limit an dem Maximum, du hast gesagt, der Arbeitgeber kann sagen, ob jetzt 3.000, 5.000 oder welche Summe auch immer. Gibt es denn eine gesetzliche Regelung, was die Höchstsumme sein darf? Also das ist unterschiedlich. Normalerweise gibt es die nicht. Aber es ist jetzt so, dass wir zum Beispiel bei den öffentlichen Arbeitgebern mit der Verdi im Tarifvertrag klare Regelungen haben, was zum Beispiel maximale UVPs sein dürfen. Also je nach Tarifvertrag kann das eben mal sein, dass der UVP nicht 5.000 oder nicht 6.000 Euro übersteigen darf. Das gibt es schon. Aber im freien Markt, wenn es nicht tarifreguliert ist, gibt es eigentlich keine Grenze dafür. Und wir haben auch Räder, die mal 17.000 Euro kosten oder so. Auch das gibt es. Habe ich mal gehört. Ja, aber haben wir auch im System. Aber es gibt sonst kein, im freien, wenn es nicht mit Tarifpartnern wie Verdi jetzt ist oder so, gibt es da kein Limit. Wenn der Arbeitgeber sagt, zwei Pedelecs können auch schnell 10.000 Euro kosten. Also jetzt, ich weiß, das sind dramatische Summen, die vielleicht ein oder andere Hörer jetzt hier hören. Aber klar, wenn ich jetzt zum Beispiel, klar, das ist eine Frage, die ich mir rausgenommen habe, zwei Pedelecs. Ja. 10.000 Euro. 10.000 Euro schnell mal, die da anstehen. Ja. Aber im Grunde ist es doch, wenn du sagst, es ist nach oben kein Limit, dann könnte ich mir auch fünf, 10.000 Euro Fahrräder hinstellen, für meine Freunde noch mitkaufen, weil die irgendeinen Arbeitgeber haben, der keine Lust hat. Habt natürlich irgendwann keinen Lohn mehr, weil so viel Lohn kann man ja dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr abziehen. Aber rein in der Theorie ist das ja wurscht. Oder sagt der Gesetzgeber irgendwann ja, das ist dann nicht mehr, nicht da so viel Steuern wollen wir jetzt doch nicht verschenken. Also grundsätzlich ist es so, dass du schon mehrere Fahrräder haben darfst und auch mehrere Fahrräder umwandeln kannst. Aber die Vorgaben sind eigentlich immer, das sind deine Räder und die sind für dich. Okay. Und du kannst sie zur Nutzung auch ein drittes Mal überlassen. Das ist nicht schadhaft für das Leasing, das ist nicht schadhaft für die Versicherung. Aber um es klar zu sagen, du darfst Fahrräder leasen für dich und nicht für andere. Und das können auch zwei und das können auch drei sein. Wir raten in der Regel immer, das bei zwei zu deckeln, weil bei drei, also zum Beispiel ein Kinderfahrrad darf das nicht da drin sein. Ach so, weil das ganz klar und das ganz offensichtlich für jemanden anders ist. Ah ja, das darf nicht. Genau. Das ist gesetzlich dann nicht gewollt. Okay, verstanden. Es gibt auch immer wieder da unterschiedliche Ausnahmen. Das ist ja ein Modell, was auch über die Jahre jetzt immer wieder wächst und immer wieder nachgeschärft wird an vielen Stellen. Und das war auch so ein Thema, was lange immer so offen ist. Aber es ist so, die Fahrräder sind für dich und du kannst sie jemand anderen überlassen zur Nutzung. Ja, also mal ausleihen. Okay, verstanden. Also als Arbeitgeber, da wird doch aber dann wahrscheinlich eine Bonitätsprüfung gemacht, oder? Das heißt, wenn ich als Arbeitgeber letztendlich einen Leasingvertrag, also ist ja beim Auto auch so, leuchtet eine grüne Lampe, kenne ich so, dass man da hingeht zum Autohaus, leuchtet die grüne Lampe, kriegst du das Rad, leuchtet das Auto, leuchtet sie nicht, dann musst du vielleicht nochmal eine BWA hinschicken und so ähnlich wird es ja auch sein. Das heißt, der Arbeitgeber wird ja wahrscheinlich dann erstmal bonitär durchleuchtet. Und ob der überhaupt Kunde werden darf, baue ich, ne? Genau. Also das ganz normale Bonitätsverfahren, wie du das im Autobereich oder bei anderen Dingen eben auch kennst. Und da gibt es eben Vorgaben, in welchem Bereich sich das bewegen muss. Dann haben wir natürlich manchmal Spielraum, weil du hast auch immer immer wieder mal Konzerngruppen, wo vielleicht eine Gesellschaft gerade nicht passen würde. Dann muss man da halt ein bisschen quer hin und her schieben, aber das kriegt man dann in der Regel schon hin. Aber du hast auch Unternehmen, die nicht durch die Bonitätsprüfung kommen. Das haben wir auch, die wir dann ablehnen müssen. Um den Zuhörern klar zu machen, worum es geht, warum der Arbeitgeber, denn die Leasingrate muss ja erstmal der Arbeit, das wird ja vom Konto des Arbeitgebers abgezogen. Genau. Also der Geldfluss. Deswegen ist die Prüfung die Bonitätsprüfung bei dem Arbeitgeber. Ich weiß, ich erkläre es nochmal, aber nur damit auch einem klar ist, warum wird eigentlich der Arbeitgeber Bonitätsprüfung gemacht? Ja, der zeigt ja auch die Rate. Ganz streng genommen interessiert uns der Mitarbeiter gar nicht. Wir haben natürlich die Prozesse auf den Mitarbeiter abgestimmt, weil der das Fahrrad nachher aussucht, weil der zum Händler geht. Wir helfen auch bei den Dokumentationen, die der Arbeitgeber mit dem Mitarbeiter braucht. Aber das wirkliche Vertragsverhältnis haben wir als Leasinggesellschaft und als Dienstleister nur mit dem Arbeitgeber. Und der Arbeitgeber ist eben zur Zahlung verpflichtet. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele können wir sagen, ja, könnt ihr nicht die Leasingrate gleich vom Mitarbeiter einziehen? Nein, das geht natürlich nicht. Willkommen in unserem Podcast. Immer sagen, hört doch mal den Podcast. Also das geht, das geht natürlich nicht. Das heißt, es ist immer so, dass der Arbeitgeber die Leasingraten zahlt an uns und dass er dann im Rahmen der Entgeltumwandlung bei den Mitarbeitern einen Teil des Bruttogehalts einbehält. Und die, ja, nun, wenn er das Gehalt nicht zahlen kann, weil er nicht monetär ist, kann er natürlich auch nichts einbehalten am Ende und euch nicht bedienen in Anführungsstrichen. Und deswegen ist für uns die Bonität ganz, ganz wichtig, aber uns interessiert nicht die Bonität des Mitarbeiters und das ist übrigens auch ein großer Vorteil und das ist neben der Einsparung auch nochmal ein Vorteil, weil wenn du heute sagst, du willst dir als Mitarbeiter oder als Privatperson ein 4.000 Euro Fahrrad gönnen, dann musst du eins machen, dann musst du erstmal gucken, ob du 4.000 Euro in Cash in der Hand oder auf dem Konto hast. Wenn nicht, hast du ja die Option, gut, dann kann ich auch eine Finanzierung machen, dann wird es halt aufwendig, dann läufst du zur Bank, dann musst du gucken, kriege ich das Geld, du kannst es beim Händler versuchen, aber am Ende kommen eben nicht 4.000 Euro raus, sondern vielleicht 4.500 oder 4.700 bei einer Finanzierung und beim Dienstratmodell ist es ja so, dass du eben 36 Monate auch ein Stück weit abbezahlst, wenn du so willst, aber mit dem großen Vorteil, dass die Gesamtsumme nachher deutlich unter 4.000 Euro ist, plus der Vorteil, was ist, wenn ich in zwölf Monaten meinen Job verliere? Ja, da sprechen wir später, die Frage kommt für später nochmal. Dann kann ich das Rad zurückgeben, dann kann ich es beim Rad geben. Wenn ich währenddessen, wenn ich eine Finanzierung habe für ein Fahrrad, dann habe ich vielleicht keinen Job mehr, habe ein ganz kleines Einkommen, kann mir das gar nicht leisten und komme in diese Schuldenfalle rein und das hast du natürlich beim Dienstratmodell nicht. Ja, die Frage kommt später nochmal, wenn es um den Mitarbeiter im Detail geht. Bleiben wir nochmal beim Arbeitgeber. Ja, welche Kosten hat denn der Arbeitgeber? Also welchen Aufwand? Da gehört ja sowas wie Buchhaltung, Lohnabrechnung und so weiter mit dazu. Habt ihr das mal irgendwo, ihr macht ja auch Verhandlungen mit großen Konzernen, habt ihr das irgendwo mal beziffert, was das einem Arbeitgeber überhaupt kostet, überhaupt nur die Option anzubieten, bevor überhaupt ein Rad geleast wird? Also im Grunde musst du als Arbeitgeber heute drei Punkte beleuchten. Das eine, genau was wir jetzt gleich ansprechen, ist das Thema Kosten. Das andere ist das Thema Aufwand, was ja ein Stück weit auch mit Kosten zu tun hat. Letztendlich ist Arbeitszeit auch wieder Geld. Und das dritte ist das Thema Risiko. Was habe ich trotzdem in so einem Modell für ein Risiko? Und das sind so die drei Sachen, die wir auch mit den Arbeitgebern explizit durchgehen. Zum Thema Kosten kann man ganz klar sagen, wir schaffen das, das Modell kostenneutral einzuführen. Also es, in den allermeisten Fällen ist das so, dass die Arbeitgeber nur diese, also oder andersrum gesagt, dass die Arbeitgeber von den Mitarbeitern so viel einbehalten als Bruttorate, dass es für sie kostenneutral ist. Sie sparen ja ein bisschen... Das Fahrrad, also jetzt mal unabhängig, also nicht das Modell anbieten zu können, das Dienstfahrradmodell, das kostet wahrscheinlich schon ein bisschen Aufwand. Mal die Verträge mit euch abschließen und so weiter. Aber da geht es jetzt darum, Lohnnebenkosten 1 zu 1, das ist dann kostenneutral. Genau, du hast ja, also du musst einfach sagen, du hast pro Mitarbeiter, pro Fahrrad ungefähr zehn Minuten Aufwand. So, dieser Aufwand muss bezahlt werden und dann kannst du eben sagen, von den 100% Kosten, die jetzt erstmal als Leasingrate auf mich als Arbeitgeber zukommen, die ich bezahlen muss jeden Monat, 100 Euro, kann ich ja jetzt überlegen, will ich 100 Euro an den Mitarbeiter weitergeben? Dann passiert folgendes, ich gebe die 100 Euro weiter und spare 20 Euro, ungefähr 20% Lohnnebenkosten bei den Mitarbeitern ein. Weil der Mitarbeiter die 100 Euro von seinem Lohn abgezogen hat. Diese 20 Euro sind vielleicht die Arbeit, die ich dafür habe. Entweder nutze ich die um die Arbeit oder ich behalte nicht 20 Euro ein, sondern nur 10 und gebe ihm 10 Euro auch wieder in den Topf damit dazu. Also das kann man, wenn man will, genau so einstellen, dass es kostenneutral ist und auch, dass die Aufwandskosten damit bezahlt werden. Das heißt, es gibt für den Arbeitgeber, wenn man die Kosten betrachtet, kein Argument, das Dienstfahrtmodell nicht einzuführen. Das muss mein Bruder die stelle, die muss sie ihm vorstellen. Schöne Grüße. Aber ich möchte eine platte Antwort geben, die ich mehrmals gehört habe. Das will die Firma, wirklich mehrfach gehört habe, dass die Firma das sagt, der Aufwand in unserer Buchhaltung, das ist alles eingespielt. Jetzt müssen die wieder mit den Steuerberater reden und dann muss die Lohnabrechnung neu gemacht werden. Dann kostet die Lohnabrechnung nicht 17 Euro, sondern 27 Euro, weil das ja der Mitarbeiter mit dem Leasingfahrrad ist. So was höre ich. Ja, das glaube ich und das hören wir auch und klassischerweise haben wir ja auch immer die Erfahrung, wer ruft uns an aus einem Unternehmen? Uns ruft ein HR-Manager an, uns ruft ein Betriebsrat an, uns rufen Personale an oder so, die sagen, wir wollen sowas Tolles einführen. Ja, und dann kommen wir ins Unternehmen und dann kommst du in den Raum und dann kannst du anhand der Gesichter erkennen, wer aus welchem Bereich kommt. Entschuldigung, das ist schon voll ins Mikro, aber das kann ich mir richtig vorstellen. Weil alle, die HR, Gesundheit und sowas machen, die freuen sich, dass wir endlich da sind, dass es da weitergeht, Betriebsrat freut sich auch noch. Human Resources, sprich es aus. Ich weiß, manchmal müssen wir noch mal sagen, Human Resources, also die Personalabteilung in Deutsch. Genau, also die freuen sich und dann hast du meistens aus der Lohnabrechnung, ein oder zwei da sitzen, die gucken nicht so freundlich, und häufig hast du noch jemanden aus dem Fuhrparkbereich da sitzen, der guckt manchmal noch schlechter. Entschuldigung. Und dann, und dann, und warum? Total verständlich. Die haben die Erfahrung aus dem Autobereich. Ein Fuhrparkmanager, der hat aus dem Autobereich, der hat so einen Hals. Der betreut 30 Autos, mit jedem Auto ist jeden Monat irgendwas. Er kümmert sich um die Schäden, der kümmert sich um das Abholen, um den Ersatzwagen, der kümmert sich darum, wenn das Auto zurückkommt und überall Kratzer drin sind, geht mit dem Mitarbeiter in die Diskussion und so weiter, dann kümmert er sich vielleicht noch um die Konditionen mit den Lieferanten. Verloren sie gar eine Tankkarte. Der fällt bei unserem System komplett raus. Der hat damit gar nichts zu tun, weil diese ganze Abwicklung, ob das Schaden ist, ob das Abholen ist, Aussuchen, Rückgabe, das macht alles der Mitarbeiter mit dem Fachhändler, mit uns zusammen selber. Und wenn wir das erklärt haben, dann weint sich das Gesicht von dem auch nach der Fuhrparkmanager aus. Den haben wir dann schon mal beruhigt. Können wir nicht nur noch Dienstfahrräder machen? Wir brauchen doch gar keine Autos mehr. Was machen wir jetzt mit der Buchhaltung? Wie schlecht gelaunt ist. Der ist dann schon total entspannt und das Gleiche geht auch ein bisschen abgespeckter Version mit der Buchhaltung. Ja, die haben Arbeit, weil es ist ganz klar, du musst an dieser Stelle, wir müssen einmal wissen, ob der Mitarbeiter in diesem Prozess, der sich ein Fahrrad ausgesucht hat, ob der überhaupt eins haben darf. Weil vielleicht geht der in sechs Monaten in Ruhestand. Oder vielleicht ist der ein befristetes Arbeitsverhältnis oder ein Auszubildender oder er hat eine Lohnpfändung oder sowas. Das heißt, die müssen einmal checken, darf dieser Mitarbeiter überhaupt ein Fahrrad haben? Aber, und das ist eigentlich das, wo sie dann die Gesichter langsam sich von der Negativ-Einstellung erstmal in die neutral bewegen, das funktioniert bei uns wie bei anderen Dienstleistern im Übrigen auch, total easy in der Plattform. Das heißt, du gehst, die kriegen eine Info-Mail von uns, die drücken auf einen Link, sind in der Plattform, sehen den Mitarbeiter, checken einmal in ihrer Software, ob der Mitarbeiter darf, ob irgendwelche K.O.-Kriterien dabei sind und drücken auf bestätigen oder besser gesagt freigeben oder ablehnen. Also es muss in der Firma jemanden geben, der sagt, der Mitarbeiter A, B, C, D dürfen das alle, aber der Mitarbeiter F, hast du es erklärt, geht demnächst in Rente, der kann jetzt nicht noch in 36. Und dann drücken die einmal auf den Knopf und dann ist dieses Prozedere an dieser Stelle für die Firma erstmal wieder erledigt. Alles vorher, Rad aussuchen, abholen, Übernahme, das machen alles wir, der Überlassungsvertrag, der zwischen Unternehmen und Mitarbeiter geschlossen wird, der ist schon fix und fertig. Den generieren wir komplett, den kriegt die Lohnbuchhaltung komplett von uns und das ist auch das Entscheidende. Am Ende, nachdem das Fahrrad abgeholt wurde und der Mitarbeiter seinen Rat hat, bekommt die Lohnbuchhaltung von uns das Startdatum vom Leasing, die Rechnung von der Leasinggesellschaft und sie bekommen von uns das Deckblatt vom Überlassungsvertrag, wo genau die Werte drauf sind, die sie brauchen. Das heißt, sie brauchen sich da nicht groß was aussuchen und gucken und ausrechnen, wie viel wollen wir denn jetzt weitergeben, sondern das ist alles fix und fertig befüllt. Und wenn sie das dann sehen und sie dann wissen und das abschätzen können, okay, da reden wir pro Mitarbeiter über fünf bis zehn Minuten Aufwand, dann sind eigentlich nach so einem Tag dann alle happy und freuen sich auf die Einführung von so einem Modell. Jetzt haben wir die etwas kleinere Firma, die sagt, wir machen unseren Lohn nicht selber, das macht das Steuerbüro. So ein Klassiker. Dann rechnen die Summe X, die verrate ich jetzt nicht, die man so in Rechnung stellt, wenn so eine Lohnabrechnung gemacht wird. Was würdest du denn denken, was kostet das mehr? Also ich kann das nur sagen, aus unserem Steuerbüro. Weil diese Frage kommt. Also von den Arbeitgebern. Ehrlich gesagt, habe ich die Frage so noch nie gehört, dass das sich dann verändert. Also bei uns sind es zum Beispiel so, wir machen die Lohnabrechnung jetzt selber, aber vorher, als wir noch kleiner waren, haben wir Lohnabrechnungen machen lassen von unserem Steuerbüro und die Lohnabrechnung, die Kosten für eine einzelne Lohnabrechnung hat sich nicht dadurch verändert, dass ein Mitarbeiter einmalig für 36 Monate einen Wert anträgt. Aber das ist doch eine wichtige Info, dass diese Angst nicht sein muss, dass da jemand sagt, jetzt kostet die Lohnabrechnung aber deutlich mehr, weil das ja deutlich mehr Aufwand ist. Es wird einmal ein Wert eingetragen, der von uns oder dann von dem Arbeitgeber an die Lohnbuchhaltung übermittelt wird und dieser Wert ist da für 36 Monate drin und damit ist es fertig. Ging darum, dass man Ängste abbaut, dass da jetzt nicht, dass jemand sagt, das kostet jetzt alles viel mehr für eure 100 Mitarbeiter, dass das gar nicht der Fall ist. Da passiert nichts. Jetzt haben wir noch den Punkt Risiko, weil das kann ich mir vorstellen, der hat jetzt 100 Räder gekauft bei euch und 100 Mitarbeiter kündigen, alle auf einmal und dann hat er diese 100 Räder an der Backe. Da kann er sich jeden Tag 100 Mitarbeiter auf einmal kündigen. Nein, aber das ist jetzt, das ist wahrscheinlich das Risiko, was ich habe. Ich kaufe ein Rad und der Mitarbeiter geht weg und ich bleibe auf der Leasingrate sitzen. Gibt es da erstmal, gibt es da eine Exit-Strategie für den Mitarbeiter, für das Unternehmen, wo er sagt, naja, kann ich an euch zurück, geben, ihr übernehmt dann Teil von oder wie sind da die Möglichkeiten? Das ist ja eine große Stärke tatsächlich bei uns und da haben wir uns auch darauf fokussiert. Das ist nämlich der dritte Baustell, was wir gerade eben gesagt haben, Kosten, Aufwand und Risiko. Wir haben seit diesem Jahr bei uns in der Leasingrate einen Ausfallschutz integriert. Das heißt, egal wie groß du als Arbeitgeber bist, ob du zwei Mitarbeiter hast oder 2000, jedes Fahrrad ist gegen so einen Ausfallschutz versichert. Das heißt, egal warum der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, wir haben den gekündigt, der hat selber gekündigt. Dem kann ja auch was passiert sein. Dem ist was passiert, der hat einen Unfall, auch bei so einer großen Stückzahl hast du auch mal einen Todesfall oder sowas, also Dinge, wo jetzt keiner auch was dazu kann. Elternzeit, Mutterschutz, Schwangerschaft, all diese Dinge, egal was ist, ist es so, dass du als Arbeitgeber immer die Option hast, das Fahrrad zurückzugeben. Und damit bist du aus diesem Risiko, 100 Fahrräder dann zu sammeln bei dir in der Garage, bist du aus diesem Risiko raus. Wie machten ihr das überhaupt bei den Arbeitgebern? Gebt ihr denen als Leasinggesellschaft auch ein Volumen vor, was er jetzt überhaupt am Mitarbeiter rausgeben darf? Also es ist ja so, wenn denn jetzt ein Unternehmen mit, sagen wir mal, 100.000 Euro Umsatz für 100.000 Euro Räder kauft, ist vielleicht ein bisschen viel. Also weiß ich nicht. Das macht die Bonitätsprüfung. Die sagt dann, so viel Volumen habt ihr. Genau. Das kommt automatisch bei der Bonitätsprüfung, kommt so ein Volumen und dann Räderstückzahl unten raus. Das heißt, wenn du eben so ein Unternehmen hast, dann kann das sein, wenn die Bonität nicht ganz super ist, dass der eben vielleicht bei neun Mitarbeitern nur drei Fahrräder machen kann. Ja, okay. Also das kann durchaus passieren. Oder entsprechend die einzelnen Fahrräderpreise oder den Wert mitnehmen muss, ne? Genau. Also er könnte einfach einen Wert festlegen. Genau, es geht um Euro-Werte dann, ja. Okay, ja. Und wenn der Unternehmer das Mitarbeiter, das Unternehmer verlässt, hast du ja eben schon gesagt, okay. Ja, würde ich jetzt zu dem... Entschuldigung. Was passiert dann, wenn ihr das Fahrrad dann zurücknehmt? Ihr versteigert das dann oder wie veräußert ihr das Fahrrad? Wir haben für die... Also es gibt zwei Prozesse. Wir haben einmal den Prozess während der Laufzeit. Das heißt, wenn Räder während der Laufzeit zurückkommen, die sind natürlich über unseren Versicherungsschutz mit abgedeckt. Das heißt, da hängen wir mit der Versicherung mit drin und dann haben wir dafür Aufkäufer, die die Gebrauchträder kaufen. Und am Ende der Laufzeit, also wenn wir am Ende der Laufzeit Räder, gibt es ja auch die Situation, dass der Mitarbeiter das nicht nimmt, sondern er sagt, ach, ich hole mir lieber wieder ein neues, weil ich Bock auf das neue Modell habe. Für diese 17 Prozent das Fahrrad. Genau. Kein Bock. Ich hole mir wieder ein neues. Dann ist es so, dass die Räder zum Fachhändler gehen und dass der Fachhändler dann die erste Option der Verwertung hat. Das heißt, der Fachhändler kann gucken, da kann ich noch was mit machen, das passt bei mir ins Modell oder schickt es uns zurück. Und der Fachhändler würde auch 17 Prozent bezahlen? Nein, der Fachhändler zahlt ein bisschen weniger, weil wir beim Fachhändler nicht diesen Geldwert einen Vorteil übernehmen müssen. Ah. Aber in allermeisten Fällen kommt doch ein, ist das Rad ja das immer ein bisschen mehr wert, also ich glaube signifikant mehr wert als das, was man bezahlt. Diese 18 Prozent oder 17 Prozent, was auch immer. Ihr nehmt jetzt 18 oder 17? 18. 18. Also die 18 Prozent habe ich das Gefühl, also auch als ich meinen Open rausgekauft habe, wo ich gesagt habe, naja, wahrscheinlich würde ich sogar das Doppelte kriegen, wenn ich es verkaufen würde. Und dann bist du auch bei diesen 40 Prozent marktüblich, die passen auch bei Fahrrädern, passen die auch? Also da kann man wirklich sagen, zumindest bei den hochwertigen. Das ist okay. Bei Pedelecs ist der wahre Marktwert vielleicht ein bisschen geringer, vielleicht liegt er bei 35 oder so, weil einfach mit Akkuverbrauch, je nachdem wie viel die gefahren sind. Ach so, weil natürlich ein drei Jahre alter Akku nicht mehr so frisch ist und der könnte auch schon wieder ein Tausender kosten. So und dann kommt es eben darauf an, ist da einer 30.000 Kilometer mitgefahren oder 400. Also wir kriegen auch manchmal nach drei Jahren zwei neue Fahrräder zurück. Ach so. Und dann stehen die im Lager und denke ich, was ist das? Ja, die sind zurückleasing aus, dafür hat sich einer zwei Räder geholt, ist aber nicht mitgefahren. Also es gibt alles, dann kriegst du welche zurück, die haben eben 30.000 Kilometer runter. Darf ich das fragen? Du musst ja nicht beantworten, aber die Frage, wie viele Leute übernehmen das Fahrrad nicht? Welche Quote da ist so hoch? Also die Quote war früher ein bisschen, früher waren es noch weniger oder andersrum gesagt, früher haben fast alle übernommen, weil der Preis noch bei 10 Prozent war. Jetzt sind wir auf 17 oder bei 18 Prozent und jetzt ist es so, dass du so sagen kannst, ungefähr 10 Prozent übernehmen ihre Fahrräder nicht. Die meisten davon bleiben beim Händler, weil der Händler eigentlich immer eine Verwertungsoption dafür hat. Für den Preis im Hebenfall. Genau. Und ganz wenige kommen zu uns zurück. Ja. Danke dir. So, jetzt kommen wir zum Mitarbeiter. Beziehungsweise, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, vielleicht bleiben wir noch mal kurz beim Arbeitgeber, weil die Frage auch häufiger kam. Ja, weiß ich nicht. Passt aber auch zum Mitarbeiter. Nee, kommen wir später drauf. Vergesst es. Meinst du das mit dem Diebstahl? Oder was meinst du? Nee, nee, mit dem, dass man ja ein bisschen Rente verliert. Aber das kommt, das machen wir später noch mal. Also das gehört eigentlich eher zum Mitarbeiter auch dazu. Ja. Zum Arbeitgeber natürlich indirekt auch, weil der es deswegen vielleicht nicht anbietet. Aber fangen wir erst mal an. Wenn ich als Mitarbeiter, ja, was, was, was muss ich denn beachten? Also du hast vorhin schon mal ganz nebenbei diesen Leasing-Rechner angesprochen, dass man einfach auf einer Webseite in so einen Rechner reinklickt, sein Bruttogehalt eingibt und Steuerklasse, wie viel, was kostet mich so ein Rad und meistens spare ich ein bisschen Geld. Kann man das grob über den Daumen jetzt auch mal für Audio-Zuhörer sagen, wie sich das zusammensetzt grob? Was jetzt mal, wenn man als Mitarbeiter wirklich auf Lohn verzichtet und der Arbeitgeber gibt nichts dazu. Jetzt kommt sogar passend der Slide, glaube ich. Also meistens ist das so, dass der Arbeitgeber bei uns die eingesparten Sozialabgaben ins System wieder mit reinpackt. Das heißt, der spart ein bisschen Sozialabgaben, die packt er ins System rein, dafür finanziert er zum Beispiel eine Versicherung oder gibt 10 Euro Zuschuss oder sowas in dieser Größe. Also wir bezahlen zum Beispiel hier für uns bei Enjoy Your Bike, wir zahlen, glaube ich, die Versicherung für den Mitarbeiter, dass er eine Vollkasko- und Umschutz hat. Genau. Und wenn du so ein Modell hast und davon gehen wir jetzt mal aus, dass der Arbeitgeber kostenneutral da durchrutschen will, also wir haben jetzt einen ganz normalen Arbeitgeber, der jetzt nicht noch Zuschuss gibt oder nicht da was dran verdienen will, auch die gibt es, sondern einer, der kostenneutral durchgeht, dann ist das so, dass du in etwa die Einsparungshöhe hast, wie du heute Abzüge hast bei deinem Gehalt. Das heißt, wenn du, ich sage mal, ein zweieinhalbtausend Euro Gehalt hast, hast 30 Prozent Abzüge im Monat und kriegst 1700 Euro netto ausbezahlt, dann hast du ungefähr auch diese 30 Prozent Einsparung in dem Dienstratmodell. Und das liegt daran, weil in der Regel die Umsatzsteuer, die eingespart wird, 19 Prozent Umsatzsteuer, die in dem Modell eingespart wird, der Arbeitgeber bekommt seine Rechnung, 100 Euro plus 19 Prozent Mehrwertsteuer, gibt aber nur die 100 Euro an den Mitarbeiter weiter. Und als Privatkunde zahlst du ja die Umsatzsteuer mit. Ja, genau. Als Privatkunde, wenn ich das Rad finanzieren würde, würde ich ja schon 119 zahlen müssen. Zahlst du sie mit. So, und diese Umsatzsteuer, die hebt ungefähr die ganzen Leasingportal, Versicherungs-, alles das, was an Gemeinkosten entsteht, Zinskosten, hebt das ungefähr auf, sodass du ganz grob, wenn du es einfach mal im Kopf ausrechnen willst, kannst du eigentlich sagen, nachher ist die Einsparung so groß, wie du von deinem Bruttoeinsparung jetzt auf dein Netto-Prozentual hast. Das ist also das, was du nachher ungefähr auch als Einsparung hast. Das heißt, je mehr ich verdiene, desto mehr Einsparung auch, glaube ich. Und je schlechter, in Anführungsstrichen, deine Steuerklasse ist. Genau. Weil das ist ja das Entscheidende. Wenn du jetzt, sage ich mal, Lohnsteuerklasse 5 bist und hast vielleicht in der Familie das Zweiteinkommen und so und hast irgendwie 50 Prozent Abzüge, dann sparst du fast 50 Prozent ein. Das ist einfach so, ja. Und das meiste, gerade bei den höheren Steuerklassen, die meiste Einsparung kommt eben aus der hohen Lohnsteuer. Aber jetzt würde ich ja schon einen Trick hier sagen, sage ich jetzt einfach so, wenn du das so sagst, jetzt nehmen wir mal einen Zwei-Personen-Haushalt, wie du schon sagtest, einer Lohnsteuerklasse 3, einer 5. Und jetzt will man ein teures Pedelec haben. Erkennst schon die Frage, wenn ich so schmunzle, dann ist es gar nicht unwichtig, wer das jetzt dann von den beiden liest. Aber er darf es ja seinem Ehemann nicht zur Nutzung überlassen oder nur ganz kurzzeitig. Naja, also. Oder eine Frau. Wollte ich gerade sagen, A geht es in beide Richtungen und ich glaube so, weil das ist, glaube ich, okay. Ja, also und tatsächlich ist das sogar so, dass wir Finanzämter haben. Darf man nur keinem sagen. Wieso? Wir haben sogar Finanzämter, die das Partnerrad völlig legitim ansehen. Ach so, okay. Also wo es ganz klar steht, das heißt, wird auch Partnerrad. Ist das hier in Hannover auch so? Hannover weiß jetzt gar nicht, weiß, dass NRW und so ist. Also da steht ganz normal, Partnerrad ist okay, wird steuerlich genauso behandelt. Aber jetzt müssen wir die Realität ja auch so benennen, wie sie ist. Also wenn jetzt eine Familie, nehmen wir mal zwei Autos hat, dann ist es ja vielleicht so, dass die Autos, die gehören der Familie, ob das der 19-jährige Sohn, die Frau, der Mann oder die Oma benutzt. Es ist ein Familienauto und wenn jetzt der Vater oder die Mutter ein E-Bike geleased hätten, dann wird das auch mal der 19-jährige Sohn oder die, da glaube ich, da kommt man nicht raus aus der Nummer. Nein, das ist so. Als Familie, glaube ich, bist du safe, oder? Und das macht natürlich Sinn, das dann da zu machen, wo die Steuereinsparung am höchsten ist. Hatte ich mir gerade so gedacht, wo du das so schön erklärt hast. Naja. Aber das ist doch ein super Geheimtipp. Je höher die Abzüge vom Foto zu Netto, desto besser fürs Dienstfahrrad. Und das ist natürlich klar, je mehr man verdient, desto höher sind ja, glaube ich, auch die Abzüge. Das ist ja diese Progression. Und irgendwann hast du oben eine Beitrags- und Messungsgrenze. Das heißt, du hast keine Einsparungen mehr in den Sozialabgaben, also in den Krankenversicherungen, in den Rentenversicherungen. Das ist ja dann irgendwann gedeckelt, da passiert nichts. Aber die Lohnsteuer ist natürlich dann bei so hohen Gehältern sehr, sehr groß und dann sparst du immer noch super viel ein. Weil viele auch mal fragen, ja, ich habe ja, ich zahle ja gar keine Krankenversicherung oder gar keine Rente. Ich bin da eh drüber. Gut, wenn es bei ihm so ist. Aber du hast eben dann oben natürlich eine ganz, ganz hohe Steuerbelastung, was die Lohnsteuern geht. Also ich, über den Daumen sage ich ja auch immer vielen Menschen, naja, du kannst jetzt statt ein 3.000 Euro fast ein 5.000 Euro hat dir leisten. Wenn du vorher gesagt hättest, 3.000 im Bar, kommst du bei 5.000 über dieses Leasinggeschäft hin. Genau. Und das ist ja auch das, wo wir viele Kunden haben, die jetzt ein Rad kaufen, was sie sich so in Bar nicht hätten kaufen wollen oder können. Das ist tatsächlich öffne Touren. Und da muss man der Fairness halber auch zwei Sachen oder eine Sache nochmal so explizit ruhig ansprechen. Wir werben alle als Dienstleister immer damit, dass da so Einsparungen zwischen 35, 40, 45 Prozent möglich sind. Die sind auch da. Es wird aber immer verglichen, Fahrrad plus Versicherungspakete gegenüber Barkauf mit Versicherungspaketen. Das muss man ganz klar sagen. Jetzt kommt immer mal wieder einer und sagt, ja, privat würde ich das aber gar nicht versichern. Verstehe ich. Das ist so. Nachvollziehbar. Genau, das haben wir. Und wenn du dann, jetzt, eigentlich ist das auch nicht fair, das ist dann zwei Äpfel mit Birnen vergleichen, aber wenn du dann sagst, okay, lassen wir mal die Versicherung raus, dann liegt die Einsparung immer noch bei 25 Prozent. Und du darfst eins nicht vergessen, wenn die Fahrräder 4.000 Euro kosten, warum haben sie denn die Fahrräder früher nicht versichert? Weil das Fahrrad 600 Euro gekostet hat und wenn es umgefallen ist, nichts passiert. Aber wenn du heute mit dem Akku im Treppenhaus hochgehst und lässt den fallen, dann sind halt 1.000 Euro im Arsch. Darf man das hier sagen? Darf man das hier sagen? Man darf hier alles sagen. Also das ist halt, das ist halt echt ein Problem. Und wir wollen einfach eins nicht, deswegen gibt es diese Pflichtversicherung, weil viele mal fragen, ja, muss ich das überhaupt versichern? Wir wollen einfach nicht, dass der Mitarbeiter in dieser Laufzeit, dass da eine schlechte Stimmung aufkommt. Und eine schlechte Stimmung kommt dann auf, wenn der Mitarbeiter das Fahrrad nicht mehr nutzen kann, weil irgendwas kaputt ist, er kann die Reparatur nicht bezahlen, jeden Monat wird was umgewandelt und deswegen sind die Fahrräder nicht nur bei uns, bei allen anderen so versichert, dass dir während der Laufzeit nichts passieren kann. Das ist bei allen Anbietern so, ne? Das ist, glaube ich, Genau, diese Vollkaskoversicherung, die im Grunde das Leasing gut an sich als Wert schützt, die ist eigentlich immer drin. Und dann gibt es unterschiedliche Bausteine, wie du das noch pimpen kannst, da geht es dann um Verschleißteile, da geht es dann um Inspektionen und so. Das ist ja immer wahlweise, aber dieser Basisbaustein, dass du im Grunde, wenn das Ding heute geklaut wird, oder Totalschadenunfall... Ein Monat das Rad und es hat einen Totalschaden und du zahlst drei Jahre die Leasingrad. Genau, und kannst nicht fahren. Und das... Das halte man nicht so richtig. Jetzt ist es... Entschuldigung. Ne, eine Frage, das wäre ja genau die Sache, die wir vorhin von der Arbeitgeberseite gesehen haben. Der Arbeitgeber sieht jetzt das Risiko, Mensch, jemand ist krank geworden, schwanger geworden, ist verstorben, geht aus dem Unternehmen raus, weil er einen Arbeitswechsel macht. Das ist natürlich die Sichtweise des Arbeitgebers. Jetzt kommen wir zum Mitarbeiter, der ja genauso das als Sorge haben kann. Mensch, jetzt habe ich ein super Angebot gekriegt bei dem anderen Arbeitgeber. Ich kündige da jetzt. Ach Mist, bei meinem jetzigen, noch jetzigen Arbeitgeber habe ich das Fahrrad geliest. Jetzt gehe ich zu dem nächsten Arbeitgeber, der bietet diese Option gar nicht an. Was machen wir mit den Sorgen von den Arbeitnehmern, dass sie sagen, ich habe ein Leasing mit Arbeitgeber A, ich möchte aber zu Arbeitgeber B wechseln. Das ist das Gleiche aus nur anderer Sicht. Aber wenn ich das vorhin, das haben wir ja vorhin schon besprochen, stehen lassen, stehen lassen und der Arbeitgeber hat sogar die Option, euch das zurückzugeben. Naja, jetzt nehmen wir mal an, ich habe mein Lieblingsfahrrad mir ausgesucht und spekuliere natürlich darauf, dass ich eigentlich darauf spekuliert habe, jetzt habe ich das Fahrrad meinetwegen nur zwölf Monate mit meinem jetzigen Arbeitgeber gemacht und es würde noch 24 Monate dauern, dass ich dann in den Genuss komme, es für 18 Prozent rauszukaufen. Darauf spekulieren die meisten Arbeitnehmer, würde ich jetzt mal so sagen. Du möchtest aber gerne den Arbeitgeber wechseln. Also wir bieten eigentlich im Normalfall alle drei Optionen an. Und drei Optionen sind, du nimmst es mit zu deinem neuen Arbeitgeber, sofern der das mitmacht. Sofern der neue Arbeitgeber es mitmacht. Option zwei ist, du kannst es jetzt kaufen und ablösen zu dem Preis, wie es jetzt eben bei der Leasinggesellschaft noch in den Büchern steht. Mit nur zwölf Monaten abbezahlt. Genau, nur zwölf Monaten. Oder du lässt es beim Arbeitgeber stehen und wir lösen das über unser Versicherungspaket. Das ist eine Option, die wir in der Regel auch anbieten. Jetzt stelle ich noch eine dumme Anfängerfrage. Der Arbeitgeber A, wo du beschäftigt bist, ist total sauer, dass du zur Konkurrenz gehst und sagst, nee, der Quendler, der geht jetzt woanders hin. Nee, das Fahrrad, also um ihm einen reinzuwürgen, das versauen wir ihm. Nee, das Fahrrad können sie nicht mitnehmen. Dann gibst du es ab. Dann gibst du es als Arbeitgeber. Der Arbeitgeber kann das unterbinden, weil es halt nicht dein Fahrrad ist. Genau, das ist so. Ich meine, es ist sowieso ein Idiot, der so denkt, aber die mag es geben. Genau, es muss so sein, es müssen beim Arbeitgeber eben Rechte und Pflichten an dem Fahrrad bleiben. Wenn du alle Rechte und Pflichten auf den Mitarbeiter überträgst, dann bist du nicht mehr im Bereich vom Arbeitgeber-Leasing, sondern bist du im Bereich vom Privatkauf und dann könntest du steuerlich nicht über das Bruttogehalt gehen. Deswegen haben die Überlassungsverträge, die Leasing-Verträge, die Rahmenverträge haben immer einen Bezug zum Arbeitgeber und der Arbeitgeber hat immer auch Rechte am Fahrrad. Das ist auch ganz wichtig. Das war jetzt ja auch ein bisschen um die Ecke gedacht, wenn der Arbeitgeber ein böswilliger Arbeitgeber ist und sauer auf dich ist und sich irgendwie rächen wollte. Das ist vielleicht auch gar nicht so ein Fall, der oft vorkommt, kann ich denn, wenn ich jetzt Mitarbeiter bleibe und sage, nach 1,5 Jahren oder anderthalb Jahren habe ich keinen Bock mehr auf das Rad. Erstmal habe ich mir ein viel zu billiges gekauft, weil ich merke, das macht ja so einen Bock. Jetzt will ich doch mal in die Dura-Ace-Klasse einsteigen. Habe ich auch die Chance, einfach so zu sagen, Mensch, liebe Leasing-Gesellschaft, kann ich das nicht ablösen, verkaufe das weiter und ich lease jetzt schon mal mein nächstes? Das geht ja nicht. Im Normalfall nicht und das hängt mit dem Leasing-Erlass zusammen, weil der ganz klar vorgibt, dass eine Mindest- Leasing-Laufzeit, damit es als Leasing anerkannt wird, 40% der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer beträgt. Und die ist momentan bei Fahrrädern noch auf sieben Jahre festgeschrieben und 40% davon sind 2,8 Jahre. Das heißt, damit das überhaupt als Leasing gewertet wird, musst du eigentlich immer mindestens 2,8 Jahre Leasing-Laufzeit haben. Das hat der Gesetzgeber so. Genau. Deswegen haben wir 3 Jahre, eigentlich alle Dienstleister genauso, als niedrigste Laufzeit und da kann es immer mal irgendwas geben, dass wenn jemand was wechselt, das ist jetzt nicht schädlich, aber wenn du natürlich proaktiv da hinarbeitest, dass der jedes Jahr sich ein neues Rad holt und das wieder rausnimmt, dann ist kein Leasing mehr. Aber bei Autos geht das, oder wie? Bei Autos ist die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 5 Jahre. Ja. Das heißt, mit 40% bist du bei 2 Jahren. Deswegen kriegst du wieder Laufzeiten mit 2 Jahren. Ach. Umgekehrt gefragt, dürfte ich anfragen, ob ich 5 Jahre leasen darf? Du kannst theoretisch länger leasen. Wir haben auch 48 Monate. Das haben wir, bringt dabei in der Regel so gut wie keine Vorteile, weil du hast eine höhere Zinsbelastung, logisch. Das Geld muss 4 Jahre vorfinanziert werden. Der Arbeitgeber hat ein höheres Risiko oder es gibt ein höheres Ausfall, Risiko, weil natürlich die Chance, dass du das Unternehmen verlässt oder irgendwas eben passiert in dieser Zeit nochmal größer ist. Also es gibt einfach keine so wesentlichen Vorteile, außer, dass du eine kleinere Rate hast. Es ist teilweise interessant, wenn wir mit Gewerkschaften reden, die irgendwie sagen, wir wollen nur einen bestimmten Höchstsatz an Umwandlung zulassen, dann kannst du auch mal auf 48 Monate gehen. Okay. Also als Arbeitnehmer habe ich jetzt dieses Rat. Was kommt denn so für steuerliche Belastung auf mich zu? Also ich weiß, dass es damals eine 1%-Regel gab vom Bruttolistenpreis des Fahrrades, der glaube ich viel flexibler ist als beim Auto, weil ich glaube, den legt der Händler einfach fest. Also ich glaube, es sei denn, es gibt eine Preisliste, aber normalerweise auch Fahrräder werden ja rabattiert verkauft. Da ist ja erstmal die Frage, ob da auch der Katalogpreis genommen werden muss oder der rabattierte Preis. Was ist bei individuell aufgebauten Rädern? Da ist ja der Preis auch vom Händler festgelegt vielleicht. Und dann gibt es ja noch so Sachen, die beim Auto auch eine Rolle spielen. Entfernung, Arbeitsstätte zur Wohnung und diesen ganzen Quatsch. Muss man da auch noch mit Steuern rechnen? Okay, also nacheinander. Das Entscheidende ist, dass zugrunde gelegt wird für die 1%-Regelung immer der UVP. Das heißt, du hast einen Katalogpreis, du hast auch ein Fahrrad, was du, wenn du Custom-Made aufbaust, dann sind das normalerweise der Preis, zu dem du das Fahrrad Custom-Made in den Laden stellst. Dann ist das dein UVP. Bei allen anderen Rädern, die so konfektioniert vom Hersteller oder so kommen, ist der UVP der Katalogpreis. Das ist die Basis und das ist auch ganz wichtig, diese Basis übermittelt uns immer der Fahrradhändler, der das Fahrrad ins Leasing bringt, weil nur der weiß, wie ist der UVP. Das ist die fachkundige Stelle, der ist dazu angehalten, diesen UVP richtig anzugeben, damit es sauber versteuert wird. Da gehört nicht der reduzierte Kaufpreis rein. Wenn du mal irgendwie einen Ausläufer verkaufst statt 5.000 Euro für vier gehört 4.000 Euro als Kaufpreis rein, das ist die Bemessungsgrundlage für das Leasing, für die Raten, aber für die UVP gehört 5.000 Euro rein, weil das ist die Bemessungsgrundlage genau wie im Autobereich für die monatlichen 1%, die jetzt ja nicht mehr 1% sind, sondern seit zwei Jahren jetzt auf 0,25%. Wenigstens so wie die E-Autos gleichgestellt. Genau, die E-Autos nicht 0,5%? Es gibt 0,25%, wenn es unter 40.000 Euro ist, glaube ich. Irgendwie so, ja, ja. Bei den Autos, dann bist du da auch bei 0,25, 0,5 bei allen anderen, die da drüber sind oder Hybrid-Autos. Ich würde den Leuten klar machen, was diese 1%-Regelung ist, die viele Geschäftsleute, die einen Firmenwagen haben, komplett verstehen. Ich würde tippen, dass viele Leute noch nicht genau wissen, was diese sogenannte 1% oder jetzt bei den Fahrern eine 0,25%-Regelung ist. Beim Gehalt passieren beim Mitarbeiter zwei Dinge. Das eine ist, wir wandeln die Höhe der durch den Arbeitgeber gesteuerten Leasingrate um. Also, was wir eben schon gesagt haben, gibt der einen Zuschuss, ist der ein bisschen kleiner, gibt der keinen Zuschuss, ist ein bisschen höher. Also, die Kosten, die das Fahrrad produziert, abzüglich des Zuschusses vom Arbeitgeber, das wandeln wir aus dem Bruttogehalt des Mitarbeiters um. Das ist eine Sache, die passiert. Dafür kann er das Fahrrad benutzen. Das wird umgewandelt. Und das andere, was passiert ist, genau wie beim Auto, wenn du vom Arbeitgeber ein Firmenfahrzeug zur Verfügung gestellt bekommst für die private Nutzung, dann musst du einen geldwerten Vorteil versteuern. Und das war im Autobereich in der Vergangenheit immer 1%. 50.000 Euro Auto des Listenpreises, 50.000 Euro, 500 Euro auf das Gehalt obendrauf, da zahlst du deine ganzen Steuern und Sozialabgaben drauf und unten wird das wieder abgezogen. Und das gleiche passiert beim Fahrrad auch, das ist die zweite Komponente, aber sind nicht 1%, sondern es sind 0,25%. Das ist im Grunde jetzt eine Subvention für das Dienstrad, E-Mobilitätsmodell. Das heißt, du hast bei einem 4.000 Euro Fahrrad dann nicht 1%, also 40 Euro, sondern nur 0,25, nur 10 Euro, die aufs Gehalt drauf kommen und die du eben dann versteuern musst und wo du auch Sozialabgaben drauf bezahlst. Also die kommen ja nicht als Geld aufs Gehalt drauf, aber die würden als Berechnungsgrundlage, das heißt, diese 500 Euro, die es vorhin waren, da zahle ich dann, sagen wir mal, wenn wir jetzt die Hälfte Steuern rechnen, 250 Euro Steuern drauf. Genau. Bei den 10 Euren, wenn wir da die Hälfte rechnen, dann wären das halt 50 Euro. 5 Euro. 5 Euro, genau. Das heißt, da kommt irgendwas und das ist selbst bei teuren Rädern, die 10.000 Euro kosten, sind es auch nur 25 Euro am Ende, die versteuert werden müssen. Selbst da bleiben nur 10, 15 Euro über. Also es ist ein relativ kleiner Betrag, der da jetzt übrig bleibt. Bei der 1%-Regel konnte es schon mal ein bisschen mehr werden, aber mit dem 0,25 ist es so, dass du es kaum auf dem Gehaltszettel mehr merkst. Genau, das merkst du kaum und der wesentliche Unterschied. Und das ist mit eingerechnet in eurem Rechner. Genau, das ist natürlich immer mit eingerechnet und der wesentliche Unterschied eben noch ist, zum Auto, dass du die Anfahrtskilometer nicht versteuern musst. Das war der zweite Teil der Frage, wo du im Autobereich eben noch diese 0,33% pro Kilometer versteuern musst. Das fällt beim Fahrrad komplett weg. Also das hast du überhaupt nicht. Und wir haben noch einen großen Steuervorteil, wenn der Arbeitgeber ein guter Arbeitgeber ist und die Raten für die Mitarbeiter komplett übernimmt. Auch vielleicht nur, was wir eben das Beispiel hatten mit 30 Euro für die günstigen Räder. Dann passiert auf der Gehaltsabrechnung gar nichts. Auch nicht die 0,2%. Dann brauchst du nichts versteuern, keine Gehaltsumwandlung, nichts. Das ist das, was sie jetzt eingeführt haben. Natürlich nochmal, um den Push drauf zu bringen, um die Arbeitgeber nochmal dazu animieren, auch wirklich auch Kosten zu übernehmen, sich daran zu beteiligen, aber auch um Sharing-Systeme zu pushen. Sharing? Weil wenn du jetzt zum Beispiel als Arbeitgeber sagst, wir stellen hier unten 10 Fahrräder hin und damit dürfen meine Mitarbeiter zur Post fahren, aber die können auch am Wochenende damit fahren, dann wäre das theoretisch jedes Mal ein Geldwerter Vorteil. Und dann müsstest du eigentlich immer, wenn der jetzt am Wochenende privat gefahren ist, dann müsstest du eigentlich wieder dem Monat die Gehaltsabrechnung an. Fahrten, was auch immer. Das heißt, Entschuldigung, dass ich nochmal diese banale Anfängerflage stelle, also ein Arbeitgeber kann jetzt einfach sagen, wir schaffen 30 Dienstfahrräder an, machen das gar nicht mit irgendeinem Mitarbeiter, sondern sagen, hier stehen 30 Fahrräder, first come, first serve, schönes Wochenende. Ja, das ist so. Und da brauchst du nichts machen. Keine 1%, keine 0,25. Und es wird nicht mal mehr auf den Mitarbeiter festgelegt in dem Augenblick. Und nach den 36 Monaten kann dieses Unternehmen sagen, diese 30 Fahrräder, einmal zurück zum Leasingpartner, nochmal 30 Frische hinstellen oder sagen, ach, die sind ja noch ganz gut in Schuss, die übernehmen wir für diese 10% oder was. Und dann für 10% als Arbeitgeber. Genau, als Arbeitgeber kaufst du günstig, hast geringwertiges Wirtschaftsgut sofort abgeschrieben, fertig. Also auch easy. Wir haben häufig. Das ist mir neu. Das Geschäftsmodell kann ich auch noch nicht. Aber die Idee finde ich ja grand. Entschuldigung, dass ich so aus dem Häuschen bin. Die Idee ist ja super. Das ist immer dann super, wenn du, wir nutzen das zum Beispiel in großen Unternehmen, wo wir Mitarbeitergruppen auf Fahrräder bringen wollen, die vielleicht gar nicht 36 Monate da sind. Wenn du zum Beispiel an die ganzen Auszubildenden denkst, die in großen Unternehmen sind, die haben noch keinen Führerschein, die kommen sonst nicht zur Arbeit, vielleicht ist das öffentliche Verkehrsnetz nicht so gut. und dann zu sagen, wir nehmen 20 Unisize, Unisex-Räder, die wir hinstellen und geben die den Mitarbeitern an die Hand und sagen, das ist jetzt dein Fahrrad mit der Nummer 11. Das kannst du so lange, wie du bei uns bist, kostenfrei nutzen. Und wenn du nicht mehr da bist, gibst du es einfach wieder ab. Das Geschäftsmodell finde ich grandios. Das ist natürlich super, weil damit kriegst du die Mitarbeiter. Das müssen ja dann auch keine 10.000 Euro Fahrräder sein. Ja, aber um jetzt zu sagen, pass mal auf, wir haben die Faxen dicke, dass ihr für 5 Kilometer zur Arbeit in der Großstadt kommt, lasst das doch mal. Dafür muss es ja auch gar nicht dieses Hightech-Fahrrad für 5.000, 6.000 Euro sein. Dafür reicht ja auch ein Fahrrad für 5.000, 6.000 Euro, wo dann die Firma sagen kann, du pass mal. Also, ich träume jetzt gerade davon, dass man sagt, so 10 Fahrräder, a 5.000, 6.000 Euro, dafür, dass die Mitarbeiter dann, mit guter Laune, wenn es nicht regnet, das Auto stehen lassen, finde ich super. Und dann hast du eventuell noch ein Firmenbranding drauf auf den Rädern und das wirkt natürlich wieder in der Außendarstellung. Heute haben ja alle das Problem, gute neue Mitarbeiter zu finden und wenn du dann irgendwie siehst, das gibt es doch gar nicht, die fährt ja jeden Tag lang und dann, wo arbeitet denn die? Die hat dann vielleicht auch noch ein Firmenrad dazu bekommen und so. Das sind natürlich viele, sagen wir mal, Randbenefits, die du bei dem großen Thema Dienstrad als Arbeitgeber dann auch nutzen kannst. Und wenn ich die Leasingrate komplett vom Mitarbeiter übernehme und das ist trotzdem ein Mitarbeiter zugewiesenes Rad, dann zahlt der auch diese 1% nicht, er spart noch ein bisschen mehr, also es jetzt macht den Kohl vielleicht auch nicht ultra fett. Ja, der spart alles dann. Ja, aber wenn ich dem nur die 50% dazugebe, hilft es nicht, dann hat er trotzdem die 0,2%. Genau, sobald wir eine Entgeltumwandlung haben, sind die 0,25% zu versteuern. Haben wir keine, ist das komplett kostenfrei für den Mitarbeiter, was den Geldwertenvorteil angeht. Also es ist ja denkbar, dass man je nach Mitarbeiter mit dem spricht und sagt, Mensch, möchtest du lieber eine Lohnerhöhung oder soll ich dir das Rad bezahlen? Genau. Und dann hätte man ja in dem Augenblick sofort eine Variante, wo man sagt, okay und dann kann ich als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber ja auch vielleicht ein bisschen mehr auf den Tisch legen, weil ich ja weniger Lohnkosten zahle und sonst wie kann ich ihm also sozusagen vielleicht 100 Euro Leasingrate oder nur 80 Euro Gehaltserhöhung anbieten, wie auch immer. Auf die Rente kommen wir ja später, dass das ja rentenmäßig ja auch noch einen Einfluss haben kann, der also der dann zum Nachteil sein kann. Also das heißt, dadurch, dass dieser Wohnort Arbeitsstätte, ich kann, das sieht man ja auch hier, das ist mein Rennrad im Hintergrund, ich muss damit nicht jeden Tag zur Arbeit fahren, das ist völlig egal, ich kann das auch einfach nur privat für meinen Sport und irgendwas nutzen oder auch im Keller stehen lassen, wie du vorhin schon gesagt hast. Da ist dieser Begriff Dienstrat ein bisschen hinderlich dran. Und irreführend auch. Irreführend das sehen könnten. Das Rat, wie wir es übernehmen, das was für 18 Prozent übernehmen konnten, haben wir schon gesprochen mit dem Geldwertenvorteil. Jetzt natürlich die Frage mit dem Rentennachteil. Das ist ja was, was wo wir, ich habe irgendwann mal gerantet, so nach dem Motto, also Renten heißt gemeckert, gemeckert darüber, dass ich bei Mercedes war mit meinem Auto in der Werkstatt und dann mit einem gesprochen habe, der hat dann mal ein Enjoy Your Bike da gesehen, da habe ich erzählt, dass wir Fahrräder verkaufen und sonst wie und dann habe ich gesagt, naja und warum nimmt er denn nicht ein Dienstfahrrad, weil er wollte sich auch ein E-Bike gönnen. Da habe ich gesagt, das ist ja super, machst du einfach Dienstfahrrad. Da haben wir gesagt, nee Mercedes, das bietet das nicht an. Und dann haben wir im Podcast noch geschimpft. Da habe ich mich tierisch darüber aufgeregt, dass da ein Konzern, ein Autokonzern keine Fahrräder anbieten darf oder kann oder ein Mitarbeiter das nicht darf. Und dann hat in den Kommentaren einer geschrieben, wahrscheinlich zu Recht, naja, einige Gewerkschaften oder einige Unternehmen machen das nicht, weil ja, weil es ja einen Nachteil gibt, was die, was die, was die Rente angeht. Ich kriege weniger Brutto, ich zahle, und in dem Augenblick, wo ich weniger Brutto zahle, zahle ich ja neben weniger Steuer auch weniger in die Rente ein. Ist das so signifikant, dass es überhaupt eine Rolle spielt? Ist das ein Argument, mit dem ihr euch oft auseinandersetzen müsst mit Gewerkschaften? Habt ihr da vielleicht auch selber mit Gewerkschaften zu tun, was das angeht? Also nicht mehr so oft. Am Anfang war das ein Argument, mittlerweile wissen aber alle, weil wir haben mittlerweile Krankenkassen als Kunden, wir haben große Konzerne als Kunden, wir haben ganz, ganz viele, viele Unternehmen, die vorher auch diese Thematik hatten. Denn der Punkt ist einfach, das ist ein Nachteil, wir kommunizieren das immer, auch in den Überlassungsverträgen, die wir den Arbeitgebern zur Verfügung stellen, steht das ganz, ganz klar drin, dass eben Renten- und Sozialversicherungsbeiträge reduziert werden. Aber es ist ein kurzer Zeitraum. Wir reden nur über drei Jahre und wir reden darüber, dass du in diesen drei Jahren ein paar Euro weniger einzahlst. Wir wollen gerade heute bei dem Thema Inflation nicht wissen, was mit unserer Rente in 30 Jahren, was aus diesen drei Euro die wir da einzahlen, was daraus wird, das lassen wir einfach mal im Raum gestellt. Aber ich sage dann immer auch als Argument, trotzdem dafür, abgesehen, dass alle anderen Argumente, hohe Einsparung, Mobilität, Gesundheit und sowas fordern, dass um vielfaches auflegen. Naja, man könnte ja die, beim 4000 Euro hat die 1500 Euro gesparten, Euro kann man ja privat anlegen. Das hat wahrscheinlich mehr als von dem, was man verliert. Das wird mit ziemlicher Sicherheit so sein, aber es geht ja auch darum, wenn wir Leute auf Fahrräder bekommen, dann werden die, es ist nachweislich so, dass Fahrradfahren das Beste für das Herz-Kreislauf-System ist und Pedelecs fahren ist das Beste für das Herz-Kreislauf-System. Das heißt, die Mitarbeiter werden definitiv gesünder, die leben gesünder, die leben nachweislich, gibt es genug Studien, gesünder als Fußgänger, als Pendler mit öffentlichen Verkehrsmittel, als Autofahrer. Das heißt, die Mitarbeiter werden definitiv gesünder und wenn ich nur einen Tag vielleicht länger lebe, weil ich viel Fahrrad gependelt habe und die Möglichkeit hatte, ein gutes Fahrrad zu bekommen, dann ist es, glaube ich, das in der Rente schon wert. Abgesehen davon, wenn ich vielleicht einen ganzen Monat mehr Rente kriege, dann ist es um Vielfaches aufgehoben. Stimmt. Wenn ich später sterbe, kriege ich ja mehr Rente raus. Das ist tatsächlich so, aber man darf es einfach auch nicht unter den Tisch kehren. Das ist ein Thema, was wir aktiv auch angehen. Das kann man auch ausrechnen, aber das ist einfach ein Bruchteil von den Einsparungen, die da in so einem Modell dann eben nachher verloren gehen. Und es ist eben was, was du in Zukunft hast, weil was ist die Konsequenz, wenn der Arbeitgeber das nicht anbietet? Ich gehe zum Fachhändler, ich kaufe heute das Fahrrad nicht für 4.000 Euro, sondern ich muss es finanzieren, weil ich es mir nicht leisten kann. Ich komme eventuell in eine Schuldenfalle, weil ich in zwölf Monaten arbeitslos bin und ich zahle nicht 4.000, sondern 4.800 Euro. Und da muss ich eigentlich nicht den Barkaufpreis als Relation setzen, sondern ich muss den finanzierten Kaufpreis im Vergleich setzen. Und dann haben wir eine Spanne, die ist um, da brauchen wir nicht drüber reden, wie hoch der Rentenverlust ist. Jetzt ist natürlich der Mercedes-Benz-Konzern, nennen wir mal so. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier an Mercedes-Benz Hannover liegt oder global. Wir wollen hier ja keine bashen, aber es kam halt diese Sache dazu. Aber da Mercedes-Benz Hannover, zumindest die Niederlassung mit den Nutzfahrzeugen, die hatten dieses Problem. Jetzt ist es aber ja so, dass die sicherlich das eine oder andere Dienstauto verteilen. Da ist es doch aber genau das Gleiche oder nicht? Da haben die in der Regel keine Entgeltumwandlung, weil beim Dienstwagen ist das ja so, es kriegt ja jemand seinen Dienstwagen, weil er den zur Ausübung seiner Arbeit braucht. Und dann hast du nur ganz manchmal eine Entgeltumwandlung, nämlich dann, wenn du sagst, mir reichen diese Konzernvorgabe 500 Euro, reicht mir nicht, ich will das nächsthöhere Modell haben und dann kannst du ja auch da mit Entgeltumwandlung arbeiten. Aber in der Regel hast du da keine Entgeltumwandlung. Aber ich glaube, das ist ein kleiner Trugschluss, weil es ja ganz oft das Goodie ist für denjenigen, je höher die Etage, du hast, kriegst du, das kriegst du halt den Sechszylinder, so war es ja früher, der da drunter kriegte nur den Vierzylinder, Fünfer BMW oder was auch immer. Das ist ja meistens bei Leuten, die in solchen Positionen arbeiten, mit Bestandteil des Gehaltes schon bei Vertragsabschluss. Das heißt, es ist zwar nicht so, dass es in dem Augenblick passiert, Mensch, ich gebe dir ein Auto, du bezahlst weniger Gehalt, die Situation kommt wahrscheinlich nicht vor, aber es ist sozusagen von vornherein schon so mit drin. Das heißt, ich verhandle mit meinem zukünftigen Arbeitgeber, das und das Auto kriegst du und das und das Gehalt kriegst du. Das heißt, am Ende ist es ja trotzdem auch so. Fehlt es auch. Genau, weil der Arbeitgeber könnte auch sagen, ich zahle dir statt deinen 4.000 Euro plus Auto einfach 5.000 Euro. Genau. Und dann verlierst du natürlich auch für diese 1.000 Euro auch den Renten nicht hoch. Also ich glaube, das ist eine andere Dimension. Ja, da sind wir wieder bei den Autos, die ja in Deutschland noch ein bisschen Ja, aber da wird das Thema nicht so hoch geschaukelt, finde ich, wie beim Dienstfahrrad, wo es jetzt um kleine Gelder geht und da wurde das wahrscheinlich von den Gewerkschaften dann irgendwie doch höher geschaukelt, als es eigentlich ist und über die Autos hat wieder keiner geredet. Das fand ich ein bisschen Das ist leider meistens so. Ja, Ja, dann, was ich vorhin schon hatte mit dem 1,5 nach anderthalb Jahren neues Rad funktioniert nicht. Könnte ich nach anderthalb Jahren das Rad einem Kollegen übergeben und sagen, ich kaufe mir ein neues, der Kollege übernimmt meinen Vertrag? Das würde gehen, ja. Ach, das geht? Ja, weil der Arbeitgeber ist ja Leasingnehmer und ob der das Rad jetzt dir überlässt, einem anderen Mitarbeiter und dem nächsten, das spielt keine Rolle, wichtig ist, dass das Fahrrad 36 Monate vom Unternehmen geleased wird. Also als wenn ich so einen Bock auf ein neues Rad habe und will das nicht mehr haben, so wie bei einer Leasingübernahme vielleicht beim Auto auch, wo ich sage, da hätte ich noch eine Chance, gleich großen Mitarbeiter finden. Wer das runtergerockte Ding dann zu Ende fährt, wo du 25.000 Kilometer durch den Deister gefahren bist, dann kann das funktionieren, ja. Hallo. Aber interessant. Das ist ein guter Freund. Genau. Toll. Ja, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles, was den Mitarbeiter angeht, Anfragen beantwortet. Da habe ich irgendwas vergessen. Was man einspart. Was passiert, wenn man kündigt. Und wenn den Totalschaden des Rades, den besprechen wir gleich noch. Also das, wie mein Fahrrad versichert ist und so weiter, was mit Teilen ist und so, da kommen wir gleich drauf zu, was man mit dem Rad noch alles machen kann. Dann würde ich jetzt, weil das ist das, was ich auch noch nicht, wirklich noch nicht verstanden habe, weil ich habe das jetzt verstanden, ich wandle mein Gehalt um oder mein Chef schenkt mir das Gehalt. Was ist, wenn ich mein eigener Chef bin, aber nicht irgendwie so ein GmbH-Konstrukt habe. Ich habe jetzt den Vorteil, ich habe ein GmbH-Konstrukt, auch als Geschäftsführer oder Gesellschafter hier, kann ich mir trotzdem Dienstfahrrad hinstellen. Hätte ich ein Einzelunternehmen, würde es, glaube ich, schwieriger. Oder da weiß ich nicht, was macht ein Anwalt, was macht vielleicht ein niedergelassener Arzt und was macht überhaupt jeder Einzelunternehmer. Wie kriegt er das hin? Der hat ja keine Lohnentwandelung in dem Sinne. Genau, im Grunde ist es aber die gleiche Konstellation jetzt mittlerweile. Dadurch, dass die Kosten komplett von der Gesellschaft getragen werden, egal ob das ein Einzelunternehmer ist oder eben er selber, ist es so, dass er kein Geldwert einen Vorteil versteuern muss. Das ist schon mal ein großer Vorteil zu der Regelung, wie es eben früher war oder wie es auch beim Auto ist. Also gar nicht die 0,12? Die fallen gar nicht auf, genau, weil die Kosten komplett von der Gesellschaft getragen werden. Es gibt da keine Entgeltumwandlung und so sind das komplett Geschäftskosten jedes Jahr. Aber man muss eben beachten und deswegen raten wir dazu immer, auch den Steuerberater damit ins Boot zu nehmen, weil wir natürlich nicht in diesen ganzen Konstellationen gucken können, ob das überhaupt vom Finanzamt anerkannt wird, wenn der oder der oder der eben ein Fahrrad hat. Also da muss man vorher einmal checken, wird das anerkannt? Ist das sinnvoll? Kann der wirklich Dienstfahrten? Weil da ist es eben so, dass er eigentlich plausibel glaubhaft machen muss, dass 51 Prozent der Fahrten auch mit dem Fahrrad... Ist beim Auto auch so. 51 Prozent der Fahrten müssen eben dienstlich begründet sein und 49 Prozent kann er dann damit privat fahren. In vielen Fällen funktioniert das, weil wenn du in der Stadt bist und fährst schnell mit dem Rad zur Post und hast den einen oder anderen Kunden mal oder so, dann funktioniert das, dann kannst du das häufig nutzen. In manchen Fällen geht es aber eben doch nicht. Und da können wir nichts anderes machen, als auf den Steuerberater verweisen. Jetzt musst du uns helfen. Was machen jetzt die Leute, die Bock auf ein sportives Gravel-Rennrad, Triathlonrad haben wollen, selbstständig sind? Was sagen die denn jetzt, dass die das 51 Prozent beruflich nutzen können? Ist es denn der Weg von zu Hause zu meinem Büro? Zählt der schon mit als dienstlich? In dieser Konstellation zählt es nicht als Dienstfahrt. Das heißt, du kannst dann eigentlich erst zählen, wenn du damit zu Kunden fährst, wenn du, wie ich eben gesagt habe, zur Post fährst, du holst Unterlagen, du bringst irgendwas weg, du besuchst vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal Kunden. Es gibt immer Optionen, auch wirklich mit Fahrrädern zu fahren und das hoffen wir ja, dass die Menschen auch in ihrem Job viel, viel mehr Fahrrad fahren. Beim Lastenrad ist das natürlich mittlerweile gang und gäbe. Wir haben unzählige Handwerksbetriebe mittlerweile. Gut, aber das ist offensichtlich. Ich fahre mit dem Malakübel zu dem Herrn Krause. Aber der niederlassene Gearz, wenn der jetzt nicht zufällig Hausbesuche macht, hat er ein Problem. Genau, dann ist das so. Und Hausbesuche mit dem Triathlonrad, ich weiß nicht, ob das verständlich ist. Das ist so. Und alles andere wäre da Augenwischerei, da muss man wirklich mit dem Steuerberater kurz checken, kriege ich das durch, dass ich Dienstfahrten mit dem Fahrrad führere und wird das denn viel geprüft? Also weiß ich nicht, hast du das mal gehört? Also wir haben noch keine Fälle gekriegt, wo das mal abgelehnt wurde. Ja, ich weiß, dass es, ich meine, ich war ja mal Einzelunternehmer vor sieben, acht Jahren. Wir haben ja dann erst im GmbH umgewandelt hier. Und da war es, glaube ich, auch beim Auto so. Da war es so, 50 Prozent muss dienstlich genutzt sein. Und da hat aber auch nie einer nachgefragt. Die Problematik bei dem Fahrrad ist ja auch da, wie willst du das nachhalten? Manchmal, dann hast du da irgendwie und dann vielleicht auch noch ein normales Fahrrad, 1.500 Euro. Wo willst du die Kilometer aufschreiben? Wo willst du sagen, wie viel bin ich jetzt privat gefahren, wie viel bin ich dienstlich gefahren? Das teure Rennrad-Problem. Und auch da hast du keine Kilometer. Keiner kann irgendwie nachvollziehen, wie viele Kilometer bist du von wohin. Naja, jetzt müssen wir einmal trotzdem sagen, was jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen ist. Jetzt nehmen wir den niederlassenden Arzt, der Hausbesuche macht. Jetzt mal wirklich ohne Quatsch. Wenn der richtiges Licht an seinem Rennrad hat, warum darf er, und jetzt ernst gemeint, nicht lustig, warum darf er nicht mit dem 5.000 Euro Rennrad seine Arztbesuche, seine Hausbesuche machen und darf dafür nur das Lastenfahrrad nehmen oder das E-Pedelec. Das wäre ja wirklich Mist. Aber er muss ja im Grunde nur dem Finanzamt sagen können, ich habe die und die, sagen wir mal so, vielleicht sollte man 500 Kilometer im Jahr dienstliche Strecken zusammenkriegen und dann sagt wahrscheinlich auch keiner was. Wenn du natürlich wirklich nur jeden Tag in deinem Büro sitzt und nicht rauskommst, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Deswegen sagen wir ja, das ist bei jedem individuell. Aber wenn du schon sagst, man soll mit dem Steuerberater sprechen, dann ist es wahrscheinlich so, naja, wir probieren das mal aus, ob das durchgeht oder nicht. Also ich gehe davon aus, dass da wahrscheinlich, solange man keinen Schindluder damit treibt, kann es wahrscheinlich auch oft durchgehen, dass man sagt, okay, ich mache das einfach und gucke mal, was passiert, weil da gibt es ja ganz andere Sachen, wo man steuerlich schummelt. Wollte ich gerade sagen, aber letztendlich wollen wir das ja alle. Ich würde es gar nicht auf Schummeln sagen. So wie ich es gesagt habe, ist es tatsächlich so, da ist, also ich habe das ernst gemeint, wenn der Arzt ein Riesenrennradfreak ist und sagt, ich fahre am Sonntag gerne mal Rennrad, aber hier diese blöden Besuche, in Anführungsstrichen, sage ich das jetzt mal so, diese Hausbesuche, die ich da machen muss, die mache ich gerne auch mit meinem Rennrad. Oder was? Mein Vater ist das beste Beispiel, der fährt regelmäßig mit dem E-Bike bei uns in der Stadt zu Kundenterminen und fährt dann auf die Baustelle, weil das ist ja manchmal, gerade auf den Kurzstrecken, jeder weiß, wir haben das ja hier gesehen, mit dem Parken hoch und runter, wenn ich jetzt hier zwei Kilometer weiterfahre und will mir irgendwas angucken, vielleicht als Handwerker, dann bin ich mit dem Fahrrad viel, viel schneller. Ja gut, das ist ja ganz klar. Und an diesen ganzen Stellen macht das dann immer Sinn, wenn einer überhaupt keinen Bezug bei der Arbeit zum Fahrrad, das ist eigentlich völlig unlogisch, ist und dann als Einzelunternehmer, dann würde ich einfach auch davon abraten. Wir wollen ja jetzt irgendwie hier anfangen. Aber dann, ich meine, ich habe damals als Einzelunternehmer mir auch ein Rad gekauft, mir bin mir relativ sicher und da war glaube ich so ein Schindelhauer damals. Das war dann einfach als Dienstfahrrad in den Büchern drin, wurde von mir ab und zu genutzt und fertig und da hat auch keiner nach einem Prozentregel und sonst wie nachgefragt. Am Ende ist es so, dass man es wahrscheinlich ja irgendwie argumentieren muss, können muss, sonst macht es keinen Sinn. Und dann habe ich ja die Ersparnis, ich zahle auch keine Mehrwertsteuer, zumindest wenn ich nicht, gut, es gibt ja Kleinstgewerbe, wo man dann doch für Mehrwertsteuer bezahlt, aber sofern du Mehrwertsteuer ausweist, dann kannst du es ja auch wieder gelten machen. Dann habe ich 19 Prozent Ersparnis, keine Mehrwertsteuer, ich habe als Kanz, aber wahrscheinlich auch nur über sieben Jahre als Betriebsausgabe dann. Wenn du es kaufst, musst du es ja über sieben Jahre. Beim Leasing ja nicht, beim Leasing sofort, genau. Das ist ja der große Vorteil. Das heißt, ich kann es sofort als Betriebsausgabe geltend machen, zahle also, das nennt man ja immer so, als Einzelunternehmer zahle ich immer nur die Hälfte, in Anführungsstrichen. Genau. Weil ja keine, da darf keine Steuern, Firmensteuern draufbezahlt werden oder Einkommensteuer. Okay. Und da spielt auch die Entfernung Wohnort-Arbeitsstätte dann doch keine Rolle, weil ja das sowieso nicht als private oder dienstliche Fahrt zählt. Dann ist es ja ganz gut, oder man muss sich einfach so zwei, muss zu Hause ein Büro haben und ein zweites Büro da. Dann würde es ja funktionieren. Dann hat man ja eine Fahrt von Büro zu Büro. Ja, das ist ja eine Dienstfahrt. Eigentlich ist Ingo der Steuerberater hier. Ja, weiß es nur noch nicht, dass er der geborene, kreative Steuerberater ist. wenn man sich als Arzt, als niedergelassener Arzt zu Hause in ein kleines Büro einrichtet und das auch glaubhaft und das akzeptiert wird vom Finanzrat. Und spätestens dann habe ich ja den Weg zur Praxis. Auch mit dem Triathlonrad dann. Dann kannst du fahren, wie du willst, ja. Du bist ja schneller bei der Arbeit dann. Ja. Mir ist eine Sache eingefallen zu den Fahrrädern von den Mitarbeitern, die ist, da steht auch nicht in unseren Notizen, die ist mir nur eingekommen wegen dem Limit. Was mache ich jetzt eigentlich? Gibt es da eine Lösung, die clean ist, die absolut korrekt ist? Jetzt bin ich bei dem Händler XY, nehmen wir jetzt mal klassischerweise Enjoy Your Bike und das Fahrrad kostet bedauerlicherweise einen Preis, der nicht gedeckelt ist von der Firma. Die Firma sagt, das Limit ist 4.000 Euro, das Fahrrad kostet 6. gibt es trotzdem einen ganz legalen Weg, dass der Mitarbeiter dieses 6.000 Euro Fahrrad kriegen kann und sagt, dann zahle ich die 2.000 und hopp. Gibt es dort eine Möglichkeit? Oder wenn es gedeckelt ist auf 4.000, gibt es keine Möglichkeit? Ich müsste jetzt mal überlegen, wenn der Mitarbeiter hier im Laden sagt, ich zahle privat was dazu, wüsste ich jetzt an dieser Stelle nicht, wo das steuerlich nicht in Ordnung ist, wenn der UVP richtig angegeben ist. Das heißt 4.000 Euro Rad, also dann geben wir trotzdem 6.000 UVP an, damit er richtig versteuert. Und der Arbeitgeber zahlt 4.000 und er hat 2.000. Und er hat 2.000. Aber das würde ich auf keinen Fall empfehlen. Punkt 1 ist, die 2.000 Euro zahlt er aus seinem Netto. Wenn das Fahrrad nach einer Woche geklaut ist, sind die 2.000 Euro weg. Wenn das nicht bis zum Ende durchläuft, rechnet sich das nicht. Der Einsparvorteil wird deutlich weniger. Also da würde ich in jedem Fall von abraten. Den Arbeitgeber überzeugen, die Summe hochzusetzen. Lieber zum Arbeitgeber gehen, sagen, Mensch, außer der Norm, ich bin totaler Fahrradfan. Wir haben das häufig, dass das hochgesetzt wird. Die Arbeitgeber können bei uns individuell einzelne Mitarbeiter hochsetzen. Ach, das geht. Okay, das ist aber ja ein wichtiger Lösungsansatz. Ich kann mir durchaus vorstellen, das weiß ich nicht, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass manche Abteilungen Human Resources sich nicht vorstellen können, dass Mitarbeiter ein Fahrrad für 6.000 Euro kaufen wollen. Genau. Dass das einfach, wenn die halt nicht fahrradaffin sind und sagen, sag mal, spinnt ihr? Und das passiert total häufig. Und dann hast du jemanden, der sagt zum Beispiel, Mensch, ich möchte jetzt ein Auto abgeben und dafür hole ich mir das 8.000 Euro vollgefederte Lastenfahrrad, weil ich ein totaler Fan bin und die dürfen nur bis 4.000 Euro. Dann wäre das ja blöd, den zu blockieren und zu sagen, nee, du musst dein Auto behalten und kannst ein schlechteres Fahrrad. Verstehe, verstehe. Also individuell mit dem Arbeitgeber drüber sprechen. Der Arbeitgeber kann bei uns den Freibetrag für den Mitarbeiter individuell hochsetzen. Wir lassen den dann durchlaufen und danach ist das wieder gedeckelt. Also gibt es immer ganz einfach, unkompliziert, individuelle Lösungen. Ja, da hängt es ja an einem Arbeitgeber, der es billig ist. Da gibt es bestimmt auch welche, die sagen, mach ich nicht, mach ich nicht. Es geht ja manchmal auch um Mitarbeiterschutz, weil was ja ein großes Unternehmen, die nicht jeden Mitarbeiter persönlich kennen. Jetzt hast du da einen Mitarbeiter, der ist im unteren Lohnbereich und der holt sich gleich die teuerste Kiste, einfach weil es jetzt mal geht und er vor der Eisdiele da den Dicken dann macht. Der ist eine Fürsorgpflicht oder so, wie würde man es nennen. Genau, deswegen ist das dann ganz gut, wenn das irgendwo gedeckelt ist und der eben nicht mit dem 10.000-Euro-Rad dann rumfährt, obwohl er das sich vielleicht auch gar nicht leisten kann. Klar kann man jetzt sagen, ja, aber privat geht ja auch keiner mit dem irgendwo hin und guckt, was der für Finanzierung und so abschließt. Aber wenn man die Möglichkeit hat beim Unternehmen, kann man das schon nutzen. Deswegen haben viele einen Deckel, aber wie gesagt, das kann man individuell dann hochsetzen. Okay. Ja, als kurzes Thema hier nochmal der Ablauf. Wir haben das immer so ein bisschen nebenbei schon angeschnitten. Wie ist dieser bürokratische Ablauf? Wie mache ich das? Das heißt, ich muss als jemand, der so ein Rad kaufen will, muss ja irgendwie der Arbeitgeber das erstmal können. Dann muss der Händler das können und das sind ja auch immer die Fragen, die zu, dann kommt dann auch mal über Instagram, macht die auch die und die Leasingsfirma und mein Arbeitgeber macht nur das. Und irgendwo kommt dieses Chart hier auch. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier aufrufen kann. Da sehe ich jetzt zwölf Schritte bis zum neuen Fahrrad. Wir haben das extra mal gemacht, damit die, was ich vorhin schon gesagt habe, damit der ein oder andere aus der Personal- oder Lohnbuchhaltung das Grinsen wieder zurückbekommt. Wenn du jetzt hier guckst, wir haben unter eins, das ist der einmalige Aufwand, der Arbeitgeber muss ja einmal was machen. Die müssen sich einmal mit unseren Verträgen auseinandersetzen, die müssen abgeschlossen werden, die müssen sich überlegen, wie viel Zuschuss wollen wir gehen? Ein oder zwei Fahrräder, sind Pedeleks und E-Bikes erlaubt? Die müssen ja einmal den Rahmen abstecken, was sie machen wollen im Unternehmen. Und das dann kommunizieren an die Mitarbeiter. Und da helfen wir mit. Also das heißt, wir erstellen für die Flyer, Intranet-Präsentationen oder Poster für die Mensa, wie auch immer. Da helfen wir mit. Das ist ein einmaliger Aufwand. Es wird einmal gemacht, einmal zum Mitarbeiter kommuniziert. Können auch Demo-Days oder sowas dann eben sein. Und dann ist es eigentlich so, dass der Mitarbeiter durch diese Präsentation oder diese Kommunikation im Unternehmen weiß, was hat das Unternehmen für ein Code bei uns. Und dann meldet er sich bei uns im Portal an. Wie man sich heute überall registriert, geht er einfach bei uns ins Portal und gibt seine personenbezogenen Daten ein und generiert damit einen Arbeitnehmer-Account und einen Arbeitnehmer-Code. Und hinter diesem Code ist alles hinterlegt. Da sind nicht nur seine Daten hinter, da sind auch die Unternehmensdaten hinter. Und hinter diesem Code sehen wir auch, was darf der zum Beispiel für ein Fahrrad, wie auch immer. Das, was du vorhin erklärt hast. Genau. Und er sieht das wahrscheinlich auch. Genau. Und er sieht das auch. Jetzt kommt er zu euch mit diesem Code. Ihr gebt nur diesen Code ein im Portal und dann wissen wir alles über dieses Unternehmen und den Mitarbeiter. Das heißt, ihr seht als Händler sofort, okay, der darf Fahrräder bis 5000 Euro, der darf auch zwei Fahrräder machen vielleicht und alles steht da drin. Dann sucht er ganz normal wie ein Privatkunde bei euch das Fahrrad aus, entscheidet sich irgendwann für das Rad und dann ladet ihr als Händler, ladet dann die Fachhändler Anfrage bei uns in eurem Portal hoch. Ihr geht einfach an euch, jeder Händler hat ein Portal, Zugang, da sind alle seine Fahrräder, die er hochgeladen hat, sind alles transparent, sichtbar, alle aktiven Leasing-Verträge sind da drin, gebt den Arbeitnehmercode ein und ergänzt das um die Fahrraddaten, weil die brauchen wir ja noch. Die geben wir noch dazu, Preis, UVP, was er in Wirklichkeit bezahlt und so weiter. Genau, das packt ihr alles noch dazu und damit sind alle Daten zusammen und aus diesen Daten erstellen wir dann den Überlassungsvertrag. Das ist ja ganz wichtig, der Arbeitgeber muss ja mit dem Mitarbeiter einen Überlassungsvertrag abschließen und da sind alle Werte dann vorne drauf. Immer unter Berücksichtigung der Parameter, die der Arbeitgeber vorgibt. Wenn der 10 Euro Zuschuss gibt, ist das natürlich dann eingerechnet und reduziert und damit ist das alles fertig. Der Mitarbeiter geht entweder ins Portal oder in die App, signiert das digital, diesen Überlassungsvertrag und in dem Moment geht erst beim Arbeitgeber die Aufgabe wieder auf, zu checken, ob der Mitarbeiter darf. Weil dann gucken sie, ah, der hat sich ein Fahrrad ausgesucht für 4000 Euro, das ist der und der Mitarbeiter, der Überlassungsvertrag ist fertig gezeichnet im Portal, alles klar, super, der darf das haben, freigegeben. Mehr nicht. Darauf warten wir Händler aber. Genau. Bevor wir das Rad bestellen. Genau, darauf wartet der Händler, damit, weil, es kann ja immer noch sein, dass der Mitarbeiter gar nicht darf. Aber das ist nicht hinterlegt, weil der vielleicht irgendwie schon hinterlegt ist, dass er darf, aber dann darf er es doch nicht, weil er vielleicht schon gekündigt wurde oder was auch immer. Genau, irgendwas ist auch immer und dann kannst du bestellen. Das heißt, wir bestellen, wenn das jetzt nicht ein Rad, was bei uns im Showroom ist, wir reservieren das natürlich erstmal für ihn, aber wenn wir es nicht haben vor Ort, dann müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht irgendwie rahmengroße XS in pink bestellen und dann darf er gar nicht und wir haben das Rad hinterher stehen. Genau, deswegen bekommt ihr ja von uns immer die Bestätigung, Rad XY ist freigegeben, könnt ihr ja bestellen, das ist eine verbindliche Bestellung von uns als Leasinggesellschaft und sobald das Rad da ist. Macht meistens Matthias bei uns dann immer. Genau, aber dann ist es tatsächlich so, dass wir ja bei uns, es ist nur bei uns jetzt eine Besonderheit, dann wird das Fahrrad gebaut und das gibt ganz oft, manchmal, doch sehr oft, doch sehr oft, die Sachen, Mensch, das ist ja schon zwei Monate her, wir haben das doch schon freigegeben. Ja, aber das Rad zu bauen dauert auch drei Monate, es wird ja auch noch lackiert, das dauert schon zwei Monate und so weiter und so fort. Kommt ziemlich häufig vor, aber ist auch nur eine Frage und Antwort. Hatten wir denn mal so eine Ablehnung schon? Nee, ne? Das weiß ich nicht. Es ist ziemlich selten, ne? Also es ist ziemlich selten, weil meistens, das kriege ich nicht mit. Die Mitarbeiter kriegen ja in ihrer Information, die sie vom Arbeitgeber bekommen, steht ja drin, wer nicht leasen darf zum Beispiel, ne? Ja, ja. Und jemand weiß ja, ob er eine Gehaltsfindung hat, jemand weiß auch, ob er noch 36 Monate im Unternehmen ist, die meisten wissen das. Ja, ja. Und deswegen ist das sehr, sehr selten, dass mal was abgelehnt wird, ist im Grunde nur Vier-Augen-Prinzip und wir müssen ja auch eins machen, wir müssen ja auch checken, ob die Werte, die ihr eingegeben habt, richtig seid, ne? Das kann ja sein, jetzt der Mitarbeiter sucht sich ihr ein Fahrrad aus und das kostet 4.000 Euro und ihr gebt auf einmal 6.000 Euro ein in die Maske, dann kann es nicht sofort freigegeben sein, also muss der Mitarbeiter das nochmal checken. Damit das nicht erst in die Schleife läuft und nachher, oh, da war ein Missverständnis und das haben wir anders besprochen. Und deswegen checkt einmal der Mitarbeiter, gibt das frei, dann gibt es durch die Personalabteilung wird es freigegeben und dann bekommt ihr die Übernahmefreigabe, das heißt, in dem Moment kann der Mitarbeiter das Fahrrad abholen und im letzten Step, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, wird dann die Dauerleasingrechnung an die Lohnbuchhaltung ermittelt und die pflegen das einmal ein. Und damit ist der Prozess dann durch und das ist ja auch das, was wir machen, dass wir, wenn man sich diese ganze Reihe anguckt, wie viele Steps das sind und wie viele Beteiligte wir haben, wir haben einen Händler, einen Arbeitnehmer, einen Arbeitgeber, eine Leasinggesellschaft, eine Versicherungsgesellschaft, einen Dienstleister, so viele sind involviert und das, was wir machen, ist, wir führen das alles zusammen und geben jedem nur so wenig zu tun, wie irgendwie möglich. Dass also nicht jetzt jeder in jedem Step da involviert ist, sondern du bist nur dann involviert, wenn wir dich wirklich brauchen als Händler oder als Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber. Und dann freuen sich alle, der Arbeitnehmer hat die meiste Arbeit. Genau. Das sind die roten, viermal rot sehe ich, dreimal grün, das ist der Bike-Leasing-Service. Genau. Fachhändler sind nur zweimal grau und die, ups, irgendwas ist hier umgefallen im Hintergrund. Hat gerade geknallt, ist wahrscheinlich gar nicht in den Mikros angekommen, aber wir haben uns erschrocken. Weil da die Werkstatt ist, ist wahrscheinlich gerade ein Reifen explodiert. Das kann sein. Könnte sein. Nee, falls ihr es nicht im Mikro gehört habt, ihr habt es gerade so ein bisschen laut gebommert. Und die Personalabteilung hat nur zweimal. Also der Arbeitnehmer hat die meiste Arbeit, weil er natürlich das Fahrrad aussuchen muss und so weiter, Fahrrad abholen muss. Das ist ganz interessant. Für die, die das jetzt nicht sehen oder nur hören, das ist halt so ein Chart, wo man sieht, farblich hinterlegt, wer was zu tun hat. Und dann ist es ja gar nicht so viel, wenn man es auf die verschiedenen Schultern macht. Genau, das ist so. Und der Arbeitnehmer hat natürlich auch ein Rieseninteresse. Deswegen hat er hier an dieser Stelle ein bisschen mehr zu tun. Wobei es eigentlich auch nicht mehr ist, als in der Praxis, wenn er normalerweise zu euch ein Fahrrad gehört. Das Einzige, was er macht, er registriert sich vorher. Das Fahrrad aussuchen ist beim Kauf dasselbe. Das Fahrrad abholen ist beim Kauf der gleiche Prozess. Der hat kaum was mehr mehr zu tun. Und für euch als Händler ist es eigentlich auch kaum was mehr. Beratung ist alles identisch. Ihr müsst auch nachher uns eine Rechnung, würde auch der Kunde kriegen. Also auch da ist nicht viel mehr Aufwand. Und wir kriegen ja dann das Geld von euch als Leasingfirma, kriegen wir dann auf unser Konto irgendwann überwiesen. Ja. Damit wir sozusagen das Fahrrad verkauft haben. Jetzt habe ich noch eine spezielle Sache, die steht hier auch drin, aber die würde ich noch ein bisschen aus der Praxis erweitern. Da speziell für unsere Zuhörer ist das so, weil wir viele, viele, viele Custom-Räder bauen, wo Leute sagen, 36 Monate, so bleibt das Rad nicht unverändert in meinem Keller. Dann lass uns mir mal offiziell, dass ich hier einen Timestamp einmachen kann. Dann haben wir jetzt nämlich den Ablauf hinter uns. Jetzt gehen wir mal auf das Fahrrad selber rein, was mit dem Fahrrad und so weiter gemacht werden darf. Also das nur, um das thematisch hier zu sortieren, nach später für unsere Zeitangaben. Weil es geht um das, jetzt habe ich das Fahrrad, was darf ich damit machen, was darf ich nicht mitmachen. Also die Frage, wie teuer darf das Rad sein, haben wir schon geklärt. Es darf ja fast, darf auch 20.000 Euro kosten, wenn es sein muss. Wie viele Räder haben wir auch schon geklärt und jetzt kommt eine Frage, darf ich das Rad verändern? Genau, jetzt habe ich das mit Schaltgruppe XY. Wir nehmen jetzt mal, was wirklich aus der Praxis ist. Ich habe da eine Rennradschaltung Ultegra drauf. Mensch, bin ich jetzt gar nicht mehr so glücklich mit. Ich würde vielleicht gerne eher eine leichtere, gravel-lastigere Schaltung haben. Die ist ja viel, viel teurer. Ah, das ist ja gar nicht mein Fahrrad. Kann ich jetzt eigentlich zu meinem Händler gehen, in dem Fall Enjoy Your Bike und sagen, hier, mach mal die Schaltung runter, mach mal das Bessere drauf. Leg die in eine Schublade, falls ich das Rad noch mal zurückgeben muss, in dem Zustand, jetzt nehmen wir mal den Klassiker, in der Ultegra-Schaltung. Also die Gruppe wird ausgetauscht, ich packe die zur Seite. Darf ich das machen? Also grundsätzlich ist es so, wenn du Veränderungen am Fahrrad durchführst, manchmal musst du das ja auch machen, vielleicht ist mal ein Sattel abgenutzt oder du kommst mit Griffen oder so. Verschleiß ist was anderes. Ja, oder du kommst halt auch mit dem Lenker nicht zurecht, mit der Position oder wie auch immer. Dann ist es so, du kannst diese Teile austauschen, die dürfen aber die Funktion des Fahrrads nicht beeinträchtigen. Also es muss nachher immer noch genauso funktionieren wie vorher. Es macht auch keinen Sinn, das nicht zu tun. Genau. Aber trotzdem muss es eben so sein und die Teile müssen gleich oder höherwertiger sein. Ja. Wenn du sie dran lässt und wenn du sie zurückgibst, auch gleich oder höherwertig oder die Teile, die dran waren, wieder dran bauen. Genau. Also kein Problem. Genau, ist kein Problem. Das ist eine ganz wichtige Information. Gott sei Dank. Ich habe das nämlich bei meinem Open gemacht. Komplett die Gruppe gewechselt, andere Laufräder. Das ziehen wir nachher ein, wenn ich überaus gehe. Steht leider unten auch. Und jetzt noch eine Besonderheit. Ich weiß, ich penetriere das, aber das ist tatsächlich unser Kundenkreis und du hast das auch schon mal gehört. Du fährst selber ein Gravelbike. Jetzt ist das so, ich hole mein Gravelbike ab und dann hat das einen Laufradsatz, meinetwegen mit 40 mm breiten Reifen auf 700 C. Ein richtiger Praxisbeispiel. Dieses Fahrrad hat jetzt 5000 Euro gekostet, das Leasing ist durchgelaufen, alles ist super, alles ist cool. Ich habe ja, eigentlich ist es ja die Frage im Vorfeld auch, jetzt gehe ich da hin und sage, ich brauche jetzt noch so einen Gravellaufradsatz mit Mountainbike-Bereifung. Den packe ich jetzt in das Rad rein, das ist dann mein Privateigentum. Das kann ich da ohne Probleme machen. Das wäre wie wenn ich ein Zubehör wie einen Fahrradkorb oder eine Fahrradtasche kaufe. Genau. Das ist überhaupt kein Problem. Was man damit beachten muss, ist, dass wenn man das dazu packt, dass man es nachher beim Zurückgeben auch mit zurückgibt. Nee. Du hast es ja privat gekauft. Wenn du was privat kaufst, kannst du ja privat kaufen, was du möchtest. Privat kaufen, interessanter ist ja nicht. Aber interessant ist ja, dass du den zweiten Laufradsatz beim Leasing, beim Start gleich mit dazu packst. Wenn das ins Budget passt, das ist ja klar. Aber das kann ich ja auch machen mit der Rahmentasche letztendlich, dem sogenannten Zubehör. Aber du kannst einen zweiten Laufradsatz während dieser Zeit, während du damit fährst, einfach benutzen. Und den behältst du dann nachher und gibst das Fahrrad zurück. Und den Laufradsatz behalte ich. Den habe ich ja auch so bezahlt. Genau. Das ist ja völlig losgeist davon. Das ist ja logisch. Wenn ich ein Fahrrad leese und mein ganzes, was ich extra bezahle, ist ja meins. Bleibt da. Das wäre nur blöd, wenn ich genau den Laufradsatz dann reinschrauben würde, wenn ich es zurückgebe. Ich kann aber, ja wie ist es, wenn ich jetzt, wie ist die Definition von Fahrrad beim Leasing? Muss das ein Rad mit zwei Rädern sein oder kann das auch ein Fahrrad sein, wo ich noch zwei Räder und noch zwei und noch zwei im Schrank liegen habe? Also kann ich ein Fahrrad bei euch leasen, wo ich sechs Laufräder einfach mit lease? Ich würde sagen, bei sechs Laufrädern passt das Budget nicht mehr. Aber dann kann es auch mal ein bisschen kritisch. Also bei einem zweiten Laufradsatz sehe ich da überhaupt keine Probleme. Ich wüsste jetzt nicht. Wie wird das denn dokumentiert? Sagt man ein Fahrrad plus? Da haben wir Zubehör. Du musst ja bei uns anklicken, welches Zubehör gehört zum Fahrrad, weil das ja auch bei der Rücknahme dokumentiert wird. Wenn die Fahrräder zurückkommen, gehören ja diese Teile auch dazu, weil das ja wertmäßig passen muss. Es ist ja so, dass die Leasinggesellschaft einen Wert finanziert und wir haben ja dann ein Rechenmodell und nach 36 Monaten muss da ja ein Wert da sein. Dann kann es natürlich nicht sein, dass du ein Fahrrad kaufst und haust dir für 2000 Euro Laufräder rein beim Kauf und gibst das mit den 129 Aluminium-Laufrädern wieder dann zurück. Das geht natürlich nicht. Also das heißt, die Teile müssen schon gleich oder hochwertig sein. Die Problematik kam ja von der Autobranche her. Ich habe jetzt meinen So-und-So-Kombi bekommen. Mist, der hat ja gar keine Anhängerkupplung. Das ist aber alles am Laufen. Jetzt läuft das ja alles. Ich brauche ja die Anhängerkupplung für den nächsten Sommerurlaub, um diese Fahrrad-Heiterung da zu machen. Ja, jetzt gehst du als Auto-Leasingnehmer dahin und kaufst dir den Heckträger. Ja, kein Problem. Da sind wir dabei. Das ist wie der zweite Laufradsatz. Aber diese Veränderung am Fahrzeug mit der Anhängerkupplung, die ist dir dann untersagt oder eben erlaubt. Solange du dann zum Beispiel sagst, dass es erlaubt und du gibst es höherwertig mit der Anhängerkupplung zurück. Schlecht ist, wenn du ein Loch in die Heckstoßstange schneiden musst. Gutes Beispiel. Dann wird es halt kompliziert. Jetzt ist der Laufradsatz offensichtlich, weil du nichts veränderst am Fahrrad. Es bleibt ja der Rahmen, es bleibt ja vielleicht die Kette. Also den kaufe ich nach einem halben Jahr einfach privat oder ich nehme ihn, so wie ich es verstanden habe, gleich ins Leasing mit rein. Dann wird es dokumentiert. Rad wird mit Vierrädern ausgeliefert und wahrscheinlich mit Marco. Sonst wie, wo, wie muss das Zubehör am Rad montiert werden können? Also darf das auch eine Lupine-Lampe sein? Darf es auch der Helm sein als Zubehör, den man da mit reinrechnet? Also alles das, was zum Fahrrad gehört, kann auch zum Leasing. Alles das, was zum Fahrrad gehört, gehört nicht dazu. Also Helm. Also du kannst jetzt keinen Helm dazu. Aber die Lupine-Lampe? Kein Helm, auch keine Schuhe, die Pedalen wiederum ja. Lampen, Fahrradlicht kann ich anbauen. Beleuchtung, alles kein Problem. Das geht ohne Problem. Das ist ja beim Auto auch so. Ich meine, nur weil du jetzt ein Auto... Akkubeleuchtung kein Problem. Akkubeleuchtung kein Problem. Obwohl ich ja Standard heute... Die kann ich ja theoretisch an ein anderes Rad auch mit dran benutzen und so weiter. Das kann ich trotzdem mit ins Leasing nehmen. Musst du es halt zurückgeben, falls du das Rad zurückgibst. Genau, wenn du das Rad zurückgibst, gibst du die Akkubeleuchtung natürlich mit zurück. Aber da hat man natürlich eine Chance, sich eine schöne Lupine zu leisten, die man vielleicht so im Bar auch nicht zahlen würde. Ja, hatten wir. Kommt immer eins zum anderen, dass ich sage, ach, das packe ich da noch mit rein. Lohnt sich ja, ne? Spannend. Das wusste ich auch noch gar nicht. Okay. Dann hat man wenigstens vernünftiges Licht. Ja, ja. Das kommt ja allen zugute. Ja, ja, ja. Das kommt noch dazu, genau. Also verändern. Ja, aber ist ja beim Autoleasing genau das Gleiche. Aber auch beim Auto. Du kannst ja beim Auto jetzt nicht die Lederjacke von Porsche dazuliesen. Nein, aber das gute Licht als Upgrade ist ja... Ja, genau. Licht ist alles kein Problem und auch zum Auto und Winterreifen und so. Aber du kannst eben nicht, wenn du da bist oder bei Mercedes, weil wir die vorhin hatten, dir dann noch die Mercedes-Down-Jacke dazupacken. Ah, es gibt Mercedes-Down-Jacken? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich vermute, dass die auch bei Audi Cabriolets gibt es Audi Brillen. So, bei Porsche geht es auch auf. Das geht halt nicht. Weg zum Fahrrad. Dann gibt es eine Frage, die hast du im Vorfeld uns hier im Vorgespräch schon gesagt, dass ja Leute auch mal fragen, ja für so eine Leasingrate bekomme ich ja schon fast ein Auto. Was sagst du denn solchen Leuten? Aber das hören wir gerne in unseren YouTube-Kommentaren auch, dass ja das Rad, was wir vorstellen, so viel kostet wie ein Kleinwagen. Genau, das sind total Praxisbeispiele und im Moment ist das ja präsenter denn je, weil wir im Autobereich durch die E-Mobilitätsförderung ganz kleine Leasingraten teilweise bei den Autos haben, weil da subventioniert wird und so, da muss man einsteigen, nämlich bei dem, was will man eigentlich erreichen. Wenn ich ein Auto lease heute, dann will ich 36 Monate oder 24 Monate möglichst günstig fahren und die Hersteller gehen hin und machen die Raten so günstig wie nur irgendwie möglich, dann darfst du dann nur 5000 Kilometer fahren, weil sie da im Wettbewerb stehen, denn das Ziel ist es immer, das Auto zurückzugeben. Da ist nie eine Übernahme das Ziel, sondern das geht zurück und dann hast du immer, das ist nämlich das, warum die Vorparkmanager bei uns immer so ein bisschen bedröppelt gucken, weil sie Angst davor haben, dass am Ende der Laufzeit mit jedem über den Restwert diskutiert wird und dann hast du immer das Problem, oh hier ist ein Kratzer dann, 300 Euro, hier ist ein Stiegel. Da holen sie sich das Geld dann nämlich wieder. Genau, da holen sie sich dann Geld wieder und bei uns ist es ja eigentlich ein anderes Modell, bei uns ist es ja so, dass wir eine Leasingrate haben, die so hoch ist, dass wir niemals in ein Restwertrisiko fallen, dass wir kein Risiko aufbauen für den Mitarbeiter, dass der am Ende noch was drauf bezahlen muss, sondern dass wir eigentlich ein Modell haben, wo wir zu jeder Zeit sagen können, Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben kein Restwertrisiko, weil wir eben auf diese 10% runtergehen im Restwert, das ist halt das, was das Leasing gut, sage ich mal, am Ende noch mindestens wert sein muss, das erreichen wir eigentlich immer und deswegen ist die Leasingrate so hoch während der Laufzeit, auch mit dem Vorteil, dass natürlich ein Großteil des Fahrrads eben über die Brutto-Entgeltumwandlung dann umgewandelt wird und wenn er das Fahrrad dann zurückgibt, hat er nicht das Risiko, dass er irgendwie noch was nachzahlen muss und wenn er es übernimmt, hat er den Vorteil von einem kleinen Übernahmepreis. Okay. Die Versicherung haben wir schon angesprochen, dass es so eine Vollkaskoversicherung immer mit dabei sein muss auch. Was passiert denn jetzt, wenn das Rad kaputt, wirklich kaputt geht? Habe ich dann die Chance gleich ein Neues zu bekommen oder zahlt ihr die Reparatur oder und dann noch mit dem ganz großen Punkt, tja, jetzt habe ich einen Totalschaden an meinem Rad, ist ein Auto drüber gebrettert, kriege aber gar kein Neues, weil ja irgendwie Liefersituationen, kein gleichwertiges E-Bike beim Händler zu bekommen und so weiter. Gibt es da noch Unwägbarkeiten oder wie wird sowas gelöst? Wie ist der Restwert zu berechnen? Mache ich da vielleicht einen Verlust mit, wenn das Rad jetzt nach einem Monat hat das schon einen Schaden und so beim Unfallauto kennt man es ja auch, dann ist es sofort, da gibt es ja so eine GAP-Unterdeckungsgeschichte, damit man nicht sofort pleite ist, weil das Auto in der ersten Woche kaputt gefahren wird. Was ist das für eine Abkürzung? GAP? Haben wir auch, das ist die GAP-Abdeckung. Das ist dafür da, dass du zum Beispiel im ersten Monat, wenn der Nutzer sich heute hier ein Fahrrad abholt für 5000 Euro und das Fahrrad wird morgen geklaut oder er fällt dann mit morgen hin ist Totalschaden. Dann ist der Schaden höher als 5000 Euro, weil wir Versicherungsprämien für ihn abgeschlossen haben, weil wir bei euch für 5000 Euro das Fahrrad gekauft haben, weil wir bei der Leasing Gebühren angestoßen haben. Ich verstehe. Und damit eben das gedeckelt wird, haben wir eine GAP-Versicherung, das heißt, der Schaden wird immer übernommen. Es bleibt kein Risiko beim Leasingnehmer, beim Arbeitgeber irgendwie hängen, also das kann da schon mal nicht passieren. Aber ganz wichtig, klar, mit der Vollkasko-Versicherung, die wir integriert haben, deckst du eigentlich all das ab, was du morgens noch nicht weißt, was passiert. Und vor allem, es geht in der Regel um die eigenverschuldeten Sachen. Wenn dich ein Auto umfährt, dann haben wir ja einen Haftweg, dann haben wir ja jemand anderen mit. Aber wenn du den Akku fallen lässt, wenn du mit dem Fahrrad vor den Baum kneterst, weil du im Meister schon nicht mehr gucken konntest, kann ja mal passieren. Wenn du eben solche Sachen hast, also das Fahrrad geht kaputt aus Dingen, die du morgens eben noch nicht weißt, wenn irgendwas passiert ist, dann ist das immer versichert. Und dann kriegst du das immer ohne Selbstbeteiligung total ersetzt. Kein Problem. Und dann haben wir den zweiten Baustein, das ist Verschleiß. Das heißt, du weißt ja, es passieren ja bestimmte Dinge. Wir haben das bewusst nicht mit integriert, weil es eben viele Leute gibt, die sagen, ich repariere selber, ich schraube gerne selber, ich will lieber mir einen Reifen günstig irgendwo besorgen und mal einen neuen ausprobieren. Deswegen haben wir den Baustein nicht immer mit drin. Aber du kannst eben, wenn du willst, Verschleiß mit dazu buchen und dann kannst du auch Verschleißteile jedes Jahr auch abwickeln. Und dann kommt immer das große Thema Totalschall und Diebstahl. Was ist denn jetzt, wird mir das Fahrrad geklaut? Da kommen wir noch. Aber da ist es, da ist ja jetzt auch ein wichtiger Punkt. Ich habe 35 Monate das Rad bezahlt und am 36. wird es mir geklaut und habe mich schon so gefreut, für 18 Prozent so ein günstiges Rad zu kriegen. Würde ich ja nicht gebraucht, auf dem Markt kostet es das Doppelte. Meistens wahrscheinlich. Was gibt es da für eine Lösung? Ist das denn einfach Shit Happens oder? War es. War es tatsächlich bis vor kurzem, weil es auch im Grunde im Autobereich oder so auch überall gleich ist. Also Fakt ist einfach, wir sind der Auffassung, dass es Leasing und steuerrechtlich, dass Leasing beendet werden muss. Also für unsere Auffassung kannst du nicht nach 35 Monaten in diesen bestehenden Vertrag ein neues Fahrrad reinpacken. Und gerade mit der Situation, die du hast, das Rad ist 35 Monate alt. Gibt es das Modell noch? Gibt es das in der Größe? Ist das gerade verfügbar? Was mache ich, wenn das 300 Euro teurer ist? Was mache ich, wenn es ein bisschen günstiger ist? Wie verhält man sich da? Und deswegen sind wir kein Freund von Totalersatz in den gleichen Leasingvertrag. Das gibt es im Autobereich auch nicht. Sondern bei uns ist es so, dass wir aber eine Entschädigung haben für den Nutzer. Okay. Das heißt, das ist aber neu. Das ist neu. Das haben wir jetzt seit, muss ich selber überlegen, ich glaube seit 1.11. oder seit 1.10. Also jetzt ganz neu. Ganz neu. Gilt aber für alle Fahrräder, die wir im Bestand haben. Also Verbesserung in den Versicherungsleistungen haben wir für alle Fahrräder, also sechsstellig Fahrräder, die auf der Straße sind. Auch wenn ich vor drei, zwei Jahren geleast habe. Auch bei deinem, da haben wir es gerade wieder, auch bei deinem Fahrrad, das ist jetzt eben so versichert. Ja. Und was machen wir? Wir wissen ja, wir haben uns vorhin die Modelle angeguckt und wir wissen eigentlich, dass der Nutzer ungefähr 50% der Netto-Leasing-Rate ja im Monat als Kosten hat. Bisschen mehr, vielleicht 60%. Weil die meisten Arbeitgeber sagen, wir wandeln die Netto-Leasing-Rate beim Mitarbeiter um. Dann hat er 60% an Kosten ungefähr im Monat. Und das ist das, was er ja an Belastung über die Laufzeit hat. Und wenn das Fahrrad weg ist, sagen wir mal im 10. Monat, um mal einfach zu rechnen und er hat 100 Euro Netto-Leasing-Rate gehabt, dann erstatten wir 50% der Netto-Leasing-Rate 10 Monate lang sind 500 Euro und die bekommt er in sein Nutzerkonto bei uns als Gutschrift. Wenn er ein neues Fahrrad legt. Und wenn er sich ein neues Fahrrad abholt, kommt ihr her, holt sich ein neues Fahrrad ab und ihr gebt als Kaufpreis 5000 ein, dann wird eben nicht 5000 Euro als Grundkalkulation für das Leasing genutzt, sondern 4500. Okay. Und damit sind wir steuerrechtlich konform, Leasing-Erlass-konform und wir haben den großen Vorteil, dass der Nutzer im Grunde das, was er ein bisschen angespart hat, wenn du so willst, hat er wieder als Rabatt für sein Neues mit dem großen Vorteil, egal was für eins. Der muss nicht genau das gleiche Rad, das gleiche Größe, irgendein Rad aussuchen. Aber ich würde schon sagen, da das eine wichtige Info ist für die Leute, nochmal klar zu machen, in diesen 36 Monaten ist es noch nicht dein Fahrrad, es kann dir geklaut sein und das natürlich so eine kleine, ich würde jetzt mal in meiner Plattensprache sagen, Altlast aus Autoleasing, der gesetzlich gesagt hat, ja, dann ist das Rad halt weg. Da ist ja dieser Prozess des Übernehmens des Autos oder des Fahrrades nicht zielführend, das ist ja gut erklärt, dass man aber das den Leuten auch nochmal klar macht, dass das ja auch ein wichtiger Punkt ist, über den sie nachdenken müssen. Das ist so, da musst du halt Gut, aber dann war es bisher schon wirklich worst case, mir wird das Rad gekauft, ich habe schon viel abbezahlt und muss dann wieder von vorne anfangen. Genau. Jetzt so wie es jetzt ist, es ist ja wirklich, wirklich gut gelöst und auch für euch wahrscheinlich finanziell dahingehend zu stemmen, weil ihr ja einen Folgevertrag kriegt. Genau, also das muss man auch ganz klar sagen, wir nehmen im Grunde alle Erträge und noch ein bisschen mehr aus dem Folgevertrag und packen die und lösen damit das Problem, wenn du so willst. Nur richtig worst case für euch werden, aber es steckt wahrscheinlich auch eine Versicherung dahinter, wo die sowas mathematisch berechnet, dass es sich leisten, dass man es sich leisten kann. Worst case wäre natürlich tatsächlich der 35. Monat. Das ist so. Okay. Also schön anschließen, wenn das Rad schon mal zweieinhalb Jahre bezahlt ist. Und auch bitte nicht über einem Zaun, wo man das Schloss nach oben abheben kann. Wir haben die wildesten Fälle. Wobei ich das zumindest in unserer Klientel oder so ticke ich ja selber auch, das wäre der worst case für mich, wenn jetzt mein altes Open Upper geklaut wird, was eingestellt ist, was so optimiert ist, auf perfekt eingestellt ist. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als von vorne anfangen zu müssen. Das ist schon. Selbst wenn du die Kohle flüssig hast. Aber das ist ja alles auch anstrengend und finde erst mal wieder ein schönes Rad. Ich behaupte auch, dass die meisten Radfahrer hinter dem Rad mehr hinterher trauern, als hinter dem Auto. Ja, ja, ja. Weil da irgendwie doch schon eine andere Bindung ist. Das heißt, wir haben das auch gleichzeitig mit abgewurstet, wenn das Rad, wo wollte ich jetzt drauf hinaus, wenn es klar, ach so, also diese Problematik, dass es ja das gleiche Rad vielleicht nicht lieferbar ist, die gibt es ja in dem Sinne nicht, weil es gibt ein Ende, es gibt ein Guthaben in meinem Konto und ich gehe irgendein Rad kaufen. Und wenn es das eine nicht gibt, kaufe ich halt ein anderes oder ich warte ein bisschen. Das Guthaben kann ich ja auch ein halbes Jahr später einlösen, wenn denn das neue Rad da ist. Genau. Aber jetzt, ja gut, okay. Da kommt auch gleich noch eine spannende Frage, glaube ich, in den Kommentaren, weil jetzt habe ich nur noch einen Kommentar mit Gewerkschaften, den können wir weglassen, das haben wir schon geklärt, mit, dass die meisten Gewerkschaften jetzt, glaube ich, auch mittlerweile da hingehen und viele große Konzerne, glaube ich, das ist jetzt nur noch eine Fragezeit, dass die führen. Ja, das denke ich auch. Es ist einfach mittlerweile so, dass alle auch wissen, dass dieses Modell, es gibt immer irgendwo eine kleine Schattenseite, die hatten wir vorhin mit den, mit der Renteneinzahlung, die ist aber sehr klein, die, die Vorteile überwiegen einfach und das sehen mittlerweile alle ein. auch alleine mit den öffentlichen Verkehrsmittel, wir haben ja jetzt diese unschöne Pandemiezeit, wo du auch nicht unbedingt von deinen Mitarbeitern willst, dass sie dich gedrängt im Bus da irgendwie die fünf Kilometer zur Arbeit fahren und wenn du da ein gutes Fahrrad anbieten kannst und eine gute Lösung hast und ja, wir sind auch, wir verstehen natürlich auch den Ansatz einer Gewerkschaft und deswegen sind wir auch da ein Stück weit mit dabei, dass wir natürlich sagen, dann muss der Arbeitgeber halt auch ein bisschen Beitrag leisten. Also was wir nicht so gut finden in der Konstellation ist, wenn der Arbeitgeber da noch was dran verdient, das muss jetzt auch nicht sein und der Arbeitgeber kann auch ein paar Euro mit dazu packen, das finden wir auch legitim und okay. Aber es ist ja am Ende ja auch sicherlich eher so, dass eine Gewerkschaft vielleicht auch darauf hindrängen sollte, dass das alles offen kommuniziert wird, weil es ist ja kein Arbeitnehmer gezwungen, auf seine Rente zu verzichten, indem er sich jetzt ein Dienstfahrrad leitet. Genau, das ist alles freiwillig. Deswegen, es ist ja nicht so, dass ja generell jetzt bei jedem Mitarbeiter, der verpflichtet ist, sich einen Dienstfahrrad zu nehmen und dadurch weniger in der Renten, das ist ja nicht der Fall. Es ist ja ein freiwilliges Angebot. Genau, transparent kommunizieren, transportieren. Und dann dürfte ja keine Gewerkschaft was dagegen haben. Das sehe ich auch so. Gut, dann gibt es eine Frage, die ich noch ganz interessant finde. Was ist mit einem Rad kaufen statt leasen? Dann seid ihr natürlich als Dienstleister raus. Vergessen wird oft die Möglichkeit, dem Arbeitnehmer ein Rad komplett kostenlos, also nicht nur steuerlich vergünstigt zu überlassen, das hat man vorhin schon besprochen, sofern das Rad on top überlassen wird und kein Gehaltsverzicht erfolgt. Das Rad kann komplett gekauft werden, es entfallen Zinsen, bindende Wartungsverträge und das Rad muss nach Leasingende nicht herausgekauft werden, denn es gehört dem Unternehmen ja bereits. Abgeschrieben wird allerdings recht lange über sieben Jahre. Er sagt, viel attraktiver als Leasing in meinen Augen. Ja, für die Modelle, wo der Arbeitgeber sagt, ich stelle mir Unisize-Modelle hin, was wir vorhin mal hatten, mit den Auszubildenden, da kann das, wenn die Liquidität da ist, kann das ein Modell sein, was auch super funktioniert und da sind wir auch ganz transparent. Und wenn man die Rede auf sieben Jahre auslegt. Genau, du musst davon ausgehen, dass du es auf sieben Jahre auslegst, du musst auch davon ausgehen, dass du es nach drei Jahren, wie kriegst du es, wenn du es schneller wechseln willst, zum Beispiel nach drei Jahren, was machst du dann? Dann musst du sie als Unternehmen verkaufen, dann verkaufst du von Business wahrscheinlich an Endkunden, das heißt, du musst irgendwie wieder eine Gewährleistung übernehmen, also das ist schon ein bisschen tricky, wenn man die Fahrräder lange behalten will, ist das eine Variante, die durchaus funktioniert, wenn die Liquidität im Unternehmen da ist, ist das auch was, was sicherlich günstiger ist. Der Vorteil bei uns, warum auch Unternehmen generell dieses Modell nicht eigenfinanziert anbieten, ist einfach dieses große Schaubild mit den vielen Beteiligten, weil in dem, wo du das selber machst, kümmerst du dich selber um eine Versicherung, du kümmerst dich selber um einen Händler, um einen Service, du kümmerst dich darum, was ist im Diebstahlfall, du bist also immer da in diesem Prozess involviert und warum? Weil du ein paar Prozent Zinsbelastung einsparen willst und deswegen gibt es eigentlich kein Unternehmen, bei solchen Modellen ja, wenn jemand 10, 20, 30, Propark und wenn man dann sagt, die Räder bleiben da sieben Jahre stehen oder kosten sowieso nur drei, vierhundert Euro und wenn mal eins kaputt ist, kaufe ich ein neues. Ich denke jetzt an Werksfahrräder. Genau, da ist das völlig legitim und in Ordnung und wenn die Liquidität da ist, kann man das in jedem Fall machen, überhaupt kein Problem. In dem Modell, was wir zu 99 Prozent haben, dass wir individuelle Räder haben für Mitarbeiter, macht die Kauflösung für Unternehmen keinen Sinn, weil auch die, es geht Risiken, wir haben ja wieder vorhin, Risiken, Aufwand. Du kaufst ein Rad von dem, den nicht weißt, was es ist und dann kannst du es nicht zurückgeben, weil dann ist es ja nicht, ja, Mitarbeiter geht, ihr kriegt das Rad auf den Hof, so bleibt es auf seinem Hof stehen und er muss sehen, was er damit macht. Bei Unisize-Fahrrädern, dann geht das vielleicht noch, aber sobald du individuell bist, sag mal, wer soll denn auf deinem Rennrad noch fahren? Ja, ja. Das fällt ja schon für die Hälfte aufgrund der Größe aus. Da darf man auch nur drauf fahren, wenn man so schnell ist wie ich. So, siehste. Da fallen wir ja komplett raus. Wir beide. Ja. Kein Problem, Ingo. Ne, interessant, ja, ja. Aber es ist eine Lösung, okay. Das war nämlich auch so, das ist ja aber im Grunde beim Auto genauso. Kaufe ich als Unternehmen, kaufe ich das Auto oder lease ich es? Leasen, sofort abgeschrieben, nicht über diese fünf Jahre sind es, glaube ich, beim Auto und das ist tatsächlich eine Gratwanderung bei uns im Unternehmen auch unterschiedlich. Also ich habe, zu 80 Prozent leasen wir einfach nur, weil es viel, viel einfacher ist. Ich habe aber jetzt zum Beispiel ein Elektroauto, kann ich ruhig sagen, BMW i3 zum Beispiel, wo ich sage, ja gut, der besteht aus Carbon und Plastik, das Ding fährt ja locker zehn Jahre. Genau. Und da kann ja höchstens, dann hat er vielleicht nur noch 80 Prozent der Batterielaufleistung, aber da gibt es auch zehn Jahre Garantie drauf, dass er die zumindest hat, wo ich sage, da macht es Sinn, das zu kaufen. Wenn ich sowieso weiß, sechs, sieben Jahre bleibt das auf der Straße, dann habe ich jedes Jahr die Abschreibung, dann ist das okay. Wenn ich weiß, ich muss das alle zwei, drei Jahre austauschen, weil da irgendwie hunderttausend Kilometer drauf sind, weil es ein Außendienstler nutzt oder was auch immer viel gefahren wird, dann ist ja wieder eine ganz andere Frage. Und so muss man, glaube ich, als Unternehmen da jedes Mal abwägen, macht das Sinn, mal wirklich zu sagen, ich kaufe es, also in meinem Auto, in meinem Fall auch nicht bar bezahlt, sondern finanziert, wo ich sage, okay, das ist eine Finanzierungsoption, die für mich auch sich lohnt. Das sind so Dinge, die man, oft kriegt man ja ein Auto finanziert, günstiger, als wenn man es bar bezahlt, weil die nämlich noch eine kleine Provision an dem Bankgeschäft verdienen. Das ist manchmal so. Und also beim Fahrradmodell macht es keinen Sinn, das selbst zu finanzieren, weil der Unterschied eben ist, dass der Mitarbeiter selbst bezahlt, das heißt, er will auch selber aussuchen, er will sich selber den Händler aussuchen, selber das Modell und damit willst du als Arbeitgeber nichts zu tun haben. Du hast keinen Bock mit 100 Mitarbeitern irgendwie jeder zu einem anderen Händler zu fahren und dann das Fahrrad da zu kaufen, abzuholen und die Schadensfälle zu regulieren und wenn der abbaut, was mache ich mit dem Rad? Ist beim Fuhrpark wahrscheinlich auch. Wenn man als Autofuhrpark kauft, dann wird auch gesagt, hier, ich kaufe mal drei von diesen Skoda Octavia und alles die gleichen und fertig und die kriegen halt die Mitarbeiter. Da können wir auch alle mitfahren in den Skoda Octavia, da passen wir alle rein. Auf deinem Rennrad haben wir ein Problem. Ja, ja, stimmt. Das ist halt so. So, dann gibt es noch eine Frage, Bike nicht übernehmen, macht das überhaupt Sinn? Ich habe mir die Zuschauerfragen, die noch hier drin waren, die sie bekommen haben, das haben wir fast alles abgearbeitet. Bin ganz happy. Ne, ne, aber eine habe ich jetzt noch. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt auch abgearbeitet ist, aber ich muss sie jetzt vorlesen. Hilft alles nichts. Ich habe so eben im Podcast mitbekommen, dass er einen Podcast macht. Okay. Ich lease momentan ein Bike über Jobrad und darf über meinen Arbeitgeber auch nur ein Bike leasen. Ich möchte das Bike am Ende des Leasings nicht übernehmen, sondern ein neues Bike leasen. Also einer von den 10%, der es zurückgibt. Mein Problem, das Bike muss zum Leasingende abgegeben werden und erst dann darf ein neuer Antrag zur Bestellung eines neuen Bikes gestellt werden. Aufgrund der langen Lieferzeigen heißt das aber eine lange Zeit ohne Fahrrad. Habt ihr da, hast du da noch einen Tipp? Das ist tatsächlich im Moment ein Thema. Bei uns ist das auch so, also wir können mit dem Bestellprozess schon ein bisschen früher anfangen bei uns, aber das ist immer wieder und das trifft natürlich auch die ganze Branche und da hilft eigentlich nur der gute Draht zum Fachhändler. Also da kannst du nur zu deinem Händler gehen und sagen, ich muss jetzt hier vertragsmäßig halt zu lange drin bleiben, kannst du es bitte schon bestellen? Ich mache das dann, wenn ich soweit bin, auch wenn die Bestätigung noch nicht da ist, weil eine andere Lösung gibt es da jetzt tatsächlich nicht. Ich meine, ich habe ihm auch eine Mail geschrieben, habe gesagt, naja, wenn du jetzt mein Kunde wärst und du hast schon ein Rad von uns und ich weiß, wer dein Arbeitgeber ist und ich habe nicht das Gefühl, dass du keine Bestätigung hast, würde ich sagen, na gut, wir bestellen gemeinsam das Rad, dass es zum Stichtag da ist. Der kann ja auch, der kann ja auch ganz, der kann ja auch eine Anzahlung machen. Oder er zahlt ganz normal eine Anzahlung. Das wollte ich gerade fragen, ist denn der komplett rechtlich, auch steuerlich-rechtliche Weg nicht so, wenn er sagt, pass mal auf, ich möchte zum, sagen wir das mal, Juni 2022, also ein halbes Jahr von heute gerechnet, ein Fahrrad kaufen, was 5000 Euro ist, aber ich möchte es jetzt schon in Auftrag geben, weil es zum Beispiel Custom gebaut wird, weil ich die Lieferzeiten kenne und könnte die Firma Enjoy Your Bike, dann sagen, du pass mal auf, klar, wir starten den Prozess, Rahmen wird lackiert, oder Rad wird bestellt oder was dann wir machen, aber ich hätte ganz gerne eine Sicherheit von dir, ich erstelle dir eine Rechnung von 1000 Euro inklusive 19% Mehrwertsteuer, also 1190 Euro, alles ist rechtens, das ist deine Anzahlung für dieses Fahrrad, okay, du holst dieses Fahrrad im Juni 2022 nicht ab, sondern du machst den Leasingvertrag, ich storniere diese Rechnung wieder, dann ist es steuerlich doch auch clean. Ja, genau so geht es. Dann ist es doch alle, wir haben dem Staat keinen Schaden zugefügt, wir haben auch erstmal diese 19% Mehrwertsteuer auch wirklich abgegeben, die wir eingenommen haben für die Anzahlung und dann wird das wieder revidiert, ein halbes Jahr später, weil dann ist es zum Leasing gekommen, wir müssten dann dem Kunden nur machen, nur erklären, hey, aber das Rad ist gebaut, wenn du das mit dem Leasing war rum, auch immer. Dann ist die Anzahlung weg. Ist die Anzahlung weg oder du musst es halt kaufen. Genau. Und so sind alle auf der sicheren Seite, der Kunde ist auf der sicheren Seite, dass er seinen Rat bekommt. Ihr gebt ihm die Option, quasi dann vom Privatkauf zurückzutreten und nachher in das Leasing zu switchen. Es läuft dann nochmal weiter und das ist eigentlich die beste Variante. Aber deswegen sage ich, da hilft nur der Weg zum Händler. Naja, aber das ist doch jetzt auch der Tipp, wenn die jetzt auch hier Händler zuhören und sagen, pass mal auf, da geht der ja auch nicht auf Glatteis steuerlich. Nö, das ist völlig in Ordnung. Haben wir es. Die nächste Frage, den nächsten Kommentar brauchen wir nicht machen. Da sind alles Habe ich genau eben alles vorgelesen. Die fand ich jetzt noch ganz gut eben. Ja. Und das, viele, viele, viele Fragen. Also es kamen auch viel mehr Fragen rein, die ich natürlich jetzt so im allgemeinen Gespräch schon mit reingenommen habe. Fand es richtig gut. Ich glaube, wir haben es jetzt geschafft. Also eigentlich müsste das jetzt so für alle Kunden und alle Händler und alle Arbeitgeber da draußen der Referenz-Podcast sein, wo man eigentlich alles geschnallt haben muss. Haben wir was vergessen, Herr Krause? Ich glaube nicht und das wollte ich gerade sagen. Und wenn doch, also meine E-Mail ist auch auf der Website. Also dafür sind wir ja da, auch alle Fragen zu beantworten. Wenn irgendjemand was nicht beantwortet bekommen hat, kann er sich natürlich über alle Kanäle an uns wenden und wir... Oder im Discord, wenn du mitfährst, ne? Genau. Die Frage ist, dann setze ich irgendjemand anders aufs Rad und ich beantworte die Fragen. Das merkt ja dann keiner. Müssen wir mal gucken. Man muss dann wenigstens ab und zu mal hecheln. Ja. Moment, ich kann nicht. So tun, als ob. Oder so ein Kettengeräusch einspielen irgendwie. Was übrigens, du weißt ja gar nicht, wie witzig das ist. Ich habe jetzt erfahren, man im letzten Zwift-Rennen, wir schweifen schon wieder ab, aber da waren Leute im Discord-Channel drin, die sind gar nicht am Rennen teilgenommen. Das ist auch nicht schlecht. Wollten einfach mal hören, was wir da so quatschen. Das kann ich auf jeden Fall machen. Einer konnte, witzigerweise, einer konnte auch nicht mitfahren, weil er noch keinen Kicker hat oder so. Der hat's gestreamt. Der hat's gestreamt. Der ist dann, du kannst dich bei Zwift, übrigens eine ganz witzige Sache, wo ich schon überlegt habe, wenn ich die Chance hätte, währenddessen noch einen zweiten Account anzulegen und zu streamen, aber das schaffe ich dann, glaube ich, auch alles nicht multitaskingmäßig. Aber es ist ganz witzig, du loggst dich ein bei uns am Rennen, bleibst an der Startlinie einfach stehen, weil du ja keinen Kicker hast, kannst aber dann das Bild streamen, das hat er dann bei uns in den Discord reingestreamt, gestreamt, was ich übrigens erst gemerkt habe, als ich in der Sauna saß. Ich hab's erst gar nicht geschnallt. Ich weiß nicht, ob du uns folgen kannst, worum es gerade geht. Jedenfalls streamt er dann live mit und er kann dann klicken, welchen Fahrer er gerade beobachtet bei Zwift. Also, die Schwierigkeit, die du hast, ist, dass du, wenn du jetzt ja zum Beispiel an diesem Zwift-Rennen mit 500, 600 Teilnehmern teilnimmst, dann siehst du ja nur das Feld, was dich umgibt. Angenommen, wir sind in einer Gruppe mit 20 Leuten, dann hast du, aber du siehst die Spitzengruppe nicht und du siehst die Leute, die zum Schluss ins Ziel fahren nicht. Und noch krasser ist es ja, wenn du jetzt zum Beispiel ging das für Ingo und mir so, jetzt bist du durchs Ziel gefahren, dann kriegst du gar nichts mehr mit. Das Ende. Dann warst du. Dann bist du im Ziel. Und er kann ja jederzeit noch... So, und wenn du jetzt aber sagst, mein Name ist Hase, ich mache überhaupt nicht bei dem Zwift-Rennen mit, aber ich will mir mal, ich will mir mal angucken, wie das Zwift-Rennen ist. Dann kannst du dich bei Zwift anmelden und sagen, ich fahre nicht mit, ich bin nur Zuschauer. Nein, nein. Quasi der Kameramann für alle anderen. Ja, du kannst Zuschauer sein. Ich glaube, er ist noch nicht mal Zuschauer. Du kannst auch ohne Equipment, du fährst halt nicht. Du fährst einfach nicht los. Und dieses Bild, das ist ja dann vom ganzen... Sagen, das ist wie der Kameramann. Genau. Wenn du dann mal guckst, ich gucke mal aus dem Peloton, ich gucke mal von der Spitze und gucke mal hin. Und die Idee fand ich grandios. Genau. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob er so ein Zuschauerview, ich meine, er ist einfach normal ins Rennen reingegangen und hat dann auf die Namen getippt und hat dann geguckt, wo die sind. Und witzigerweise, wir haben das jetzt in den... Wir waren ja die beiden, die am Ende noch da waren, obwohl wir gar nicht mehr gefahren sind, haben aber die letzten begleitet ins Ziel. Leider erst in den letzten fünf Minuten haben wir entdeckt, dass er das streamt. Und das war ja viel witziger, mit denen zu quatschen und zu sehen, wo die gerade sind. Die sind dann so nebeneinander ins Ziel gefahren, war richtig geil. Hat richtig Spaß gemacht. Ist wirklich witzig. Weil du quatschst mit denen und gut, das sind ja nur Avatare, aber du weißt, das sind jetzt die beiden, die da auf der Strecke gerade fahren. Das muss ich sagen, war wirklich, wirklich witzig und ja, gibt so einen richtig tollen Mehrwert, dass du sagst, ja, du feuerst jetzt irgendwie Leute an, jetzt nicht abzusteigen, weil 70 Kilometer auf der Rolle fahren ist ein hartes Brot. 800 Hühnmeter oder sowas. Und jetzt schweifen wir schon wieder ab, weil wir wollten dich ja in den Discord-Channel quatschen. Das war der Grund. Ich guck mal, ich bleib dran. Also noch ist, glaube ich, an dem Termin bei uns nichts eingestellt abends. Dann muss ich zu Hause nur alles erstmal bis dahin aktivieren. Es steht zwar alles da, aber es steht kein Fahrrad drauf. Dann rudern. Kann ich mit rudern? Ich weiß nicht, ob ich dann, das würde vielleicht gehen, ja. Es gibt, es gibt eine Möglichkeit auf Zwift mit dem Konzept 2 zu rudern. Tatsächlich. Okay. Also es gibt irgendwie, gibt es ein, ich weiß nicht wie genau, ob man da irgendwas zwischenschalten muss und dann ruderst du, aber du siehst natürlich, als bist ein Radfahrer. Du bist ein Radfahrer, aber ruderst. Auf der Zwiftstrecke keine Leute, die rudern. Ich wollte gerade sagen, ob ich dann winke ich von der... Du missbrauchst nur dein Rudergerät. Aber die Wattzahl wird übertragen und du fährst dann in der Zwiftwelt als Ruder rum. Habe ich nie gemacht, hat mich auch nie gereizt und mich ärgert es auch, dass die nicht irgendwie, die haben so schöne Seen da um Watobia rum, dass man da nicht mal eine Ruderstrecke hat. Wäre doch super. Na, aber kommt ja vielleicht noch. Aber tatsächlich, jetzt sind wir komplett raus, aber stell dir mal vor, es gäbe eine Zwift-Ruderwelt, wo du wirklich auf dem Lake so und so bist. Ja, es gab Gerüchte, dass sie das machen wollen. Sie sind, glaube ich, jetzt so, stecken so voll mit Fahrrädern und Geld, was Fahrrad angeht, dass dann dieser Markt doch zu klein ist. Aber es war mal geplant. Ich glaube, der Markt ist nicht klein. Ich glaube, der Markt ist normal doppelt so groß, aber ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob jemand mit dem Rudergerät 15 Euro im Monat dafür zahlen würde. Das ist, glaube ich, die Problematik. Ja, das sehe ich auch so. Aber wenn die es nicht machen, wird irgendeiner auf die Idee kommen, wir fangen das ab. Also ich glaube, ich glaube, dass sie haben ja Laufen mit integriert, also mit dem Laufband laufen und das ist schon relativ kompliziert, sein Laufband da zu verbinden oder so ein Footpot und sonst wie und da sind relativ wenige unterwegs. Aber das sind die wenigen, die dann an mir vorbeilaufen. Sie hätten mehr, ich glaube, sie hätten am Ende mehr Ruderer im System als Läufer, weil ein Laufband hat keiner zu Hause. Rudergerät kenne ich Leute, die nicht Leistungssport treiben, die haben irgendwie so ein Rudergerät zu Hause. Und benutzen es nicht. Auch das gibt es ja auch häufig, gerade wenn die dann die schönen Holzdinger haben. Ich kenne das ja selber. Aber ich habe es tatsächlich öfter mal genutzt. Sehr, sehr schön. Also vielen, vielen Dank, dass du uns Rede-Antwort gestanden hast. Ich glaube, da war jetzt auch branchenübergreifend viel, viel dabei. Die Wettbewerber werden sich auch über die Aufklärungsarbeit freuen. Denke ich mal. Ja, hat Spaß gemacht. Also letztendlich habe ich am Anfang auch gesagt, wenn es der Branche, dem Dienstrat allgemein zugute kommt, da sind wir immer mit dabei. Und wir sind ganz froh, dass wir natürlich jetzt hier einen Ansprechpartner gefunden haben, der da ja wirklich mitten an der tollen Gründungsgeschichte auch noch und davon, du bist ja auch richtig mit reingewachsen in das Geschäft und von Grund auf das gemacht. Das mag ich ja auch, solche Garagengeschichten. Ja, auf einmal hatte ich da 20 Räder in der Garage oder was auch immer. Das fand ich cool. Ja, und 160 Mitarbeiter in sieben Jahren jetzt, oder wie? Ja. Das ist jetzt relativ krass. Also wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr dann so 200 Mitarbeiter knacken, ist so die Größenordnung für das nächste Jahr. Wir sind sehr digital aufgestellt, also das kann man schon sagen. Also viele Prozesse laufen bei uns komplett durch, sodass wir nicht an allen Ecken viel Personal brauchen. Aber wo du eben Personal brauchst, ist im Kundenservice. Also bei uns ist der Anspruch einfach, dass wenn du anrufst, dass auch wer dran geht und dass der das auch beantworten kann. Und deswegen haben wir unsere Infoteams, das ist eigentlich so für uns mit das wichtigste Team, weil die am Frontkampf mit dem Kunden sind. Und da sind wir eigentlich auch ganz stolz auf, dass das gut funktioniert. Und die kriegen jetzt in ihren Memo-Feld, da schicke ich ihnen einen Link zu einem Podcast. Den können sie hören und sie können ihn sehen. Ah, genau. Da brauchen die nichts mehr beantworten. Die schicken einfach den Podcast. Das ist auch nicht schlecht. Wer weiß. Wer weiß. Die Sitz, habt ihr denn einen Hauptsitz oder ist das auch jetzt mittlerweile verteilt mit Homeoffice und verschiedenen Standorten? Also seit heute sind natürlich die meisten wieder im Homeoffice, auch wenn sich alle immer ungerne von unserem Standort trennen, weil wir relativ viel auch für die Mitarbeiter immer machen. Aber es ist so, dass wir einen Standort haben in Ussler, da wo ich herkomme. Da haben wir jetzt das neue Bürogebäude gebaut, über das wir gesprochen haben vorhin. Da sind so fürs nächste Jahr ein bisschen mehr als 100 Mitarbeiter eingeplant. Dann haben wir die fünf Vertriebsgebiete, die draußen unterwegs sind, also Nord, Süd, Ost, West und Mitte, jeweils mit ein paar Mitarbeitern, die natürlich dann in den Gebieten sind. Wir haben den Versicherungsstandort, sage ich mal, mit Fellmer, wo wir alle Versicherungsabwicklungen in-house machen und wir haben mit der Hofmann Leasing den Standort für die Leasing in Freiburg, wo nochmal ungefähr 40 Mitarbeiter sitzen. Sehr cool. Also vielen, vielen Dank. Danke euch. Auch mal bei dir. Danke an alles fürs Zuhören. Wir sehen uns. Der nächste Podcast wird der Live-Podcast. Ich hoffe, der wird nicht aufregender als der nicht so live. Ich weiß gar nicht, ob man da aufgeregter ist als jetzt. Keine Ahnung. Schlimm wird es, glaube ich, wenn wir irgendwann mal so ein Ding machen auf einer Bühne oder so. Da kriege ich, glaube ich, kein Ton raus. Na, dann mache ich das. Alles klar. Prima. Bis dann. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020